Vorreden, erstes Kapitel, von Römische Geschichte, Buch 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch 1 von Theodor Mommsen Vorreden, erstes Kapitel, erstes Buch bis zur Abschaffung des römischen Königtums. Vorrede zu der zweiten Auflage. Die neue Auflage der römischen Geschichte weicht von der früheren beträchtlich ab. Am meisten gilt dies von den ersten beiden Büchern, welche die ersten fünf Jahrhunderte des römischen Staates umfassen. Wo die pragmatische Geschichte beginnt, bestimmt und ordnet sie durch sich selbst Inhalt und Form der Darstellung. Für die frühere Epoche sind die Schwierigkeiten, welche die Grenzlosigkeit der Quellenforschung und die Zeit und Zusammenhanglosigkeit des Materials dem Historiker bereiten, von der Art, dass er schwerlich anderen und gewiss sich selber nicht genügt. Obwohl der Verfasser des vorliegenden Werkes mit diesen Schwierigkeiten der Forschung und der Darstellung ernstlich gerungen hat, ehe er dasselbe dem Publikum vorlegte, so blieb dennoch notwendig, hier noch viel zu tun und viel zu bessern. In dieser Auflage ist eine Reihe neu angestellter Untersuchungen, zum Beispiel über die staatsrechtliche Stellung der Untertanen Roms, über die Entwicklung der dichtenden und bildenden Künste, ihren Ergebnissen nach aufgenommen worden. Überdies wurden eine Menge kleinerer Lücken ausgefüllt, die Darstellung durchgängig schärfer und reichlicher gefasst, die ganze Anordnung klarer und übersichtlicher gestellt. Es sind ferner im dritten Buche die inneren Verhältnisse der römischen Gemeinde während der kardagischen Kriege nicht, wie in der ersten Ausgabe, skizzenhaft, sondern mit der durch die Wichtigkeit, wie die Schwierigkeit des Gegenstandes gebotenen, Ausführlichkeit behandelt worden. Der Billigurteilende und wohl am ersten der, welcher ähnliche Aufgaben zu lösen unternommen hat, wird es sich zu erklären und also zu entschuldigen wissen, dass es solcher Nachholungen bedurfte. Auf jeden Fall hat der Verfasser es dankbar anzuerkennen, dass das öffentliche Urteil nicht jene leicht ersichtlichen Lücken und Unfertigkeiten des Buches betont, sondern vielmehr, wie den Beifall, so auch den Widerspruch auf dasjenige gerichtet hat, darin es abgeschlossen und fertig war. Im Übrigen hat der Verfasser das Buch äußerlich bequemer einzurichten sich bemüht. Die warronische Zählung nach Jahren der Stadt ist im Texte beibehalten. Die Ziffern am Rande bezeichnen das entsprechende Jahr vor Christi Geburt. Anmerkung des Vorlesers. Der Vorleser trägt nur die Jahre vor Christi Geburt vor. Ende der Anmerkung. Bei den Jahresgleichungen ist durchgängig das Jahr 1 der Stadt dem Jahre 753 vor Christi Geburt und dem Olympiadenjahr 6,4 gleichgesetzt worden, obgleich, wenn die verschiedenen Jahresanfänge des römischen Sonnenjahres mit dem ersten März, des griechischen mit dem ersten Juli berücksichtigt werden, nach genauer Rechnung das Jahr 2 der Stadt in den letzten 10 Monaten des Jahres 753 und den zwei ersten des Jahres 752 vor Christus sowie den vier letzten Monaten von Olympiadenjahr 6,3 und den achtersten von Olympiadenjahr 6,4 entsprechen würde. Das römische und griechische Geld ist durchgängig in der Art reduziert worden, dass Fundas und Sesterz, Denar und Attische Drachme als gleich genommen und für alle Summen über 100 Denare, der heutige Gold für alle Summen bis zu 100 Denaren, der heutige Silberwert des entsprechenden Gewichtsquantums zugrunde gelegt wurde. Wobei das römische Fund gleich 327,45 Gramm Geld gleich 4.016 nach dem Verhältnis des Goldes zum Silber 1 zu 15,5 zu 304 Talern preußisch, der Denar nach Silberwert zu 7 Groschen preußisch angesetzt wird. Die dem ersten Bande beigefügte Kippertische Karte wird die militärische Konsolidierung Italiens anschaulicher darstellen, als die Erzählung es vermag. Die Inhaltsangaben am Rande werden dem Leser die Übersicht erleichtern. Ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis wird dem dritten Bande beigegeben werden, da anderweitige Obliegenheiten es dem Verfasser unmöglich machen, das Werk so rasch, wie er es wünschte, zu fördern. Breslau im November 1856 Die Änderungen, welche der Verfasser in dem zweiten und dritten Bande dieses Werkes bei der abermaligen Herausgabe zu machen veranlasst gewesen ist, sind zum größeren Teil hervorgegangen aus den neu aufgefundenen Fragmenten des Licinianus, welche er durch die zuvorkommende Gefälligkeit des Herausgebers, Herrn Karl Perz, bereits vor ihrem Erscheinen in den Aushängebogen hat einsehen dürfen und die zu unserer lückenhaften Kunde der Epoche von der Schlacht bei Pytna bis auf den Aufstand des Lepidus manche nicht unwichtige Ergänzung, freilich auch manches neue Rätsel hinzugefügt haben. Breslau im Mai 1857 Vorrede zu der dritten bis neunten Auflage Die dritte, vierte, fünfte, sechste, siebente, achte und neunte Auflage wird man im Ganzen von den vorhergehenden nicht beträchtlich abweichend finden. Kein billiger und sachkundiger Beurteiler wird den Verfasser eines Werkes, wie das vorliegende ist, verpflichtet erachten, für dessen neue Auflagen jede inzwischen erschienene Spezialuntersuchung auszunutzen, das heißt zu wiederholen. Was inzwischen aus Fremden oder aus Eigenen seit dem Erscheinen der zweiten Auflage angestellten Forschungen sich dem Verfasser als versehen oder verfehlt ergeben hat, ist wibbelig berichtet worden. Zu einer Umarbeitung größerer Abschnitte hat sich keine Veranlassung dargeboten. Eine Ausführung über die Grundlagen der römischen Chronologie im vierzehnten Kapitel des dritten Buches ist späterhin in umfassender und dem Stoffe angemessener Weise in einer besonderen Schrift die römische Chronologie bis auf Cäsar 2. Auflage Berlin 1859 vorgelegt und deshalb hier jetzt auf die kurze Darlegung der Ergebnisse von allgemeingeschichtlicher Wichtigkeit eingeschränkt worden. Im Übrigen ist die Einrichtung nicht verändert. Berlin am 1. Februar 1861, am 29. Dezember 1864, am 11. April 1868, am 4. August 1874, am 21. Juli 1881, am 15. August 1887, am 1. Oktober 1902. Meinem Freunde Moritz Haupt in Berlin. Erstes Buch bis zur Abschaffung des römischen Königtums. Die älteren Begebenheiten ließen sich wegen der Länge der Zeit nicht genau erforschen, aber aus Zeugnissen, die sich mir bei der Prüfung im großen Ganzen als verlässlich erwiesen, glaube ich, dass sie nicht erheblich waren, weder in Bezug auf die Kriege noch sonst. Tu küdides. Erstes Kapitel. Einleitung. Rings um das mannigfaltig gegliederte Binnenmeer, das tief einschneidend in die Erdfeste den größten Busen des Ozeans bildet und, bald durch Inseln oder vorspringende Landfesten verengt, bald wieder sich in beträchtlicher Breite ausdehnend, die drei Teile der alten Welt scheidet und verbindet, siedelten in alten Zeiten Völkerstämme sich an, welche ethnographisch und sprachgeschichtlich betrachtet verschiedenen Rassen angehörig historisch ein Ganzes ausmachen. Dies historische Ganze ist es, dass man nicht passend die Geschichte der alten Welt zu nennen pflegt, die Kulturgeschichte der Anwohner des Mittelmeers, die in ihren vier großen Entwicklungsstadien an uns vorüberfährt, die Geschichte des koptischen oder ägyptischen Stammes an dem südlichen Gestade, die der aramäischen oder syrischen Nation, die die Ostküste einnimmt und tief in das innere Asien hinein, bis an den Euphrat und Tigris, sich ausbreitet, und die Geschichte des Zwillingsvolkes der Hellenen und Italiker, welche die europäischen Uferlandschaften des Mittelmeers zu ihrem Erbteil empfingen. Wohl knüpft jede dieser Geschichten an ihren Anfängen an andere Gesichts- und Geschichtskreise an, aber jede auch schlägt bald ihren eigenen abgesonderten Gang ein. Die stammfremden oder auch stammverwandten Nationen aber, die diesen großen Kreis umwohnen, die Berber und Neger Afrikas, die Araber, Perser und Inder Asiens, die Kelten und Deutschen Europas haben mit jenen Anwohnern des Mittelmeers wohl auch vielfach sich berührt, aber eine eigentliche bestimmende Entwicklung doch weder ihnen gegeben noch von ihnen empfangen. Und soweit überhaupt Kulturkreise sich abschließen lassen, kann derjenige als eine Einheit gelten, dessen Höhepunkt die Namen Theben, Karthago, Athen und Rom bezeichnen. Es haben jene vier Nationen, nachdem jede von ihnen auf eigener Bahn zu einer eigentümlichen und großartigen Zivilisation gelangt war, in mannigfaltigster Wechselbeziehung zueinander alle Elemente der Menschennatur scharf und reich durchgearbeitet und entwickelt, bis auch dieser Kreis erfüllt war, bis neue Völkerschaften, die bis dahin das Gebiet der Mittelmeerstaaten nur, wie die Wellen den Strand umspült hatten, sich über beide Ufer ergossen und, indem sie die Südküste geschichtlich trennten von der nördlichen, den Schwerpunkt der Zivilisation verlegten vom Mittelmeer an den Atlantischen Ozean. So scheidet sich die alte Geschichte von der Neuen nicht bloß zufällig und chronologisch. Was wir die neue Geschichte nennen, ist in der Tat die Gestaltung eines neuen Kulturkreises, der in mehreren seiner Entwicklungsepochen wohl anschließt an die untergehende oder untergegangene Zivilisation der Mittelmeerstaaten, wie diese an die älteste indogermanische, aber auch wie diese bestimmt ist, eine eigene Bahn zu durchmessen und Völkerglück und Völkerleid im vollen Maße zu erproben. Die Epochen der Entwicklung, der Vollkraft und des Alters, die beglückende Mühe des Schaffens in Religion, Staat und Kunst, den bequemen Genuss erworbenen materiellen und geistigen Besitzes, vielleicht auch der einst das Versiegen der schaffenden Kraft in der satten Befriedigung des erreichten Zieles. Aber auch dieses Ziel wird nur ein vorläufiges sein. Das großartigste Zivilisationssystem hat seine Peripherie und kann sie erfüllen. Nimmer aber das Geschlecht der Menschen, dem, so wie es am Ziele zu stehen scheint, die alte Aufgabe auf weiterem Felde und in höherem Sinne neu gestellt wird. Unsere Aufgabe ist die Darstellung des letzten Akts, jenes großen, weltgeschichtlichen Schauspiels, die alte Geschichte der Mittleren unter den drei Halbinseln, die vom nördlichen Kontinent aus sich in das Mittelmeer erstrecken. Sie wird gebildet durch die von den westlichen Alpen aus nach Süden sich verzweigenden Gebirge. Der Apennin streicht zunächst in südöstlicher Richtung zwischen dem breiteren westlichen und dem schmalen östlichen Busen des Mittelmeers, an welchen letzteren hinantretend er seine höchste, kaum indes zu der Linie des ewigen Schnees hinansteigende Erhebung in den Abruzen erreicht. Von den Abruzen aus setzt das Gebirge sich in südliche Richtung fort, anfangs ungeteilt und von beträchtlicher Höhe. Nach einer Einsattlung, die eine Hügellandschaft bildet, spaltet es sich in einen flacheren südöstlichen und einen steileren südlichen Höhenzug und schließt dort wie hier mit der Bildung zweier schmaler Halbinseln ab. Das nördlich, zwischen Alpen und Apennin, bis zu den Abruzen hinab sich ausbreitende Flachland, gehört geografisch und bis in sehr späte Zeit auch historisch nicht zu dem südlichen Berg- und Hügelland, demjenigen Italien, dessen Geschichte uns hier beschäftigt. Erst im siebenten Jahrhundert Roms wurde das Küstenland von Senigalia bis Rimini erst im achten das Potal Italien einverleibt. Die alte Nordgrenze Italiens sind also nicht die Alpen, sondern der Apennin. Dieser steigt von keiner Seite in steiler Kette empor, sondern breit durch das Land gelagert und vielfache durch mäßige Pässe verbundene Täler und Hochebenen einschließend, gewährt er selbst den Menschen eine wohl geeignete Ansiedlungsstätte. Und mehr noch gilt dies von dem östlich, südlich und westlich an ihn sich anschließenden Vor- und Küstenland. Zwar an der östlichen Küste dehnt sich, gegen Norden von dem Bergstock der Abruzzen geschlossen und nur von dem steilen Rücken des Garganus inselartig unterbrochen, die apulische Ebene in einförmiger Fläche mit schwach entwickelter Küsten- und Strombildung aus. An der Südküste aber, zwischen den beiden Halbinseln, mit denen der Apennin endigt, lehnt sich an das innere Hügelland eine ausgedehnte Niederung, die zwar an Häfen arm, aber wasserreich und fruchtbar ist. Die Westküste endlich, ein breites von bedeutenden Strömen, namentlich dem Tiber durchschnittenes, von den Fluten und den einst zahlreichen Vulkanen, in mannigfaltigster Tal und Hügel, Hafen- und Inselbildung entwickeltes Gebiet, bildet in den Landschaften Etrurien, Latium und Kampanien den Kern des italischen Landes, bis südlich von Kampanien das Vorland allmählich verschwindet und die Gebirgskette fast unmittelbar von dem Tyrrhenischen Meere bespült wird. Überdies schließt, wie an Griechenland der Peloponnes, so an Italien die Insel Sizilien sich an, die schönste und größte des Mittelmeers, deren gebirgiges und zum Teil ödes Innere ringsum vor allem im Osten und Süden mit einem breiten Saume des herrlichsten, großenteils vulkanischen Küstenlandes umgürtet ist. Und wie geografisch die Sizilischen Gebirge, die kaum durch den schmalen Riss der Meerenge unterbrochene Fortsetzung des Apennins sind, so ist auch geschichtlich Sizilien in älterer Zeit ebenso entschieden ein Teil Italiens wie der Peloponnes von Griechenland, der Tummelplatz derselben Stämme und der gemeinsame Sitz der gleichen höheren Gesittung. Die italische Halbinsel teilt mit der griechischen die gemäßigte Temperatur und die in der Küstenentwicklung steht sie ihr nach. Namentlich fehlt das inselreiche Meer, das die Hellenen zur seefahrenden Nation gemacht hat. Dagegen ist Italien dem Nachbarn überlegen durch die reichen Flussebenen und die fruchtbaren und kräuterreichen Bergabhänge wie der Ackerbau und die Viehzucht ihrer Bedarf. Es ist wie Griechenland ein schönes Land, das die Tätigkeit des Menschen anstrengt und belohnt und dem unruhigen Streben die Bahnen in die Ferne, dem ruhigen die Wege zu friedlichem Gewinn daheim in gleicher Weise eröffnet. Aber wenn die griechische Halbinsel nach Osten gewendet ist, so ist es die italische nach Westen. Wie das epirotische und arkananische Gestade für Hellas, so sind die apolischen und messapischen Küsten für Italien von untergeordneter Bedeutung. Und wenn dort diejenigen Landschaften, auf denen die geschichtliche Entwicklung ruht, Attica und Makedonien nach Osten schauen, so sehen Etrorien, Latium und Kampanien nach Westen. So stehen die beiden so eng benachbarten und fast verschwisterten Halbinseln gleichsam voneinander abgewendet, obwohl das unbewaffnete Auge von Otranto aus die agro-keraunischen Berge erkennt, haben Italiker und Hellenen sich doch früher und enger auf jeder anderen Straße berührt, als auf der nächsten über das Adriatische Meer. Es war auch hier wie so oft in den Bodenverhältnissen der geschichtliche Beruf der Völker vorgezeichnet. Die beiden großen Stämme, auf denen die Zivilisation der alten Welt erwuchs, warfen ihre Schatten wie ihren Samen der eine nach Osten, der andere nach Westen. Es ist die Geschichte Italiens, die hier erzählt werden soll, nicht die Geschichte der Stadt Rom. Wenn auch nach formalem Staatsrecht die Stadtgemeinde von Rom es war, die die Herrschaft erst über Italien, dann über die Welt gewann, so lässt sich doch dies im höheren geschichtlichen Sinne keineswegs behaupten, und es scheint das, was man die Bezwingung Italiens durch die Römer zu nennen gewohnt ist, vielmehr als die Einigung zu einem Staate des gesamten Stammes der Italiker, von dem die Römer wohl der gewaltigste, aber doch nur ein Zweig sind. Die italische Geschichte zerfällt in zwei Hauptabschnitte, in die innere Geschichte Italiens bis zu seiner Vereinigung unter der Führung des latinischen Stammes und in die Geschichte der italischen Weltherrschaft. Wir werden also darzustellen haben, des italischen Volksstammes Ansiedelung auf der Halbinsel, die Gefährdung seiner nationalen und politischen Existenz und seine teilweise Unterjochung durch Völker anderer Herkunft und aelterer Zivilisation, durch Griechen und Etrusker, die Auflehnung der Italiker gegen die Fremdlinge und deren Vernichtung oder Unterwerfung, endlich die Kämpfe der beiden italischen Hauptstämme, der Latiner und der Samniten, um die Hegemonie auf der Halbinsel und den Sieg der Latiner am Ende des vierten Jahrhunderts vor Christi Geburt oder des fuenften der Stadt Rom. Es wird dies den Inhalt der beiden ersten Bücher bilden. Den zweiten Abschnitt eröffnen die Punischen Kriege. Er umfasst die reißend schnelle Ausdehnung des Römerreiches bis an und über Italiens natürliche Grenzen. Den langen Status Quo der Römischen Kaiserzeit und das Zusammenstürzen des gewaltigen Reiches. Dies wird im dritten und den folgenden Büchern erzählt werden. 2. Kapitel 1 von Römische Geschichte Buch 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. 2. Kapitel 1 Die ältesten Einwanderungen in Italien Keine Kunde, ja nicht einmal eine Sage erzählt von der ersten Einwanderung des Menschengeschlechts in Italien. Vielmehr war im Altertum der Glaube allgemein, dass dort wie überall die erste Bevölkerung dem Boden selbst entsprossen sei. Indes die Entscheidung über den Ursprung der verschiedenen Rassen und deren genetische Beziehungen zu den verschiedenen Klimaten bleibt billig dem Naturforscher überlassen. Geschichtlich ist es weder möglich noch wichtig festzustellen, ob die älteste bezeugte Bevölkerung eines Landes da selbst autochton oder selbst schon eingewandert ist. Wohl aber liegt es dem Geschichtsforscher ab, die sukzessive Völkerschichtung in dem einzelnen Lande darzulegen, um die Steigerung von der unvollkommenen zu der vollkommeneren Kultur und die Unterdrückung der minder kulturfähigen oder auch nur minder entwickelten Stämme durch höher stehende Nationen so weit möglich rückwärts zu verfolgen. Italien indes ist auffallend arm an Denkmälern der primitiven und steht in dieser Beziehung in einem bemerkenswerten Gegensatz zu anderen Kulturgebieten. Den Ergebnissen der deutschen Altertumsforschung zufolge muss in England, Frankreich, Norddeutschland und Skandinavien, bevor indogermanische Stämme hier sich ansässig machten, ein Volk vielleicht judischer Rasse gewohnt oder vielmehr gestreift haben, das von Jagd und Fischfang lebte, seine Geräte aus Stein, Tod oder Knochen verfertigte und mit Tierzähnen und Bernstein sich schmückte, des Ackerbaus aber und des Gebrauchs der Metalle unkundig war. In ähnlicher Weise ging in Indien der indogermanischen eine minder kulturfähige, dunkelfarbige Bevölkerung vorauf. In Italien aber begegnen weder Trümmer einer verdrängten Nation, wie im keltisch-germanischen Gebiet die Finnen und Lappen und die schwarzen Stämme in den indischen Gebirgen sind, noch ist da selbst bis jetzt die Verlassenschaft eines verschollenen Urvolkes nachgewiesen worden, wie sie die eigentümlich gearteten Gerippe, die Mahlzeit und Grabstätten der sogenannten Steinepoche des deutschen Altertums zu offenbaren scheinen. Es ist bisher nichts zum Vorschein gekommen, was zu der Annahme berechtigt, dass in Italien die Existenz des Menschengeschlechts älter sei als die Bebauung des Ackers und das Schmelzen der Metalle. Und wenn wirklich innerhalb der Grenzen Italiens das Menschengeschlecht einmal auf der primitiven Kulturstufe gestanden hat, die wir den Zustand der Wildheit zu nennen pflegen, so ist davon doch jede Spur schlechterdings ausgelöscht. Die Elemente der ältesten Geschichte sind die Völkerindividuen, die Stämme. Unter denen, die uns späterhin in Italien begegnen, ist von Einzelnen, wie von den Hellenen, die Einwanderung, von anderen, wie von den Brettiern und den Bewohnern der sabinischen Landschaft, die Denationalisierung geschichtlich bezeugt. Nach Ausscheidung beider Gattungen bleiben eine Anzahl Stämme übrig, deren Wanderungen nicht mehr mit dem Zeugnis der Geschichte, sondern höchstens auf aprioristischem Wege sich nachweisen lassen und deren Nationalität nicht nachweislich eine durchgreifende Umgestaltung von außen her erfahren hat. Diese sind es, deren nationale Individualität die Forschung zunächst festzustellen hat. Wären wir dabei einzig angewiesen auf den wirren Buust der Völkernamen und der zerrütteten, angeblich geschichtlichen Überlieferung, welche aus wenigen brauchbaren Notizen zivilisierter Reisender und einer Masse meistens geringhaltiger Sagen, gewöhnlich ohne Sinn für Sage wie für Geschichte zusammengesetzt und konventionell fixiert ist, so müsste man die Aufgabe als eine hoffnungslose abweisen. Allein noch fließt auch für uns eine Quelle der Überlieferung, welche zwar auch nur Bruchstücke, aber doch authentische gewährt. Es sind dies die einheimischen Sprachen der in Italien seit unvordenklicher Zeit ansässigen Stämme. Ihnen, die mit dem Volke selbst geworden sind, war der Stempel des Werdens zu tief eingeprägt, um durch die nachfolgende Kultur gänzlich verwischt zu werden. Ist von den italischen Sprachen auch nur eine vollständig bekannt, so sind doch von mehreren anderen hinreichende Überreste erhalten, um der Geschichtsforschung für die Stammverschiedenheit oder Stammverwandtschaft und deren Grade zwischen den einzelnen Sprachen und Völkern einen Anhalt zu gewähren. So lehrt uns die Sprachforschung drei italische Urstämme unterscheiden, den japygischen, den etruskischen und den italischen, wie wir ihn nennen wollen, von welchen der letztere in zwei Hauptzweige sich spaltet, das latinische Idiom und dasjenige, dem die Dialekte der Umbra, Maser, Volsker und Samniten angehören. Von dem japygischen Stamm haben wir nur geringe Kunde. Im äußersten Südosten Italiens, auf der messapischen oder kalabrischen Halbinsel, sind Inschriften in einer eigentümlichen, verschallenen Sprache in ziemlicher Anzahl gefunden worden, unzweifelhaft Trümmer des Idioms der Japyger, welche auch die Überlieferung mit großer Bestimmtheit von den latinischen und samnitischen Stämmen unterscheidet. Glaubwürdige Angaben und zahlreiche Spuren führen dahin, dass die gleiche Sprache und der gleiche Stamm ursprünglich auch in Apulien heimisch war. Was wir von diesem Volke jetzt wissen, genügt wohl, um dasselbe von den übrigen Italikern bestimmt zu unterscheiden, nicht aber, um positiv den Platz zu bestimmen, welcher dieser Sprache und diesem Volk in der Geschichte des Menschengeschlechts zukommt. Die Inschriften sind nicht enträtselt und es ist kaum zu hoffen, dass dies dereinst gelingen wird. Dass der Dialekt den Indogermanischen beizuzählen ist, scheinen die Genitivformen Aihi und Ihi entsprechend dem sanskritischen Asya, dem griechischen Oyo anzudeuten. Andere Kennzeichen, zum Beispiel der Gebrauch der aspirierten Konsonanten und das Vermeiden der Buchstaben M und T im Auslaut, zeigen diesen ja pygischen in wesentlicher Verschiedenheit von den italischen und in einer gewissen Übereinstimmung mit den griechischen Dialekten. Die Annahme einer vorzugsweise engen Verwandtschaft der ja pygischen Nation mit den Hellenen findet weitere Unterstützung in den auf den Inschriften mehrfach hervortretenden griechischen Götternamen und in der auffallenden von der Sprödigkeit der übrigen italischen Nationen scharf abstechenden Leichtigkeit, mit der die ja pygische sich hellenisierten. Apulien, das noch in Timaeus' Zeit, 350, als ein barbarisches Land geschildert wird, ist im 6. Jahrhundert der Stadt, ohne dass irgendeine unmittelbare Kolonisierung von Griechenland aus dort stattgefunden hätte, eine durchaus griechische Landschaft geworden und selbst bei dem rohen Stamm der Messapier zeigen sich vierfache Ansätze zu einer analogen Entwicklung. Bei dieser allgemeinen Stamm- oder Wahlverwandtschaft der ja pygier mit den Hellenen, die aber doch keineswegs so weit reicht, dass man die ja pygiersprache als einen rohen Dialekt des Hellenischen auffassen könnte, wird die Forschung vorläufig wenigstens stehen bleiben müssen, bis ein schärferes und besser gesichertes Ergebnis zu erreichen steht. Die Lücke ist indes nicht sehr empfindlich, denn nur weichend und verschwindend zeigt sich uns dieser beim Beginn unserer Geschichte schon im Untergehen begriffene Volksstamm. Der wenig widerstandsfähige, leicht in anderen Nationalitäten sich auflösende Charakter der ja pygischen Nation passt wohl zu der Annahme, welche durch ihre geografische Lage wahrscheinlich gemacht wird, dass dies die ältesten Einwanderer oder die historischen Autochtonen Italiens sind. Denn unzweifelhaft sind die ältesten Wanderungen der Völker alle zu Lande erfolgt, zumal die nach Italien gerichteten, dessen Küste zur See nur von kundigen Schiffern erreicht werden kann und deshalb noch in Homers Zeit den Hellenen völlig unbekannt war. Kamen aber die früheren Ansiedler über den Apennin, so kann, wie der Geolog aus der Schichtung der Gebirge ihre Entstehung erschließt, auch der Geschichtsforscher die Vermutung wagen, dass die am weitesten nach Süden geschobenen Stämme die ältesten Bewohner Italiens sein werden und eben an dessen äußerstem südöstlichen Saume begegnen wir der ja pygischen Nation. Die Mitte der Halbinsel ist, soweit unsere zuverlässige Überlieferung zurückreicht, bewohnt von zwei Völkern oder vielmehr zwei Stämmen desselben Volkes, dessen Stellung in dem indogermanischen Volkstamm sich mit größerer Sicherheit bestimmen lässt, als dies bei der ja pygischen Nation der Fall war. Wir dürfen dies Volk billig das Italische heißen, da auf ihm die geschichtliche Bedeutung der Halbinsel beruht. Es teilt sich in die beiden Stämme der Latiner einerseits, andererseits der Umbra mit deren südlichen Ausläufern, den Masern und Samniten und den schon in geschichtlicher Zeit von den Samniten ausgesandten Völkerschaften. Die sprachliche Analyse der diesen Stämmen angehörenden Idiome hat gezeigt, dass sie zusammen einglied sind in der indogermanischen Sprachenkette und dass die Epoche, in der sie eine Einheit bildeten, eine verhältnismäßig späte ist. Im Lautsystem erscheint bei ihnen der eigentümliche Spirant F, worin sie übereinstimmen mit den Etruskern, aber sie scharf scheiden von allen hellenischen und hellenobarbarischen Stämmen, sowie vom Sanskrit selbst. Die Aspiraten dagegen, die von den Griechen durchaus, und die härteren davon, auch von den Etruskern festgehalten werden, sind den Italikern ursprünglich fremd und werden bei ihnen vertreten durch eines ihrer Elemente, sei es durch die Media, sei es durch den Hauch allein F oder H. Die feineren Hauchlaute S, W, J, die die Griechen soweit möglich beseitigen, sind in den italischen Sprachen wenig beschädigt erhalten, ja hier und da noch weiter entwickelt worden. Das Zurückziehen des Akzents und die dadurch hervorgerufene Zerstörung der Endungen haben die Italiker zwar mit einigen griechischen Stämmen und mit den Etruskern gemein jedoch in stärkerem Grad als jene, in geringerem als diese angewandt. Die unmäßige Zerrüttung der Endungen im Umbrichen ist sicher nicht in dem ursprünglichen Sprachgeist begründet, sondern spätere Verderbnis, welche sich in derselben Richtung, wenn gleich schwächer, auch in Rom geltend gemacht hat. Kurze Vokale fallen in den italischen Sprachen deshalb im Auslaut regelmäßig lange häufig ab. Die schließenden Konsonanten sind dagegen im Lateinischen und mehr noch im Samnitischen mit Zähigkeit festgehalten worden, während das Umbrische auch diese fallende ist. Damit hängt es zusammen, dass die Medialbildung in den italischen Sprachen nur geringe Spuren zurückgelassen hat und dafür ein eigentümliches, durch Anfügung von R gebildetes Passiv an die Stelle tritt. Ferner, dass der größte Teil der Tempora durch Zusammensetzungen mit den Wurzeln S und Fuh gebildet wird, während den Griechen neben dem Augment die reichere Ablautung den Gebrauch der Hilfszeitwörter großenteils erspart. Während die italischen Sprachen wie der äolische Dialekt auf den Dual verzichteten, haben sie den Applativ, der den Griechen verloren ging, durchgängig, großenteils auch den Lokativ erhalten. Die strenge Logik der Italiker scheint Anstoß daran genommen zu haben, den Begriff der Mehrheit in den der Zweiheit und der Vielheit zu spalten, während man die in den Beugungen sich ausdrückenden Wortbeziehungen mit großer Schärfe festhielt. Eigentümlich italisch und selbst dem Sanskrit fremd ist die in den Gerundien und Suppinen vollständiger als sonst irgendwo durchgeführte Substantivierung der Zeitwörter. Diese aus einer reichen Fülle analoger Erscheinungen ausgewählten Beispiele genügen, um die Individualität des italischen Sprachstammes jedem anderen Indogermanischen gegenüber darzutun und zeigen denselben zugleich sprachlich wie geografisch als nächsten Stammverwandten der Griechen. Der Grieche und der Italiker sind Brüder, der Kelte, der Deutsche und der Slave ihnen Vettern. Die wesentliche Einheit aller italischen wie aller griechischen Dialekte und Stämme unter sich muss früh und klar den beiden großen Nationen selbst aufgegangen sein. Denn wir finden in der römischen Sprache ein uraltes Wort rätselhaften Ursprungs, Graios oder Graikos, das jeden Hellenen bezeichnet und ebenso bei den Griechen die analoge Benennung Opikos, die von allen, den Griechen in älterer Zeit bekannten latinischen und samnitischen Stämmen, nicht aber von den Japügern oder Etruskern gebraucht wird. Innerhalb des italischen Sprachstammes aber tritt das Lateinische wieder in einen bestimmten Gegensatz zu den umbrich-samnitischen Dialekten. Allerdings sind von diesen nur zwei, der umbrische und der samnitische oder oskische Dialekt, einigermaßen und auch diese nur in äußerst lückenhafter und schwankender Weise bekannt. Von den übrigen Dialekten sind die einen wie der volskische und der masische in zu geringen Trümmern auf uns gekommen, um sie in ihrer Individualität zu erfassen oder auch nur die Mundarten selbst mit Sicherheit und Genauigkeit zu klassifizieren, während andere wie der Sabinische bis auf geringe als dialektische Eigentümlichkeiten im Provinzialen Latein erhaltene Spuren völlig untergegangen sind. Indes lässt die Kombination der sprachlichen und der historischen Tatsachen daran keinen Zweifel, dass diese sämtlichen Dialekte dem umbrich-samnitischen Zweig des großen italischen Stammes angehört haben, und dass dieser, obwohl dem lateinischen Stamm weit näher als dem griechischen verwandt, doch auch wieder von ihm aufs Bestimmteste sich unterscheidet. Im Fürwort und sonst häufig sagte der Samnite und der Umbro P, wo der Römer Q sprach, so Pies für Kies. Ganz wie sich auch sonst nahverwandte Sprachen scheiden, zum Beispiel dem keltischen in der Bretagne und Wales P, dem gälischen und irischen K eigen ist. In den Vokalen erscheinen die Diphtonge im Lateinischen und überhaupt den nördlichen Dialekten sehr zerstört, dagegen in den südlichen italischen Dialekten sie wenig gelitten haben. Womit verwandt ist, dass in der Zusammensetzung der Römer den sonst so streng bewahrten Grundvokal abschwächt, was nicht geschieht in der verwandten Sprachengruppe. Der Genitiv der Wörter auf A ist in dieser wie bei den griechischen As, bei den Römern Ei. Der Lokativ tritt bei diesen im Sprachbewusstsein mehr und mehr zurück, während er in den anderen italischen Dialekten in vollem Gebrauch blieb. Der Dativ des Plura auf Bus ist nur im Lateinischen vorhanden. Der umbrisch-samnitische Infinitiv auf Um ist den Römern fremd. Während das oskisch-umbrische, von der Wurzel S gebildete Futur nach griechischer Art bei den Römern fast, vielleicht ganz verschollen und ersetzt ist durch den Optativ des einfachen Zeitwortes oder durch analoge Bildungen von vor. In vielen dieser Fälle, zum Beispiel in den Kasusformen, sind die Unterschiede indes nur vorhanden für die beiderseits ausgebildeten Sprachen, während die Anfänge zusammenfallen. Wenn also die italische Sprache neben der griechischen selbstständig steht, so verhält sich innerhalb jener die lateinische Mundart zu der umbrisch-samnitischen etwa wie die ionische zur dorischen, während sich die Verschiedenheiten des oskischen und des umbrischen und der verwandten Dialekte etwa vergleichen lassen mit denen des Dorismus in Sizilien und in Sparta. Jede dieser Spracherscheinungen ist Ergebnis und Zeugnis eines historischen Ereignisses. Es lässt sich daraus mit vollkommener Sicherheit erschließen, dass aus dem gemeinschaftlichen Mutterschoß der Völker und der Sprachen ein Stamm ausschied, der die Ahnen der Griechen und der Italiker gemeinschaftlich in sich schloss, dass aus diesem als dann die Italiker sich abzweigten und diese wieder in den westlichen und östlichen Stamm, der östliche noch später in Umbra und Oskar auseinander gingen. Ende von 2. Kapitel 1 2. Kapitel 2 von Römische Geschichte Buch 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch 1 von Theodor Mommsen 2. Kapitel 2 Wo und wann diese Scheidungen stattfanden, kann freilich die Sprache nicht lehren, und kaum darf der verwegene Gedanke es versuchen, diesen Revolutionen ahnend zu folgen, von denen die frühesten unzweifelhaft lange vor derjenigen Einwanderung stattfanden, welche die Stammväter der Italiker über die Apenninen führte. Dagegen kann die Vergleichung der Sprachen, richtig und vorsichtig behandelt, von demjenigen Kulturgrade, auf dem das Volk sich befand, als jene Trennungen eintraten, ein annäherndes Bild und damit uns die Anfänge der Geschichte gewähren, welche nichts ist als die Entwicklung der Zivilisation. Denn es ist namentlich in der Bildungsepoche die Sprache das treue Bild und Organ der erreichten Kulturstufe. Die großen technischen und sittlichen Revolutionen sind darin wie in einem Archiv aufbewahrt, aus dessen Akten die Zukunft nicht versäumen wird, für jene Zeiten zu schöpfen, aus welchen alle unmittelbare Überlieferung verstummt ist. Während die jetzt getrennten indogermanischen Völker einen gleichsprachigen Stamm bildeten, erreichten sie einen gewissen Kulturgrad und einen diesem angemessenen Wortschatz, den als gemeinsame Ausstattung in konventionell festgestelltem Gebrauch alle Einzelvölker übernahmen, um auf der gegebenen Grundlage selbstständig weiterzubauen. Wir finden in diesem Wortschatz nicht bloß die einfachsten Bezeichnungen des Seins, der Tätigkeiten, der Wahrnehmungen wie Sum, Do, Pata, das heißt den ursprünglichen Wiederhall des Eindrucks, den die Außenwelt auf die Brust des Menschen macht, sondern auch eine Anzahl Kulturwörter, nicht bloß ihren Wurzeln nach, sondern in einer gewohnheitsmäßig ausgeprägten Form, welche Gemeingut des indogermanischen Stammes und weder aus gleichmäßiger Entfaltung noch aus späterer Entlehnung erklärbar sind. So besitzen wir Zeugnisse für die Entwicklung des Hirtenlebens in jener fernen Epoche, in den unabänderlich fixierten Namen der zahmen Tiere. Sanskritisch Gauß ist Lateinisch Bos, Griechisch Bos, Sanskritisch Avis ist Lateinisch Ovis, Griechisch Ois, Sanskritisch Avas, Lateinisch Equus, Griechisch Ippos, Sanskritisch Hansas, Lateinisch Ansa, Griechisch Shen, Sanskritisch Avis, Griechisch Nessa, Lateinisch Anas, ebenso sind Pecus, Sus, Porcus, Taurus, Canis, sanskritische Wörter. Also schon in dieser fernsten Epoche hatte der Stamm, auf dem von den Tagen Homäas bis auf unsere Zeit die geistige Entwicklung der Menschheit beruht, den niedrigsten Kulturgrad der Zivilisation, die Jäger- und Fischer-Epoche, überschritten und war zu einer wenigstens relativen Stetigkeit der Wohnsitze gelangt. Dagegen fehlt es bis jetzt an sicheren Beweisen dafür, dass schon damals der Acker gebaut worden ist. Die Sprache spricht eher dagegen als dafür. Unter den Lateinisch-Griechischen Getreidenamen kehrt keiner wieder im Sanskrit, mit einziger Ausnahme von Zea, das sprachlich dem sanskritischen Javas entspricht, übrigens im Indischen die Gerste, im Griechischen den Spelt bezeichnet. Es muss nun freilich zugegeben werden, dass diese von der wesentlichen Übereinstimmung der Benennungen der Haustiere so scharf abstechende Verschiedenheit in den Namen der Kulturpflanzen eine ursprüngliche Gemeinschaft des Ackerbaus noch nicht unbedingt ausschließt. In primitiven Verhältnissen ist die Übersiedelung und Akklimatisierung der Pflanzen schwieriger als die der Tiere, und der Reißbau der Inder, der Weizen- und Speltbau der Griechen und Römer, der Roggen- und Haferbau der Germanen und Kelten könnten an sich wohl alle auf einen gemeinschaftlichen ursprünglichen Feldbau zurückgehen. Aber auf der anderen Seite ist die den Griechen und Indern gemeinschaftliche Benennung einer Halmfrucht doch höchstens ein Beweis dafür, dass man vor der Scheidung der Stämme die in Mesopotamien wild wachsenden Gersten und Speltgörner sammelte und aß, nicht aber dafür, dass man schon Getreide baute. Wenn sich hier nach keiner Seite hin eine Entscheidung ergibt, so führt dagegen etwas weiter die Beobachtung, dass eine Anzahl der wichtigsten hier einschlagenden Kulturwörter im Sanskrit zwar auch, aber durchgängig in allgemeinerer Bedeutung vorkommen. Arras ist bei den Indern überhaupt Flur, Kurnu ist das Zerriebene, Aritram ist Ruder und Schiff, Venas das Anmutige überhaupt, namentlich der anmutende Trank. Die Wörter also sind uralt, aber ihre bestimmte Beziehung auf die Ackerflur, Ager, auf das zumalende Getreide, Granum, Korn, auf das Werkzeug, das den Boden furcht, wie das Schiff, die Meeresfläche, Aratrum, auf den Saft der Weintraube, Vinum, war bei der ältesten Teilung der Stämme noch nicht entwickelt. Es kann daher auch nicht Wunder nehmen, wenn die Beziehungen zum Teil sehr verschieden ausfielen und zum Beispiel von dem sanskritischen Kurnu sowohl das zum Zerreiben bestimmte Korn als auch die zerreibende Mühle gotisch Quainus und getauisch Gurnus ihren Namen empfingen. Wir dürfen danach als wahrscheinlich annehmen, dass das indogermanische Urvolk den Ackerbau noch nicht kannte und als gewiss, dass, wenn es ihn kannte, er doch noch in der Volkswirtschaft eine durchaus untergeordnete Rolle spielte, denn wäre er damals schon gewesen, was er später den Griechen und Römern war, so hätte er tiefer der Sprache sich eingeprägt, als es geschehen ist. Dagegen Zeugen für den Häuser- und Hüttenbau der Indogermanen sanskritisch Damm, lateinisch Domus, griechisch Domos, sanskritisch Vyas, lateinisch Visus, griechisch Eukos, sanskritisch Dvaras, lateinisch Vores, griechisch Tra, ferner für den Bau von Ruderbooten die Namen des Nachens, sanskritisch Naus, griechisch Nas, lateinisch Navis und des Ruders, sanskritisch Arithram, griechisch Erythmos, lateinisch Remus, triresmis, für den Gebrauch der Wagen und die Bändigung der Tiere zum Ziehen und Fahren, sanskritisch Axas, Achse und Karren, lateinisch Axis, griechisch Axon, am Maxa, sanskritisch Jugam, lateinisch Jugum, griechisch Zügern, auch die Benennungen des Kleides, sanskritisch Vastra, lateinisch Vestis, griechisch Estes und des Nähens und Spinnens, sanskritisch Siv, lateinisch Suo, sanskritisch Na, lateinisch Neo, griechisch Neto, sind in allen indogermanischen Sprachen die gleichen. Von der höheren Kunst des Webens lässt dies dagegen nicht in gleicher Weise sich sagen. Dagegen ist wieder die Kunde von der Benutzung des Feuers zur Speisenbereitung und des Salzes zur Würzung derselben uraltes Erbgut der indogermanischen Nationen und das gleiche gilt sogar von der Kenntnis der Ältesten zum Werkzeug und zum Zierrad von dem Menschen verwandten Metalle. Wenigstens vom Kupfer, Äs, und Silber, Agentum, vielleicht auch vom Gold kehren die Namen wieder im Sanskrit und diese Namen sind doch schwerlich entstanden, bevor man gelernt hatte, die Erze zu scheiden und zu verwenden, wie denn auch sanskritisch Asis, lateinisch Ensis, auf den uralten Gebrauch metallener Waffen hinleitet. Nicht minder reichen in diese Zeiten die Fundamentalgedanken zurück, auf denen die Entwicklung aller indogermanischen Staaten am letzten Ende beruht, die Stellung von Mann und Weib zueinander, die Geschlechtsordnung, das Priestertum des Hausvaters und die Abwesenheit eines eigenen Priesterstandes sowie überhaupt einer jeden Kastensonderung, die Sklaverei als rechtliche Institution, die Rechtstage der Gemeinde bei Neumond und Vollmond, dagegen die positive Ordnung des Gemeinwesens, die Entscheidung zwischen Königtum und Gemeindeherrlichkeit, zwischen erblicher Bevorzugung der Königs- und Adelsgeschlechter und unbedingter Rechtsgleichheit der Bürger gehört überall einer späteren Zeit an. Selbst die Elemente der Wissenschaft und der Religion zeigen Spuren ursprünglicher Gemeinschaft. Die Zahlen sind dieselben bis hundert, sanskritisch Atam, Hecatam, lateinisch Centum, griechisch Hecaton, gotisch und der Mond heißt in allen Sprachen davon, dass man nach ihm die Zeit misst, Mensis. Wie der Begriff der Gottheit selbst, sanskritisch Devas, lateinisch Deus, griechisch Theos, gehören zum gemeinen Gut der Völker auch manche der ältesten Religionsvorstellungen und Naturbilder. Die Auffassung zum Beispiel des Himmels als des Vaters der Erde als der Mutter der Wesen die Festzüge der Götter, die in eigenen Wagen auf sorgsam gebahnten Gleisen von einem Orte zum Andern ziehen, die schattenhafte Fortdauer der Seele nach dem Tode sind Grundgedanken der indischen wie der griechischen und römischen Götterlehre. Selbst einzelne der Götter vom Ganges stimmen mit den am Elissos und am Tiber verehrten bis auf die Namen überein. So ist der Uranus der Griechen der Varunas, so der Zeus Jovis Pater Dispiter der Dauspiter der Veden. Auf manche rätselhafte Gestalt der hellenischen Mythologie ist durch die neuesten Forschungen über die ältere indische Götterlehre ein ungeahntes Licht gefallen. Die altersgrauen geheimnisvollen Gestalten der Erinien sind nicht hellenisches Gedicht, sondern schon mit den ältesten Ansiedlern aus dem Osten eingewandert. Das göttliche Windspiel Sarama, das dem Herrn des Himmels die goldene Herde der Sterne und Sonnenstrahlen behütet und ihm die Himmelskühe die nähernden Regenwolken zum Melken zusammentreibt, das aber auch die frommen Toten treulich in die Welt der Seligen geleitet, ist den Griechen zu dem Sohn der Sarama, dem Sarameas oder Hermeas geworden, und die rätselhafte, ohne Zweifel auch mit der römischen Karkussaga zusammenhängende hellenische Erzählung von dem Raub der Rinder des Helios erscheint nun als ein letzter unverstandener Nachklang jener alten sinnvollen Natur Fantasie. Wenn die Aufgabe, den Kulturgrad zu bestimmen, den die Indogermanen vor der Scheidung der Stämme erreichten, mehr der allgemeinen Geschichte der Welt angehört, so ist es dagegen speziell Aufgabe der italischen Geschichte zu ermitteln, soweit es möglich ist, auf welchem Stande die greco-italische Nation sich befand, als Hellenen und Italiker sich voneinander schieden. Es ist dies keine überflüssige Arbeit. Wir gewinnen damit den Anfangspunkt der italischen Zivilisation, den Ausgangspunkt der nationalen Geschichte. Alle Spuren deuten dahin, dass, während die Indogermanen wahrscheinlich ein Hirtenleben führten und nur etwa die wilde Halmfrucht kannten, die Greco-Italiker ein Korn, vielleicht sogar schon ein Weinbauendes Volk waren. Dafür zeugt nicht gerade die Gemeinschaft des Ackerbaus selbst, die im Ganzen noch keines Weges einen Schluss auf alle Völker Gemeinschaft rechtfertigt. Ein geschichtlicher Zusammenhang des indogermanischen Ackerbaus mit dem der chinesischen, aramäischen und ägyptischen Stämme wird schwerlich in Abrede gestellt werden können. Doch sind diese Stämme den Indogermanen entweder stammfremd oder doch zu einer Zeit von ihnen getrennt worden, wo es sicher noch keinen Feldbau gab. Vielmehr haben die höher stehenden Stämme vor Alters wie heutzutage die Kulturgeräte und Kulturpflanzen beständig getauscht. Und wenn die Annalen von China den chinesischen Ackerbau auf die unter einem bestimmten König in einem bestimmten Jahr stattgefundene Einführung von fünf Getreidearten zurückführen, so zeichnet diese Erzählung im Allgemeinen wenigstens die Verhältnisse der ältesten Kulturepoche ohne Zweifel richtig. Gemeinschaft des Ackerbaus wie Gemeinschaft des Alphabets, der Streitwagen, des Purpurs und anderen Geräts und Schmuckes gestattet weit öfter einen Schluss auf alten Völkerverkehr als auf ursprüngliche Volkseinheit. Aber was die Griechen und Italiker anlangt, so darf bei den verhältnismäßig wohlbekannten Beziehungen dieser beiden Nationen zueinander die Annahme, dass der Ackerbau wie Schrift und Münze erst durch die Hellenen nach Italien gekommen sei, als völlig unzulässig bezeichnet werden. Andererseits zeugt für den engsten Zusammenhang des beiderseitigen Feldbaus die Gemeinschaftlichkeit allerältesten hierher gehörigen Ausdrücke. Ager Agros Aro Aratrum Aro Arotron Ligo neben La Schein Hortus Kortos Hordeum Krite Milium Melin Rapa Raphanes Malva Malasche Vinum Eunos und ebenso das Zusammentreffen des griechischen und italischen Ackerbaus in der Form des Fluges der auf altattischen und römischen Denkmälern ganz gleich gebildet vorkommt in der Wahl der ältesten Kornarten Hirse Gerste Spellt in dem Gebrauch die Ehren mit der Sichel zu schneiden und sie auf der glatt gestampften Tenne durch das Vieh austreten zu lassen endlich in der Bereitungsart des Getreides Puls Poltos Pinsopis Mola denn das Backen ist jüngeren Ursprungs und wird auch deshalb im römischen Ritual statt des Brotes stets der Teig oder Brei gebraucht dass auch der Weinbau in Italien über die älteste griechische Einwanderung hinausgeht dafür spricht die Benennung Weinland Eunotria die bis zu den ältesten griechischen Anländern hinauf zu reichen scheint Danach muss der Übergang vom Hirtenleben zum Ackerbau oder genauer gesprochen die Verbindung des Feldbaus mit der älteren Weidewirtschaft stattgefunden haben nachdem die Inder aus dem Mutterschoß der Nationen ausgeschieden waren aber bevor die Hellenen und die Italiker ihre alte Gemeinsamkeit aufhoben Übrigens scheinen als der Ackerbau aufkam die Hellenen und Italiker nicht bloß unter sich sondern auch noch mit anderen Gliedern der großen Familie zu einem Volksganzen verbunden gewesen zu sein wenigstens ist es Tatsache dass die wichtigsten jener Kulturwörter zwar den asiatischen Gliedern der indogermanischen Völkerfamilien fremd aber den Römern und Griechen mit den keltischen sowohl als mit den deutschen slavischen lettischen Stämmen gemeinsam sind die Sonderung des gemeinsamen Erbgutes von dem wohl erworbenen Eigen einer jeden Nation in Sitte und Sprache ist noch lange nicht vollständig und in aller Mannigfaltigkeit der Gliederungen und Abstufungen durchgeführt Die Durchforschung der Sprachen in dieser Beziehung hat kaum begonnen und auch die Geschichtsschreibung entnimmt immer noch ihre Darstellung der Urzeit vorwiegend statt dem reichen Schacht der Sprachen vielmehr dem größtenteils Taubengestein der Überlieferung Für jetzt muss es darum hier genügen auf die Unterschiede hinzuweisen zwischen der Kultur der indogermanischen Familie in ihrem ältesten Beisammensein und zwischen der Kultur derjenigen Epoche wo die Greco-Italiker noch ungetrennt zusammen lebten die Unterscheidung der den asiatischen Gliedern dieser Familie Fremden den europäischen aber gemeinsamen Kulturresultate von denjenigen welche die einzelnen Gruppen dieser letzteren wie die griechisch italische die deutsch slavische jede für sich erlangten kann wenn überhaupt doch auf jeden Fall erst nach weiter fortgeschrittenen sprachlichen und sachlichen Untersuchungen gemacht werden sicher aber ist der Ackerbau für die Greco-Italische wie ja für alle anderen Nationen auch der Keim und der Kern des Volks- und Privatlebens geworden und als solcher im Volksbewusstsein geblieben das Haus und der feste Herd den der Ackerbauer sich gründet anstatt der leichten Hütte und der unsteten Feuerstelle des Hürden werden im geistigen Gebiete dargestellt und idealisiert in der Göttin Vesta oder Estia fast der einzigen die nicht indogermanisch und doch bei den Nationen von Haus aus gemein ist eine der ältesten italischen Stammsagen legt dem König Italus oder wie die Italiker gesprochen haben müssen Vitalus oder Vitelus die Überführung des Volkes vom Hürdenleben zum Ackerbau bei und knüpft sinnig die ursprüngliche italische Gesetzgebung daran nur eine andere Wendung davon ist es wenn die samnitische Stammsaga zum Führer der Urkolonien den Ackerstier macht oder wenn die ältesten latinischen Volksnamen das Volk bezeichnen als Schnitter Sikuli auch wohl Sikani oder als Feldarbeiter Obski Es gehört zum sagenwidrigen Charakter der sogenannten römischen Ursprungssaga das darin ein städtegründendes Hürden- und Jägervolk auftritt Sage und Glaube Gesetze und Sitten knüpfen bei den Italikern wie bei den Hellenen durchgängig an den Ackerbau an Ende von zweites Kapitel zwei zweites Kapitel drei von römische Geschichte Buch eins Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox Punkt Org Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus Römische Geschichte Buch eins von Theodor Mommsen zweites Kapitel drei Wie der Ackerbau selbst beruhen auch die Bestimmungen der Flächenmaße und die Weise der Limitation bei beiden Völkern auf gleicher Grundlage Wie denn das Bauen des Bodens ohne eine wenn auch rohe Vermessung desselben nicht gedacht werden kann Der Ostkische und Umbrische Vorsus von 100 Fuß ins Gefierte entspricht genau dem griechischen Pläthron Auch das Prinzip der Limitation ist dasselbe Der Feldmesser orientiert sich nach einer der Himmels Gegenden und zieht also zuerst zwei Linien von Norden nach Süden und von Osten nach Westen in deren Schneidepunkt Templum Temenos von Temno ersteht als dann in gewissen festen Abständen den Hauptschneidelinien parallele Linien wodurch eine Reihe recht winkeliger Grundstücke entsteht deren Ecken die Grenzfähle Termini in sizilischen Inschriften Termones gewöhnlich Reu bezeichnen diese Limitationsweise die wohl auch etruskisch aber schwerlich etruskischen Ursprungs ist finden wir bei den Römern Umbrern Samniten aber auch in sehr alten Urkunden der Tarantinischen Herakleoten die sie wahrscheinlich ebenso wenig von den Italikern entlehnt haben als diese sie von den Tarantinern sondern es ist altes Gemeingut eigentümlich römisch und charakteristisch ist erst die eigensinnige Ausbildung des quadratischen Prinzips wonach man selbst wo Fluss und Meer eine natürliche Grenze machten diese nicht gelten ließ sondern mit dem letzten vollen Quadrat das zum eigen verteilte Land abschloss aber nicht bloß im Ackerbau sondern auch auf den übrigen Gebieten der ältesten menschlichen Tätigkeit ist die vorzugsweise enge Verwandtschaft der Griechen und Italiker unverkennbar das griechische Haus wie Homer es schildert ist wenig verschieden von demjenigen das in Italien beständig festgehalten war das wesentliche Stück und ursprünglich der ganze innere Wohnraum des lateinischen Hauses ist das Atrium das heißt das schwarze Gemach mit dem Hausaltar dem Ehebett dem Speisetisch und dem Herd und nichts anderes ist auch das homerische Megaron mit Hausaltar und Herd und schwarz berusster Decke nicht dasselbe lässt sich von dem Schiffbau sagen der Rudernachen ist altes indogermanisches Gemeingut der Fortschritt zu Segelschiffen aber gehört der greco-italischen Periode schwerlich an da es keine nicht allgemein indogermanische und doch von Haus aus den Griechen und Italikern gemeinsame Sehausdrücke gibt dagegen wird wieder die uralte italische Sitte der gemeinschaftlichen Mittagsmahlzeiten der Bauern deren Ursprung der Mythos an die Einführung des Ackerbaus anknüpft von Aristoteles mit den kretischen Süsitien verglichen und auch darin trafen die ältesten Römer mit den Kretern und Lakonen zusammen dass sie nicht wie es später bei beiden Völkern üblich ward auf der Bank liegend sondern sitzend die Speisen genossen das Feuerzünden durch Reiben zweier verschiedenartiger Hölzer ist allen Völkern gemein aber gewiss nicht zufällig treffen Griechen und Italiker zusammen in den Bezeichnungen der beiden Sünderhölzer des Reibers Trapannon Terebra und der Unterlage Storreus Eschara Tabula Wolfon Tendere Tetamai Ebenso ist die Kleidung beider Völker wesentlich identisch denn die Tunika entspricht völlig dem Schietern und die Toga ist nichts als ein bauschigeres Himation Ja selbst in dem so veränderlichen Waffenwesen ist wenigstens das beiden Völkern gemein dass die beiden Hauptangriffswaffen Wurfspeer und Bogen sind was römischerseits in den ältesten Beermanns Namen Pilumni Akites deutlich sich ausspricht und der ältesten nicht eigentlich auf den Nahkampf berechneten Fechtweise angemessen ist so geht bei den Griechen und Italikern in Sprache und Sitte zurück auf dieselben Elemente alles was die materiellen Grundlagen der menschlichen Existenz betrifft die ältesten Aufgaben die die Erde an den Menschen stellt sind einstmals von beiden Völkern als sie noch eine Nation ausmachten gemeinschaftlich gelöst worden anders ist es in dem geistigen Gebiet die große Aufgabe des Menschen mit sich selbst mit seines gleichen und mit dem Ganzen in bewusster Harmonie zu leben lässt so viele Lösungen zu als es Provinzen gibt in unseres Vaters Reich und auf diesem Gebiet ist es nicht auf dem Materiellen wo die Charaktere der Individuen und der Völker sich scheiden in der greco-italischen Periode müssen die Anregungen noch gefehlt haben welche diesen innerlichen Gegensatz hervortreten machten erst zwischen den Hellenen und den Italikern hat jene tiefe geistige Verschiedenheit sich offenbart deren Nachwirkung noch bis auf den heutigen Tag sich fortsetzt Familie und Staat Religion und Kunst sind in Italien wie in Griechenland so eigentümlich so durchaus national entwickelt worden daß die gemeinschaftliche Grundlage auf der auch hier beide Völker fußten dort und hier überwuchert und unseren Augen fast ganz entzogen ist jenes hellenische Wesen das dem Einzelnen das Ganze der Gemeinde die Nation dem Bürger die Gemeinde aufopferte dessen Lebensideal das Schöne und Gute Sein und nur zu oft der süße Musikgang war dessen politische Entwicklung in der Vertiefung des ursprünglichen Partikularismus der einzelnen Gaue und später sogar in der innerlichen Auflösung der Gemeindegewalt bestand dessen religiöse Anschauung erst die Götter zu Menschen machte und dann die Götter leugnete das die Glieder entfesselte in dem Spiel der nackten Knaben und dem Gedanken in aller seiner Herrlichkeit und in aller seiner Furchtbarkeit freie Bahn gab und jenes römische Wesen das den Sohn in die Furcht des Vaters die Bürger in die Furcht des Herrschers sie alle in die Furcht der Götter bannte das nichts forderte und nichts ehrte als die nützliche Tat und jeden Bürger Zwang jeden Augenblick des kurzen Lebens mit rastloser Arbeit auszufüllen das die keusche Verhüllung des Körpers schon dem Buben zur Pflicht machte in dem wer anders sein wollte als die Genossen ein schlechter Bürger hieß in dem der Staat alles war und die Erweiterung des Staates der einzigen nicht verpönte hohe Gedanke wer mag diese scharfen Gegensätze in Gedanken zurück zu führen auf die ursprüngliche Einheit die sie beide umschloß und beide vorbereitete und erzeugte es wäre törichte Vermessenheit diesen Schleier lüften zu wollen nur mit wenigen Andeutungen soll es versucht werden die Anfänge der italischen Nationalität und ihre Anknüpfung an eine ältere Periode zu bezeichnen um den Ahnungen des einsichtigen Lesers nicht Worte zu leihen aber die Richtung zu weisen Alles was man das patriarchalische Element im Staate nennen kann ruht in Griechenland wie in Italien auf denselben Fundamenten Vor vor allen Dingen gehört hierher die sittliche und ehrbare Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens welche dem Manne die Monogamie gebietet und den Ehebruch der Frau schwer ahndet und welche in der hohen Stellung der Mutter innerhalb des häuslichen Kreises die Ebenbürtigkeit beider Geschlechter und die Heiligkeit der Ehe anerkennt dagegen ist die schroffe und gegen die Persönlichkeit rücksichtslose Entwicklung der eheherrlichen und mehr noch der väterlichen Gewalt den Griechen fremd und italisches eigen die sittliche Untertänigkeit hat erst in Italien sich zur rechtlichen Knechtschaft umgestaltet in derselben Weise wurde die vollständige Rechtlosigkeit des Knechts wie sie im Wesen der Sklaverei lag von den Römern mit erbarmungsloser Strenge festgehalten und in allen ihren Konsequenzen entwickelt wogegen bei den Griechen früh tatsächliche und rechtliche Milderungen stattfanden und zum Beispiel die Sklavenehe als ein gesetzliches Verhältnis anerkannt ward auf dem Hause beruht das Geschlecht das heißt die Gemeinschaft der Nachkommen desselben Stammvaters und von dem Geschlecht ist bei den Griechen wie den Italikern das staatliche Dasein ausgegangen aber wenn in der schwächeren politischen Entwicklung Griechenlands der Geschlechtsverband als korporative Macht dem Staat gegenüber sich noch weit in die historische Zeit hinein behauptet hat erscheint der italische Staat sofort insofern fertig als ihm gegenüber die Geschlechter vollständig neutralisiert sind und er nicht die Gemeinschaft der Geschlechter sondern die Gemeinschaft der Bürger darstellt dass dagegen umgekehrt das Individuum dem Geschlecht gegenüber in Griechenland weit früher und vollständiger zur innerlichen Freiheit und eigenartigen Entwicklung gediehen ist als in Rom spiegelt sich mit großer Deutlichkeit in der bei beiden Völkern durchaus verschiedenartigen Entwicklung der ursprünglich doch gleichartigen Eigennamen in den älteren Griechischen tritt der Geschlechtsname sehr häufig adjektivisch zum Individuarnamen hinzu während umgekehrt noch die römischen Gelehrten es wussten dass ihre Vorfahren ursprünglich nur einen den späteren Vornamen führten aber während in Griechenland der adjektivische Geschlechtsname früh verschwindet wird er bei den Italikern und zwar nicht bloß bei den Römern zum Hauptnamen sodass der eigentliche Individualname das Pränomen sich ihm unterordnet ja es ist als sollte die geringe und immer mehr zusammenschwindende Zahl und die Bedeutungslosigkeit der italischen besonders der römischen Individualnamen verglichen mit der üppigen und poetischen Fülle der Griechischen uns wie im Bilde zeigen wie dort die Nivellierung hier die freie Entwicklung der Persönlichkeit im Wesen der Nation lag ein Zusammenleben in Familiengemeinden unter Stammhäuptern wie man es für die greco-italische Periode sich denken mag mochte den späteren italischen wie hellenischen Politen ungleich genug sehen musste aber dennoch die Anfänge der beiderseitigen Rechtsbildung notwendig bereits enthalten die Gesetze des Königs Italos die noch in Aristoteles Zeiten angewendet wurden mögen diese beiden Nationen wesentlich gemeinsamen Institutionen bezeichnen Frieden und Rechtsfolge innerhalb der Gemeinde Kriegsstand und Kriegsrecht nach außen ein Regiment des Stammhauptes ein Rat der Alten Versammlungen der Waffenfähigen Freien eine gewisse Verfassung müssen in denselben enthalten gewesen sein Gericht Krimen Krinen Buße Pöner Puine Wiedervergeltung Talio Talau sind greko-italische Begriffe das strenge Schuldrecht nach welchem der Schuldner für die Rückgabe des Empfangenen zunächst mit seinem Leib haftet ist den Italikern und zum Beispiel den Tarantinischen Heraklioten gemeinsam die Grundgedanken der römischen Verfassung Königtum Senat und einen nur zur Bestätigung oder Verwerfung der von dem König und dem Senat an sie gebrachten Anträge befugte Volksversammlung sind kaum irgendwo so scharf ausgesprochen wie in Aristoteles Bericht über die ältere Verfassung von Kreta die Keime zu größeren Staatenbünden in der staatlichen Verbrüderung oder gar der Verschmelzung mehrerer bisher selbständiger Stämme Symmachie Symmachie Symmachismos sind gleichfalls beiden Nationen gemein Es ist auf diese Gemeinsamkeit der Grundlagen hellenischer und italischer Politie umso mehr Gewicht zu legen als dieselbe sich nicht auch auf die übrigen indogermanischen Stämme mit erstreckt wie denn zum Beispiel die deutsche Gemeindeordnung keineswegs wie die der Griechen und Italiker von dem Wahlkönigtum ausgeht wie verschieden aber die auf dieser gleichen Basis in Italien und in Griechenland aufgebauten Politien waren und wie vollständig der ganze Verlauf der politischen Entwicklung jeder der beiden Nationen als Sondergut angehört wird die weitere Erzählung darzulegen haben Nicht anders ist es in der Religion wo liegt in Italien wie in Hellas dem Volksglauben der gleiche Gemeinschatz symbolischer und allegorisierter Naturanschauungen zugrunde auf diesem ruht die allgemeine Analogie zwischen der römischen und der griechischen Götter und Geisterwelt die in späteren Entwicklungsstadien so wichtig werden sollte auch in zahlreichen Einzelvorstellungen in der schon erwähnten Gestalt des Zeus Diovis und der Hestia Vesta in dem Begriff des heiligen Raumes Temenos Templum in manchen Opfern und Zeremonien stimmten die beiderseitigen Kulte nicht bloß zufällig überein Aber dennoch gestalteten sie sich in Hellas wie in Italien so vollständig national und eigentümlich dass selbst von dem alten Erbgut nur weniges in erkennbarer Weise und auch dieses meistenteils unverstanden oder missverstanden bewahrt ward Es konnte nicht anders sein denn wie in den Völkern selbst die großen Gegensätze sich schieden welche die greko-italische Periode noch in ihrer Unmittelbarkeit zusammengehalten hatte so schied sich auch in ihrer Religion Begriff und Bild die bis dahin nur ein Ganzes in der Seele gewesen waren Jene alten Bauern mochten wenn die Wolken am Himmel hingejagt wurden sich das so ausdrücken dass die Hündin der Götter die verscheuchten Kühe der Herde zusammentreibe Der Grieche vergaß es dass die Kühe eigentlich die Wolken waren und machte aus dem bloß für einzelne Zwecke gestatteten Sohn der Götterhündin den zu allen Diensten bereiten und geschickten Götter boten Wenn der Donner in den Bergen rollte sah er den Zeus auf dem Olymp die Keile schwingen Wenn der blaue Himmel wieder auflächelte blickte er in das glänzende Auge der Tochter des Zeus Athenaya und so mächtig lebten ihm die Gestalten die er sich geschaffen dass er bald in ihnen nichts sah als vom Glanze der Naturkraft strahlende und getragene Menschen und sie frei nach den Gesetzen der Schönheit bildete und umbildete Wohl Wohl anders aber nicht schwächer offenbarte sich die innige Religiosität des italischen Stammes der den Begriff festhielt und es nicht litt dass die Form ihn verdunkelte wie der Grieche wenn er opfert die Augen zum Himmel aufschlägt so verhüllt der Römer sein Haupt denn jenes Gebet ist Anschauung und dieses Gedanke in der ganzen Natur verehrt er das Geistige und Allgemeine jedem Wesen Menschen wie dem Baum dem Staat wie der Vorratskammer ist der mit ihm entstandene und mit ihm vergehende Geist zugegeben das Nachbild des physischen im geistigen Gebiet dem Mann der männliche Genius der Frau die weibliche Juno der Grenze der Terminus dem Wald der Silvanus dem kreisenden Jahr der Vertumnus und also weiter jedem nach seiner Art Ja es wird in den Handlungen der einzelne Moment der Tätigkeit vergeistigt so wird beispielsweise in der Fürbitte für den Landmann angerufen der Geist der Brache des Ackerns des Furchens Sehens Zudeckens Eggens und sofort bis zu dem des Einfahrens Rufspeicherns und des Öffnens der Scheuer und in ähnlicher Weise wird Ehe Geburt und jedes andere physische Ereignis mit heiligem Leben ausgestattet Je größere Kreise indes die Abstraktion beschreibt desto höher steigt der Gott und die Ehrfurcht der Menschen So sind Jupiter und Juno die Abstraktionen der Männlichkeit und der Weiblichkeit Dea Dia oder Ceres die Schaffende Menava die erinnernde Kraft Deabona oder bei den Samniten Deacupra die gute Gottheit Wie den Griechen alles konkret und körperlich erschien so konnte der Römer nur abstrakte vollkommen durchsichtige Formen brauchen und warf der Grieche den alten Sagenschatz der Urzeit deshalb zum größten Teil weg weil in deren Gestalten der Begriff noch zu durchsichtig war so konnte der Römer ihn noch weniger festhalten weil ihm die heiligen Gedanken auch durch den leichtesten Schleier der Allegorie sich zu trüben schienen nicht einmal von den ältesten und allgemeinsten Mythen zum Beispiel der den Indern Griechen und selbst den Semiten geläufigen Erzählung von dem nach einer großen Flut übrig gebliebenen gemeinsamen Stammvater des gegenwärtigen Menschengeschlechts ist bei den Römern eine Spur bewahrt worden ihre Götter konnten nicht sich vermählen und Kinder zeugen wie die Hellenischen sie wanderten nicht ungesehen unter den Sterblichen und bedurften nicht des Nektars aber dass sie dennoch in ihrer Geistigkeit die nur der Platten Auffassung platt erscheint die Gemüter mächtig und vielleicht mächtiger fassten als die nach dem Bilde des Menschen geschaffenen Götter von Hellas davon würde auch wenn die Geschichte schwiege schon die römische dem Worte wie dem Begriff nach unhellenische Benennung des Glaubens die Religio das heißt die Bindung Zeugen Wie Indien und Iran aus einem und demselben Erbschatz jenes die Formenfülle seiner heiligen Eben dieses die Abstraktionen des Zender Wester entwickelte so herrscht auch in der griechischen Mythologie die Person in der römischen der Begriff dort die Freiheit hier die Notwendigkeit Endlich gilt was von dem Ernst des Lebens auch von dessen Nachbild in Scherz und Spiel welche ja überall und am meisten in der ältesten Zeit des vollen und einfachen Daseins den Ernst nicht ausschließen sondern einhüllen Die einfachsten Elemente der Kunst sind in Latium und in Hellas durchaus dieselben der ehrbare Waffentanz der Sprung Triumphus Triambos die Trambos der Mummenschanz der vollen Leute Satyrei Satyra die in Schaf und Bockfälle gehüllt mit ihren Späßen das Fest beschließen endlich das Instrument der Flöte das den feierlichen wie den lustigen Tanz mit angemessenen Weisen beherrscht und begleitet nirgends vielleicht tritt so deutlich wie hier die vorzugsweise enge Verwandtschaft der Hellenen und der Italiker zutage und dennoch ist die Entwicklung der beiden Nationen in keiner anderen Richtung so weit auseinander gegangen die Jugendbildung blieb in Latium gebannt in die engen Schranken der hauslichen Erziehung in Griechenland schuf der Drang nach mannigfaltiger und doch harmonischer Bildung des menschlichen Geistes und Körpers die von der Nation und von den Einzelnen als ihr bestes gut gepflegten Wissenschaften der Gymnastik und der Pedagia Latium steht in der Durftigkeit seiner künstlerischen Entwicklung fast auf der Stufe der kulturlosen Völker in Hellas ist mit unglaublicher Raschheit aus den religiösen Vorstellungen der Mythos und die Kultfigur und aus diesen jene Wunderwelt der Poesie und der Bildnerei erwachsen deren dem schönen Knaben Freunde zu dienen und den verlorenen Mut in den Schlachtliedern des göttlichen Sängers wiederzufinden so stehen so stehen beiden Nationen in denen das Altertum sein Höchstes erreicht hat ebenso verschieden wie ebenbürtig nebeneinander die Vorzüge der Hellenen vor den Italikern sind von allgemeinerer Fasslichkeit und von hellerem Nachglanz aber das tiefe Gefühl des Allgemeinen im Besonderen die Hingebung und Aufopferungsfähigkeit des Einzelnen der ernste Glaube an die eigenen Götter ist der reiche Schatz der italischen Nation beide Völker haben sich einseitig entwickelt und darum beide vollkommen nur engherzige Armseligkeit wird den Athener schmähen weil er seine Gemeinde nicht zu gestalten verstand wie die Fabier und Valerier oder den Römer weil er nicht bilden lernte wie Phaidias und Dichten wie Aristophanes es war eben das beste und eigenste des griechischen Volkes was es ihm unmöglich machte von der nationalen Einheit zur politischen fortzuschreiten ohne doch die Politie zugleich mit der Despotie zu vertauschen die ideale Welt der Schönheit war den Hellenen alles und ersetzte ihnen selbst bis zu einem gewissen Grade was in der Realität ihnen abging wo immer in Hellas ein Ansatz zu nationaler Einigung hervortritt beruht dieser nicht auf den unmittelbar politischen Faktoren sondern auf Spiel und Kunst nur die olympischen Wettkämpfe nur die homerischen Gesänge nur die europideische Tragödie hielten Hellas in sich zusammen entschlossen gab dagegen der Italiker die Willkür hin um der Freiheit willen und lernte dem Vater gehorchen damit er dem Staate zu gehorchen verstände mochte der Einzelne bei dieser Untertänigkeit Verderben und der schönste menschliche Keim darüber verkümmern er gewann dafür ein Vaterland und ein Vaterlands Gefühl wie der Grieche es nie gekannt hat und errang allein unter allen Kulturvölkern des Altertums bei einer auf Selbst Regiment ruhenden Verfassung die nationale Einheit die ihm endlich über den zersplitterten hellenischen Stamm und über den ganzen Erdkreis die Bootmäßigkeit in die Hand legte Ende von zweites Kapitel 3 drittes Kapitel von römische Geschichte Buch 1 Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox Punkt Org Fußnoten und fremdsprachige Zitate läßt der Vorleser aus Römische Geschichte Buch 1 von Theodor Mommsen Drittes Kapitel Die Ansiedlungen der Latiner Die Heimat des indogermanischen Stammes ist der westliche Teil Mittel Asiens Von dort aus hat er sich teils in südöstlicher Richtung über Indien teils in nordwestlicher über Europa ausgebreitet genauer den Ursitz der Indogermanen zu bestimmen ist schwierig jedenfalls muss er im Binnenlande und von der See entfernt gewesen sein da keine Benennung des Meeres dem asiatischen und dem europäischen Zweige gemeinsam ist manche Spuren weisen näher in die Euphrat Landschaften so dass merkwürdigerweise die Urheimat der beiden wichtigsten Kulturstämme des indogermanischen und des aramäischen räumlich fast zusammenfällt eine Unterstützung für die Annahme einer allerdings fast jenseits aller verfolgbaren Kultur- und Sprachentwicklung liegenden Gemeinschaft auch dieser Völker eine engere Lokalisierung ist ebenso wenig möglich als es möglich ist die einzelnen Stämme auf ihren weiteren Wanderungen zu begleiten der europäische mag noch nach dem Ausscheiden der Inder längere Zeit in Persien und Armenien verweilt haben denn allem Anschein nach ist hier die Wiege des Acker und Weinbaus Gerste Spelt und Weizen sind in Mesopotamien der Weinstock südlich vom Kaukasus und vom Kaspischen Meer einheimisch eben da sind der Pflaumen und der Nussbaum und andere der leichter zu verpflanzenden Fruchtbäume zu Hause Bemerkenswert ist es auch dass den meisten europäischen Stämmen den Lateinern Kelten Deutschen und Slaven der Name des Meeres gemeinsam ist sie müssen also wohl vor ihrer Scheidung die Küste des Schwarzen oder auch des Kaspischen Meeres erreicht haben auf welchem Wege von dort die Italiker an die Alpenkette gelangt sind und wo namentlich sie allein noch mit den Hellenen vereinigt gesiedelt haben mögen lässt sich nur beantworten wenn es entschieden ist auf welchem Wege ob von Kleinasien oder vom Donaugebiet aus die Hellenen nach Griechenland gelangt sind daß die Italiker eben wie die Inder von Norden her in ihre Halbinsel eingewandert sind darf auf jeden Fall als ausgemacht gelten der Zug des umbrich sabelischen Stammes auf dem mittleren Bergrücken Italiens in der Richtung von Norden nach Süden läßt sich noch deutlich verfolgen ja die letzten Phasen desselben gehören der vollkommen historischen Zeit an weniger kenntlich ist der Weg den die latinische Wanderung einschlug vermutlich zog sie in ähnlicher Richtung an der Westküste entlang wo lange bevor die ersten sabelischen Stämme aufbrachen der Strom überflutet die Höhen erst wenn die Niederungen schon eingenommen sind und nur wenn die latinischen Stämme schon vorher an der Küste saßen erklärt es sich daß die Sabeler sich mit den raueren Gebirgen begnügten und erst von diesen aus wo es anging sich zwischen die latinischen Völker drängten dass vom linken Ufer des Tiber bis an die volskischen Berge ein latinischer Stamm wohnte ist allbekannt diese Berge selbst aber welche bei der ersten Einwanderung als noch die Ebenen von Latium und Kampanien offen standen verschmäht verschmäht worden zu sein scheinen waren wie die volskischen Inschriften zeigen von einem den Sabellern näher als den Latinern verwandten Stamm besetzt dagegen wohnten in Kampanien vor der griechischen und samnitischen Einwanderung wahrscheinlich Latiner denn die italischen Namen Noffla oder Nola Neustadt Campani Capua Voltonus von Volvere wie Jutona von Juvare Opski Arbeiter sind nachweislich älter als der samnitische Einfall und beweisen dass als Kyme von den Griechen gegründet ward ein italischer und wahrscheinlich latinischer Stamm die Ausona Kampanien innehatten Auch die Urbewohner der später von den Lucanern und Bretiern bewohnten Landschaften die eigentlichen Itali Bewohner des Rinderlandes werden von den besten Beobachtern nicht zu dem Iapygischen sondern zu dem italischen Stamm gestellt Es ist nichts im Wege sie dem latinischen Stamm beizuzählen obwohl die noch vor dem Beginn der staatlichen Entwicklung Italiens erfolgte Hellenisierung dieser Gegenden und deren spätere Überflutung durch samnitische Schwarme die Spuren der älteren Nationalität hier gänzlich verwischt hat Auch den gleichfalls verschallenen Stamm der Sikuler setzen sehr alte Sagen in Beziehung zu Rom So erzählt der älteste italische Geschichtsschreiber Antiochus von Syrakus dass zum König Morgus von Italia das heißt der brettischen Halbinsel ein Mann namens Sikelos auf flüchtigem Fuß aus Rom gekommen sei und es scheinen diese Erzählungen zu beruhen auf der von den Berichterstattern wahrgenommene Stammesgleichheit der Sikuler deren es noch zu Tukidides Zeit in Italien gab und der Latina Die auffallende Verwandtschaft einzelner Dialektwörter des Sizilischen Griechisch mit dem Lateinischen erklärt sich zwar wohl nicht aus der alten Sprachgleichheit der Sikuler und Römer sondern vielmehr aus den alten Handelsverbindungen zwischen Rom und den Sizilischen Griechen Nach allen Spuren Indes sind nicht bloß die latinische sondern wahrscheinlich auch die kampanische und lukanische Landschaft das eigentliche Italia zwischen den Buchten von Tarent und Laos und die östliche Hälfte von Sizilien in uralter Zeit von verschiedenen Stämmen der latinischen Nation bewohnt gewesen Die Schicksale dieser Stämme waren sehr ungleich Die in Sizilien Groß Griechenland und Kampanien angesiedelten kamen mit den Griechen in Berührung in einer Epoche wo sie deren Zivilisation Widerstand zu leisten nicht vermochten und wurden entweder völlig hellenisiert wie namentlich in Sizilien oder doch so geschwächt dass sie der frischen Kraft der sabinischen Stämme ohne sonderliche Gegenwehr unterlagen So sind die Siculer die Italer und Morgeten die Ausoner nicht dazu gekommen eine tätige Rolle in der Geschichte der Halbinsel zu spielen Anders war es in Latium wo griechische Kolonien nicht gegründet worden sind und es den Einwohnern nach harten Kämpfen gelang sich gegen die Sabiner wie gegen die nördlichen Nachbarn zu behaupten Werfen wir einen Blick auf die Landschaft die wie keine andere in die Geschicke der alten Welt einzugreifen bestimmt war Schon in ureltester Zeit ist die Ebene von Latium der Schauplatz der großartigsten Naturkämpfe gewesen in denen die langsam bildende Kraft des Wassers und die Ausbrüche gewaltiger Vulkane Schicht über Schicht schoben desjenigen Bodens auf dem entschieden werden sollte welchem Volk die Herrschaft der Erde gehöre eingeschlossen im Osten von den Bergen der Sabine und Ägwer die dem Apennin angehören im Süden von dem bis zu Viertausend Fuß Höhe ansteigenden Volskischen Gebirg welches von dem Hauptstock des Apennin durch das alte Gebiet der Haniker die Hochebene des Saco Trerus neben Fluss des Liris getrennt ist und von dieser aus sich westlich ziehend mit dem Vorgebirg von Terrasina abschließt im Westen von dem Meer das an diesem Gestade nur wenige und geringe Häfen bildet im Norden in das weite etruskische Hügelland sich verlaufend breitet eine stattliche Ebene sich aus durch Flossen von dem Tiberes dem Bergstrom der aus den Umbrischen und dem Anjo der von den Sabinischen Bergen herkommt inselartig steigen in der Fläche auf teils die steilen Kalkfelsen des Sorakte im Nordosten des zurzeisischen Vorgebirgs im Südwesten sowie die ähnliche obwohl niedrigere Höhe des Janikulum bei Rom teils vulkanische Erhebungen deren erloschene Krater zu sehen geworden und zum Teil es noch sind die bedeutendste unter diesen ist das Albaner Gebirge das nach allen Seiten frei zwischen den Volksger Gebirgen und dem Tiber Fluss aus der Ebene emporragt hier siedelte der Stamm sich an den die Geschichte kennt unter dem Namen der Latiner oder wie sie später zur Unterscheidung von den außerhalb dieses Bereichs gegründeten latinischen Gemeinden genannt werden der alten Latiner Prisci Latini allein das von ihnen besetzte Gebiet die Landschaft Latium ist nur ein kleiner Teil jener mittelitalischen Ebene alles Land nördlich des Tiber ist den Latinern ein fremdes ja sogar ein feindliches Gebiet mit dessen Bewohnern ein ewiges Bündnis ein Landfriede nicht möglich war und die Waffenruhe stets auf beschränkte Zeit abgeschlossen worden zu sein scheint die Tibergrenze gegen Norden ist uralt und weder die Geschichte noch die bessere Sage hat eine Erinnerung davon bewahrt wie und wann diese folgenreiche Abgrenzung sich festgestellt hat die flachen und sumpfigen Strecken südlich vom Albaner Gebirge finden wir wo unsere Geschichte beginnt in den Händen umbrichsabellischer Stämme der Rutler und Volsker schon Ardea und Velitrae sind nicht mehr ursprünglich latinische Städte nur der mittlere Teil jenes Gebiets zwischen dem Tiber den Vorbergen des Apennin den Albaner Bergen und dem Meer ein Gebiet von etwa 34 deutschen Quadratmeilen wenig größer als der jetzige Kanton Zürich ist das eigentliche Latium die Ebene wie sie von den Höhen des Monte Carvo dem Auge sich darstellt die Landschaft ist eben aber nicht flach mit Ausnahme des sandigen und zum Teil vom Tiber aufgeschwemmten Meeresstrandes wird überall die Fläche unterbrochen durch mäßig hohe oft ziemlich steile Tuffhügel und tiefe Erdspalten und diese stets wechselnden Steigungen und Senkungen des Bodens bilden zwischen sich im Winter jene Lachen deren Verdunsten in der Sommerhitze namentlich wegen der darin faulenden organischen Substanzen die böse Fieber schwangere Luft entwickelt welche in alter wie in neuer Zeit im Sommer die Landschaft verpestet es ist ein Irrtum dass diese Miasmen erst durch den Verfall des Ackerbaus entstanden seien wie in das Missregiment des letzten Jahrhunderts der Republik und das der Päpste herbeigeführt haben ihre Ursache liegt vielmehr in dem mangelnden Gefäll des Wassers und wirkt noch heute wie vor Jahrtausenden wahr ist es indes dass bis auf einen gewissen Grad die böse Luft sich bannen lässt durch die Intensität der Boden Kultur wovon die Ursache noch nicht vollständig ermittelt ist zum Teil aber darin liegen wird dass die Bearbeitung der Oberfläche das Austrocknen der stehenden Wasser beschleunigt immer bleibt die Entstehung einer dichten ackerbauenden Bevölkerung in Gegenden die jetzt keine gesunden Bewohner gedeihen lassen und in denen der Reisende nicht gern die Nacht verweilt wie die latinische Ebene und die Niederungen von Sybaris und Metapons sind eine für uns befremdliche Tatsache man muss sich erinnern dass auf einer niedrigen Kulturstufe das Volk überhaupt einen schärferen Blick hat für das was die Natur erheicht und eine größere Fügsamkeit gegen ihre Gebote vielleicht auch physisch ein elastischeres Wesen das dem Boden sich inniger anschmiegt in Sardinien wird unter ganz ähnlichen natürlichen Verhältnissen der Ackerbau noch heutzutage betrieben die böse Luft ist wohl vorhanden allein der Bauer entzieht sich ihren Einflüssen durch Vorsicht in Kleidung Nahrung und Wahl der Tagesstunden in in der Tat schützt vor der Aria Kativa nichts so sicher als das Tragen der Tier Fließe und das lodernde Feuer woraus sich erklärt weshalb der römische Landmann beständig in schwere Wollstoffe gekleidet ging und das Feuer auf seinem Herd nicht erlöschen ließ Im Übrigen musste die Landschaft einem einwandernden ackerbauenden Volke einladend erscheinen Der Boden ist leicht mit Hacke und Karst zu bearbeiten und auch ohne Düngung ertragsfähig ohne nach italienischem Maßstab auffallend ergiebig zu sein Der Weizen gibt durchschnittlich etwa das fünfte Korn An gutem Wasser ist kein Überfluss Umso höher und heiliger hielt die Bevölkerung jede frische Quelle Es ist kein Bericht darüber erhalten wie die Ansiedlungen der Latiner in der Landschaft welche seitdem ihren Namen trug erfolgt sind und wir sind darüber fast allein auf Rückschlüsse angewiesen Einiges indes lässt sich dennoch erkennen oder mit Wahrscheinlichkeit vermuten Die römische Mark zerfiel in ältester Zeit in eine Anzahl Geschlechterbezirke welche späterhin benutzt wurden um daraus die ältesten Landquartiere Tribus Rusticae zu bilden von dem claudischen quartier ist es überliefert dass es aus der Ansiedlung der claudischen Geschlechtsgenossen am Anjo erwuchs und dasselbe geht ebenso sicher für die übrigen Distrikte der ältesten Einteilung hervor aus ihren Namen diese sind nicht wie die der später hinzugefügten Distrikte von Örtlichkeiten entlehnt sondern ohne Ausnahme von Geschlechternamen gebildet und es sind die Geschlechter die den Quartieren der ursprünglichen römischen Mark die Namen gaben soweit sie nicht gänzlich verschollen sind wie die Camillii Galerii Monii Polly Puppini Volintii Durchaus die ältesten römischen Patrizierfamilien die Emiliii Cornelii Fabii Horrathii Menennii Papirii Romilii Sergii Voturii Bemerkenswert ist es dass unter all diesen Geschlechtern kein einziges erscheint das nachweislich erst später nach Rom übergesiedelt wäre ähnlich wie der römische wird jeder italische und ohne Zweifel auch jeder hellenische Gau von Haus aus in eine Anzahl zugleich örtlich und geschlechtlich vereinigter Genossenschaften zerfallen sein es ist diese Geschlechtsansiedlung das Haus Eukia der Griechen aus dem wie in Rom die Tribus auch dort sehr häufig die Komen oder Dämen hervorgegangen sind die entsprechenden italischen Benennungen Haus Vikus oder Bezirk Pagus von Pangere deuten gleichfalls das Zusammensiedeln der Geschlechtsgenossen an und gehen im Sprachgebrauch begreiflicherweise über in die Bedeutung Weiler oder Dorf wie zu dem Hause ein Acker so gehört zu dem Geschlechtshaus oder Dorf eine Geschlechtsmark die aber wie später zu zeigen sein wird bis in verhältnismäßig späte Zeit noch gleichsam als Haus mag das heißt nach dem System der Feldgemeinschaft bestellt wurde ob die Geschlechtshäuser in Latium selbst sich zu Geschlechtsdörfern entwickelt haben oder ob die Latiner schon als Geschlechtsgenossenschaften in Latium eingewandert sind ist eine Frage auf die wir ebenso wenig eine Antwort haben als wir zu bestimmen vermögen in welcher Weise die Gesamtwirtschaft welche durch eine derartige Ordnung gefordert wird sich in Latium gestaltet hat in wie weit das Geschlecht neben der Abstammung noch auf äußerliche Ein- und Zusammenordnung nicht blutsverwandter Individuen mit beruhen mag von Haus aus aber galten diese Geschlechtsgenossenschaften nicht als selbstständige Einheiten sondern als die integrierenden Teile einer politischen Gemeinde Civitas Populus welche zunächst auftritt als ein zu gegenseitiger Rechtsfolge und Rechtshilfe und zu Gemeinschaftlichkeit in Abwehr und Angriff verpflichteter Inbegriff eine Anzahl Stamm, Sprach und Sitten gleicher Geschlechtsdörfer An einem festen örtlichen Mittelpunkt konnte es diesem Gau so wenig fehlen wie der Geschlechtsgenossenschaft Da indes die Geschlechts das heißt die Gaugenossen in ihren Dörfern wohnten so konnte der Mittelpunkt des Gaues nicht eine eigentliche Zusammensiedlung eine Stadt sondern nur eine gemeine Versammlungsstätte seien welche die Dingstätte und die gemeinen Heiligtümer des Gaues in sich schloss wo die Gaugenossen an jedem achten Tag des Verkehrs wie des Vergnügens wegen sich zusammenfanden und wo sie im Kriegsfall sich und ihr Vieh vor dem einfallenden Feind sicherer bargen als in den Weilern die aber übrigens regelmaessig nicht oder schwach bewohnt war ganz ähnliche alte Zufluchtsstätten sind noch heutzutage in dem Hügellande der Ostschweiz auf mehreren Bergspitzen zu erkennen Ein solcher Platz heißt in Italien Höhe Capitulium wie Acra das Berghaupt oder Wer Arx von Acere Es ist noch keine Stadt aber die Grundlage einer künftigen in dem die Häuser an die Burg sich anschließen und späterhin sich umgeben mit dem Ringer Orbs mit Orvus Corvus vielleicht auch mit Orbis verwandt Den äußerlichen Unterschied zwischen Burg und Stadt gibt die Anzahl der Tore deren die Burg möglichst wenige die Stadt möglichst viele jene in der Regel nur ein einziges diese mindestens drei hat auf diesen Befestigungen ruht die vorstädtische Gau Verfassung Italiens welche in denjenigen italischen Landschaften die zum städtischen zusammensiedeln erst spät und zum Teil noch bis auf den heutigen Tag nicht vollständig gelangt sind wie im Maserland und in den kleinen Gauen der Brutzen noch einigermaßen sich erkennen lässt die Landschaft der Äquikula die noch in der Kaiserzeit nicht in Städten sondern in unzähligen offenen Weilern wohnten zeigt eine Menge altertümlicher Mauerringe die als verödete Städte mit einzelnen Tempeln das Staunen der Römischen wie der heutigen Archäologen erregten von denen jene ihre Urbewohner ab Origines diese ihre Pelasca hier unterbringen zu können meinten gewiss richtiger wird man in diesen Anlagen nicht ummauerte Städte erkennen sondern Zufluchtsstädten der Mark Genossen wie sie in älterer Zeit ohne Zweifel in ganz Italien wenngleich in weniger kunstvoller Weise angelegt bestanden dass in derselben Epoche wo die zu städtischen Ansiedlungen übergegangenen Stämme ihren Städten steinerne Ringmauern gaben auch diejenigen Landschaften die in offenen Weilern zu wohnen fortfuhren die Erdwelle und Fahrwerke ihrer Festungen durch Steinbauten ersetzten ist natürlich als dann in der Zeit des gesicherten Landfriedens man solcher Festungen nicht mehr bedurfte wurden diese Zufluchtsstädten verlassen und bald den späteren Generationen ein Rätsel jene Gauer also die in einer Burg ihren Mittelpunkt fanden und eine gewisse Anzahl Geschlechtsgenossenschaften in sich begriffen sind als die ursprünglichen staatlichen Einheiten der Ausgangspunkt der italischen Geschichte indes wo und in welchem Umfang innerhalb Latiums dergleichen Gauer sich bildeten ist weder mit Bestimmtheit auszumachen noch von besonderem historischen Interesse das isolierte Albaner Gebirge das den Ansiedlern die gesundeste Luft die frischesten Quellen und die am meisten gesicherte Lage darbot diese natürliche Burg Latiums ist ohne Zweifel von den Ankömmlingen zuerst besetzt worden hier lag denn auch auf der schmalen Hochfläche oberhalb Palazzola zwischen dem albanischen See Laggio di Castello und dem albanischen Berg Monte Carvo lang hingestreckt Alba das durchaus als Ursitz des latinischen Stammes und Mutterort Roms sowie aller übrigen altlatinischen Gemeinden galt hier an den Abhängen die uralten latinischen Ortschaften Lanuvium Arisia und Tusculum hier finden sich auch von jenen uralten Bauwerken welche die Anfänge der Zivilisation zu bezeichnen pflegen und gleichsam der Nachwelt zum Zeugnis dastehen davon dass Palaz Athene in der Tat wenn sie erscheint erwachsen in die Welt tritt so die Abschroffung der Felswand unterhalb Alba nach Palazzola zu welche den durch die steilen Abhänge des Monte Carvo nach Süden zu von natur unzugänglichen Ort von Norden her ebenso unnahbar macht und nur die beiden schmalen leicht zu verteidigenden Zugänge von Osten und Westen her für den Verkehr freilässt und vor allem der gewaltige in die harte sechstausend fuß mächtige Lavawand mannshoch gebrochene Stollen durch welchen der in dem alten Krater des Albaner Gebirges entstandene See bis auf seine jetzige Tiefe abgelassen und für den Ackerbau auf dem Berge selbst ein bedeutender Raum gewonnen worden ist Natürliche Festen der latinischen Ebene sind auch die Spitzen der letzten Ausläufer der Sabiner Gebirge wo aus solchen Gauburgen später die ansehnlichen Städte Tibor und Preneste hervorgingen Auch Labisi Gabii und Numentum in der Ebene zwischen dem Albaner und Sabiner Gebirge und dem Tiber Rom am Tiber Laurentum und Lavinium an der Küste sind mehr oder minder alte Mittelpunkte latinischer Kolonisation um von zahlreichen anderen minder namhaften und zum Teil fast verschollenen zu schweigen Alle diese Gaue waren in ältester Zeit politisch souverän und wurden ein jeder von seinem Fürsten unter Mitwirkung des Rates der Alten und der Versammlung der Wehrmänner regiert aber dennoch ging nicht bloß das Gefühl der Sprach und Stamm Genossenschaft durch diesen ganzen Kreis sondern es offenbarte sich dasselbe auch in einer wichtigen religiösen und staatlichen Institution in dem ewigen Bunde der sämtlichen latinischen Gaue die Vorstandschaft stand ursprünglich nach allgemeinem italischen wie hellenischen Gebrauch demjenigen Gau zu in dessen Grenzen die Bundesstädten lagen es war dies der Gau von Alba der überhaupt wie gesagt als der älteste und vornehmste der latinischen betrachtet ward der berechtigten Gemeinden waren anfänglich dreißig wie denn diese Zahl als Summe der Teile eines Gemeinwesens in Griechenland wie in Italien ungemein häufig begegnet welche Ortschaften zu den dreißig altlatinischen Gemeinden oder wie sie in Beziehung auf die Metropolrechte Albas auch wohl genannt werden zu den dreißig albanischen Kolonien ursprünglich gezählt worden sind ist nicht überliefert und nicht mehr auszumachen wie bei den ähnlichen Eidgenossenschaften zum Beispiel der Beoter und der Ionier die Pambiotien und Panionien war der Mittelpunkt dieser Vereinigung das latinische Fest Ferriere Latine an welchem auf dem Berg von Alba Mons Albanus Monte Carvo an einem alljährlich von dem Vorstand dafür festgesetzten Tage dem latinischen Gott Jupiter Latiares von dem gesamten Stamm ein Stieropfer dargebracht ward zu dem Opferschmaus hatte jede teilnehmende Gemeinde nach festem Satz ein gewisses an Vieh Milch und Käse zu liefern und dagegen von dem Opferbraten ein Stück zu empfangen diese Gebräuche dauerten fort bis in die späte Zeit und sind wohl bekannt über die wichtigeren rechtlichen Wirkungen dieser Verbindung dagegen vermögen wir fast nur Mutmaßungen aufzustellen Seit ältester Zeit schlossen sich an das religiöse Fest auf dem Berg von Alba auch Versammlungen der Vertreter der einzelnen Gemeinden auf der benachbarten latinischen Dingstätte am Quell der Ferentina bei Marino und überhaupt kann eine solche Eidgenossenschaft nicht gedacht werden ohne eine gewisse Oberverwaltung des Bundes und eine für die ganze Landschaft gültige Rechtsordnung dass dem Bunde wegen Verletzung des Bundesrechts eine Gerichtsbarkeit zustand und in diesem Fall selbst auf den Tod erkannt werden konnte ist überliefert und glaublich auch die spätere Rechts und eine gewisse Ehegemeinschaft der latinischen Gemeinden darf wohl schon als integrierender Teil des ältesten Bundesrechts gedacht werden sodass also der Latiner mit der Latinerin rechte Kinder erzielen und in ganz Latium Grundbesitz erwerben und Handel und Wandel treiben konnte der Bund mag ferner für die Streitigkeiten der Gaue untereinander ein Schieds- und Bundesgericht angeordnet haben dagegen lässt sich eine eigentliche Beschränkung des souveränen Rechts jeder Gemeinde über Krieg und Frieden durch den Bund nicht nachweisen ebenso leidet es keinen Zweifel dass mit der Bundesverfassung die Möglichkeit gegeben war einen Bundeskrieg abwehrend und selbst angreifend zu führen wobei denn ein Bundesfeldherr ein Herzog natürlich nicht fehlen konnte aber wir haben keinen Grund anzunehmen dass in diesem Fall jede Gemeinde rechtlich gezwungen war Heeresfolge zu leisten oder dass es ihr umgekehrt verwehrt war auf eigene Hand einen Krieg selbst gegen ein Bundesmitglied zu beginnen dagegen finden sich Spuren dass während der latinischen Feier ähnlich wie während der hellenischen Bundesfeste ein Gottesfriede in ganz Latium galt und wahrscheinlich in dieser Zeit auch die verfedeten Stämme einander sicheres Gleit zugestanden noch weniger ist es möglich den Umfang der Vorrechte des führenden Gaues zu bestimmen nur so viel lässt sich sagen dass keine Ursache vorhanden ist in der albanischen Vorstandschaft eine wahre politische Hegemonie über Latium zu erkennen und das möglicher ja wahrscheinlicherweise dieselbe nicht mehr in Latium zu bedeuten hatte als die elische Ehrenvorstandschaft in Griechenland überhaupt war der Umfang wie der Rechtsinhalt dieses latinischen Bundes vermutlich lose und wandelbar doch war und blieb er nicht ein zufälliges Aggregat verschiedener mehr oder minder einander fremder Gemeinden sondern der rechtliche und notwendige Ausdruck des latinischen Stammes wenn der latinische Bund nicht zu allen Zeiten alle latinische Gemeinden umfasst haben mag so hat er doch zu keiner Zeit einer nicht latinischen die Mitgliedschaft gewährt sein Gegenbild in Griechenland ist nicht die delphische Amphiktheonie sondern die böotische oder ätholische Eidgenossenschaft diese allgemeinen Umrisse müssen genügen ein jeder Versuch die Linien schärfer zu ziehen würde das Bild nur verfälschen das mannigfache Spiel wie die ältesten politischen Atome die Gaue sich in Latium gesucht und geflohen haben mögen ist ohne berichtfähige Zeugen vorüber gegangen und es muss genügen das eine und bleibende darin festzuhalten dass sie in einem gemeinschaftlichen Mittelpunkt zwar nicht ihre Einheitlichkeit Aufgaben aber doch das Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit hegten und steigerten und damit den Fortschritt vorbereiteten von dem kantonalen Partikularismus mit dem jede Volksgeschichte anhebt und anheben muss zu der nationalen Einigung mit der jede Volksgeschichte endigt oder doch endigen sollte Ende von drittes Kapitel Viertes Kapitel 1 von Römische Geschichte Buch 1 Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox .org Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus Römische Geschichte Buch 1 von Theodor Mommsen Viertes Kapitel 1 Die Anfänge Roms Etwa drei deutsche Meilen von der Mündung des Tiberflusses Strom aufwärts erheben sich an beiden Ufern desselben mäßige Hügel höhere auf dem rechten niedrigere auf dem linken und an den letzteren haftet seit mindestens dritthalb tausend jahren der name der Römer es läßt sich natürlich nicht angeben wie und wann er aufgekommen ist sicher ist nur dass in der ältesten uns bekannten Namensform die Gaugenossen Ramner Ramnes heißen nicht Romaner und diese der älteren Sprachperiode gläufige dem lateinischen aber in früher Zeit abhandengekommene Lautverschiebung ist ein redendes Zeugnis für das unvordenkliche Alter des Namens eine sichere Ableitung lässt sich nicht geben möglich ist es dass die Ramner die Stromleute sind aber sie blieben nicht allein auf den Hügeln am Tiberufer in der Gliederung der ältesten römischen Bürgerschaft hat sich eine Spur erhalten dass dieselbe hervorgegangen ist aus der Verschmelzung Dreier wahrscheinlich ehemals unabhängiger Gauer der Ramner Titier und Lucera zu einem einheitlichen Gemeinwesen also aus einem Syn Ökymus wie derjenige war woraus in Attica Athen hervorging Wie uralt diese Drittelung der Gemeinde ist zeigt wohl am deutlichsten dass die Römer namentlich in staatsrechtlicher Beziehung für Teilen und Teil regelmäßig sagen Dritteln Tribuere und Drittel Tribus und dieser Ausdruck schon früh wie unser Quartier die ursprüngliche Zahlbedeutung einbüßt Noch nach der Vereinigung besaß jede dieser drei ehemaligen Gemeinden und jetzigen Abteilungen ein Drittel der gemeinschaftlichen Feldmark und war in der Bürgerwehr wie im Rate der Alten gleichmäßig vertreten wie denn auch im Sakralwesen die durch drei teilbare Mitgliederzahl fast aller ältesten Kollegien der heiligen Jungfrauen der Tänzer der Ackerbrüder der Wolfsgilde der Vogelschauer wahrscheinlich auf diese Dreiteilung zurückgeht man hat mit diesen drei Elementen in die die älteste römische Bürgerschaft zerfiel den heillosesten Unfug getrieben die unverständige Meinung dass die römische Nation ein Mischvolk sei knüpft hier an und bemüht sich in verschiedenartiger Weise die drei großen italischen Rassen als komponierende Elemente des ältesten Rom darzustellen und das Volk das wie wenig andere seine Sprache seinen Staat und seine Religion rein und volkstümlich entwickelt hat in ein wüstes Gerölle etruskischer und sabinischer hellenischer und leider sogar pelaskischer Trümmer zu verwandeln Nach Beseitigung der teils widersinnigen teils grundlosen Hypothesen lässt sich in wenige Worte zusammenfassen was über die Nationalität der komponierenden Elemente des ältesten römischen Gemeinwesens gesagt werden kann dass die Ramner ein latinischer Stamm waren kann nicht bezweifelt werden da sie dem neuen römischen Gemeinwesen den Namen gaben also auch die Nationalität der Vereinigten Gemeinde wesentlich bestimmt haben werden über die Herkunft der Lucerer lässt sich nichts sagen als dass nichts im Wege steht sie gleich den Ramnern dem latinischen Stamm zuzuweisen dagegen die zweite dieser Gemeinden wird einstimmig aus der Sabina abgeleitet und dies kann wenigstens zurückgehen auf eine in der Titischen Brüderschaft bewahrte Überlieferung wonach dieses Priesterkollegium bei dem Eintritt der Titier in die Gesamt Gemeinde zur Bewahrung des Sabinischen Sonderrituals gestiftet worden wäre es mag also in einer sehr fernen Zeit als der latinische und der sabellische Stamm sich noch in Sprache und Sitte bei weitem weniger scharf gegenüber standen als später der Römer und der Samnite eine sabellische Gemeinde in einen latinischen Gauverband eingetreten seien wahrscheinlich da die Titier in der älteren und glaubwürdigen Überlieferung ohne Ausnahme den Platz vor den Ramnern behaupten in der Art dass die eindringenden Titier den älteren Ramnern den Syn Ekismus aufnötigten eine Mischung verschiedener Nationalitäten hat hier also allerdings stattgefunden aber schwerlich hat sie viel tiefer eingegriffen als zum Beispiel die einige Jahrhunderte später erfolgte Übersiedlung des sabinischen Attus Clauzus oder Appius Claudius und seiner Genossen und Klienten nach Rom so wenig wie diese Aufnahme der Claudier unter die Römer berechtigt die ältere der Titier unter die Ramner die Gemeinde darum den Mischvölkern beizuzählen mit Ausnahme vielleicht einzelner im Ritual fortgepflanzter nationaler Institutionen lassen auch sabellische Elemente in Rom sich nirgends nachweisen und namentlich gibt die latinische Sprache für eine solche Annahme schlechterdings keinen Anhalt es wäre in der Tat mehr als auffallend wenn die Einfügung einer einzelnen Gemeinde von einem dem latinischen nächstverwandten Stamm die latinische Nationalität auch nur in fühlbarer Weise getrübt hätte wobei vor allem nicht vergessen werden darf daß in der Zeit wo die Titier neben den Ramnern sich ansässig machten die latinische Nationalität auf Latium ruhte und nicht auf Rom das neue dreiteilige römische Gemeinwesen war trotz etwaiger ursprünglich sabellischer Bestandteile nichts als was die Gemeinde der Ramner gewesen war ein Teil der latinischen Nation Lange bevor eine städtische Ansiedlung am Tiber entstand mögen jene Ramner Titier Lucerer erst vereinzelt später vereinigt auf den römischen Hügeln ihre Burg gehabt und von den umliegenden Dörfern aus ihre Äcker bestellt haben eine Überlieferung aus diesen ureltesten Zeiten mag das Wolfsfest sein das das Geschlecht der Kingtier am palatinischen Hügel beging ein Bauern- und Hirtenfest das wie kein anderes die schlichten Späße patriarchalischer Einfalt bewahrt und merkwürdig genug noch im christlichen Rom sich unter allen heidnischen Festen am längsten behauptet hat aus diesen Ansiedlungen ging dann das spätere Rom hervor von einer eigentlichen Stadtgründung wie die Sage sie annimmt kann natürlich in keinem Fall die Rede sein Rom ist nicht an einem Tage gebaut worden wohl aber verdient es eine ernstliche Erwägung auf welchem Wege Rom so früh zu einer hervorragenden politischen Stellung innerhalb Latiums gelangt sein kann während man nach den Bodenverhältnissen eher das Gegenteil erwarten sollte die Städte auf der Rom liegt ist minder gesund und minder fruchtbar als die der meisten alten Latiner Städte der Weinstock und der Feigenbaum gedeihen in Roms nächster Umgebung nicht wohl und es mangelt an ausgiebigen Quellen denn weder der sonst treffliche Born der Kamenen vor dem Campenischen Tor noch der später im Tulian umgefasste Kapitulinische Brunnen sind wasserreich dazu kommt das häufige Austreten des Flusses der bei sehr geringem Gefäll die in der Regenzeit reichlich zuströmenden Bergwasser nicht schnell genug dem Meere zuzuführen vermag und daher die zwischen den Hügeln sich öffnenden Täler und Niederungen überstaut und versumpft für den Ansiedler ist die Örtlichkeit nichts weniger als lockend und schon in alter Zeit ist es ausgesprochen worden dass auf diesen ungesunden und unfruchtbaren Fleck innerhalb eines gesegneten Landstrichs sich nicht die erste naturgemäße Ansiedlung der einwandernden Bauern gelenkt haben könne sondern dass die Not oder vielmehr irgendein besonderer Grund die Anlage dieser Stadt veranlasst haben müsse schon die Legende hat diese Seltsamkeit empfunden das Geschichtchen von der Anlage Roms durch ausgetretene von Alba unter Führung der albanischen Fürstensöhne Romulus und Remus ist nichts als als ein naiver Versuch der ältesten Quasi Historie die seltsame Entstehung des Orts an so ungünstiger Städte zu erklären und zugleich den Ursprung Roms an die allgemeine Metropole Latiums anzuknüpfen Von solchen Märchen die Geschichte sein wollen und nichts sind als nicht gerade geistreiche Autochediasmen wird die Geschichte vor allen Dingen sich frei zu machen haben Vielleicht ist es ihr aber auch vergönnt noch einen Schritt weiter zu tun und nach Erwägung der besonderen Lokalverhältnisse nicht über die Entstehung des Ortes aber über die Veranlassung seines raschen und auffallenden Gedeihens und seiner Sonderstellung in Latium eine positive Vermutung aufzustellen Betrachten wir vor allem die ältesten Grenzen des römischen Gebietes Gegen Osten liegen die Städte Antemne Fidene Kenina Gabi in nächster Nähe zum Theil keine deutsche Meile von dem servianischen Mauerring entfernt und muß die Gaugrenze hart vor den Stadtthoren gewesen sein Gegen Süden trifft man in einem Abstand von drei deutschen Meilen auf die mächtigen Gemeinden Tusculum und Alba und es scheint das römische Stadtgebiet hier nicht weiter gereicht zu haben als bis zum Kluilischen Graben eine deutsche Meile von Rom Ebenso war in südwestlicher Richtung die Grenze zwischen Rom und Lavinium bereits am sechsten Milienstein Während so landeinwärts der römische Gau überall in die möglichst engen Schranken zurückgewiesen ist erstreckte sich dagegen seit ältester Zeit ungehindert an beiden Ufern des Tiber gegen das Meer hin ohne daß zwischen Rom und der Küste irgendeine als alter Gaumittelpunkt hervortretende Ortschaft irgendeine Spur alter Gaugrenze begegnete Die Sage die für alles einen Ursprung weiß weiß freilich auch zu berichten daß die römischen Besitzungen am rechten Tiberufer die sieben Weiler Septem Pagi und die wichtigen Salinen an der Mündung durch König Romulus den Veientern entrissen worden sind und daß König Ancus am rechten Tiberufer den Brückenkopf den Janusberg Janiculum befestigt am Linken den römischen Piraeus die Hafenstadt an der Mündung Ostia angelegt habe aber dafür daß die Besitzungen am Etruskischen Ufer vielmehr schon zu der ältesten römischen Mark gehört haben müssen legt besseres Zeugnis ab der eben hier am vierten Milienstein der späteren Hafenstraße gelegener Hain der schaffenden Göttin Dea Dia der uralte Hochsitz des römischen Ackerbaufestes und der Ackerbrüderschaft und in der Tat ist seit unvordenklicher Zeit das Geschlecht der Romidier wohl einst das vornehmste unter allen römischen eben hier angesessen das Janiculum ein Teil der Stadt selbst Ostia Bürgerkolonie das heißt Vorstadt gewesen es kann das nicht Zufall sein der Tiber ist Latiums natürliche Handelsstraße seine Mündung an dem Hafen armen Strande der notwendige Ankerplatz der Seefahrer der Tiber ist ferner seit uralter Zeit die Grenzwähr des latinischen Stammes gegen die nördlichen Nachbarn zum Entrepot für den latinischen Fluss und Seehandel und zur maritimen Grenzfestung Latiums eignet kein Platz sich besser als Rom das die Vorteile einer festen Lage und der unmittelbaren Nachbarschaft des Flusses vereinigte das über beide Ufer des Flusses bis zur Mündung gebot das dem den Tiber oder den Anio herabkommenden Flußschiffer ebenso bequem gelegen war wie bei der damaligen mäßigen Größe der Fahrzeuge dem Seefahrer und das gegen Seeräuber größeren Schutz gewährte als die unmittelbar an der Küste gelegenen Orte das Rom wenn nicht seine Entstehung doch seine Bedeutung diesen kommerziellen und strategischen Verhältnissen verdankt davon begegnen denn auch weiter zahlreiche Spuren die von ganz anderem Gewicht sind als die Angaben historisierter Novelletten daher rühren die uralten Beziehungen zu Käre das für Eturien war was für Latium Rom und denn auch dessen nächster Nachbar und Handelsfreund wurde daher die ungemeine Bedeutung der Tiberbrücke und des Brückenbaus überhaupt in dem Römischen Gemeinwesen daher die Galeere als Städtisches Wappen daher der uralte Römische Hafenzoll dem von Haus aus nur unterlag was zum Pfeil bieten Promercale nicht was zu eigenem Bedarf des Verladers Usuarium in dem Hafen von Ostia einging und der also recht eigentlich eine Auflage auf den Handel war daher um vorzugreifen das verhältnismäßig frühe Vorkommen des gemünzten Geldes der Handelsverträge mit übersehischen Staaten in Rom in diesem Sinn mag denn Rom allerdings wie auch die Sage annimmt mehr eine geschaffene als eine gewordene Stadt und unter den Latinischen eher die jüngste als die älteste sein ohne Zweifel war die Landschaft schon einigermaßen bebaut und das albanische Gebirge sowie manche andere Höhe der Campania mit Burgen besetzt als das latinische Grenz Emporium am Tiber entstand ob ein Beschluss der latinischen Eidgenossenschaft ob der geniale Blick eines verschollenen Stadtgründers oder die natürliche Entwicklung der Verkehrsverhältnisse die Stadt Rom ins Leben gerufen hat darüber ist uns nicht einmal eine Mutmaßung gestattet wohl aber knüpft sich an diese Wahrnehmung über Roms Emporienstellung in Latium eine andere Beobachtung an wo uns die Geschichte zu dämmern beginnt steht Rom dem latinischen Gemeindebund als einheitlich geschlossene Stadt gegenüber die latinische Sitte in offenen Dörfern zu wohnen und die gemeinschaftliche Burg nur zu Festen und Versammlungen oder im Notfall zu benutzen ist höchst wahrscheinlich im römischen Gau weit früher beschränkt worden als irgendwo sonst in Latium nicht als ob der Römer seinen Bauernhof selbst zu bestellen oder ihn als sein rechtes Heim zu betrachten aufgehört hätte aber schon die böse Luft der Kampagner musste es mit sich bringen dass er so weit es anging auf den luftigeren und gesunderen Stadthügeln seine Wohnung nahm und neben dem Bauer muss eine zahlreiche nicht ackerbauende Bevölkerung von Fremden und Einheimischen dort seit uralter Zeit ansässig gewesen sein die dichte Bevölkerung des altrömischen Gebietes das höchstens zu fünf Quadratmeilen zum Teil sumpfigen und sandigen Bodens angeschlagen werden kann und schon nach der ältesten Stadtverfassung eine Bürgerwehr von 3300 freien Männern stellte also mindestens 10.000 freie Einwohner zählte erklärt sich auf diese Art einigermaßen aber noch mehr wer die Römer und ihre Geschichte kennt der weiß es dass das eigentümliche ihrer öffentlichen und Privattätigkeit auf ihrem städtischen und kaufmännischen Wesen ruht und dass ihr Gegensatz gegen die übrigen Latiner und überhaupt die Italiker vor allem der Gegensatz ist des Bürgers gegen den Bauer zwar ist Rom keine Kaufstadt wie Korinth oder Carthago denn Latium ist eine wesentlich ackerbauende Landschaft und Rom zunächst und vor allem eine latinische Stadt gewesen und geblieben aber was Rom auszeichnet vor der Menge der übrigen latinischen Städte muss allerdings zurückgeführt werden auf seine Handelsstellung und auf den dadurch bedingten Geist seiner Bürgerschaft wenn Rom das Emporium der latinischen Landschaften war so ist es begreiflich dass hier neben und über der latinischen Feld Wirtschaft sich ein städtisches Leben kräftig und rasch entwickelte und damit der Grund zu einer Sonderstellung gelegt ward die Verfolgung dieser Merkantilen und strategischen Entwicklung der Stadt Rom ist bei weitem wichtiger und ausführbarer als das unfruchtbare Geschäft unbedeutende und wenig verschiedene Gemeinden der Urzeit chemisch zu analysieren jene städtische Entwicklung können wir noch einigermaßen erkennen in den Überlieferungen über die allmählich entstandenen Umwallungen und Verschanzungen Roms deren Anlage mit der Entwicklung des römischen Gemeinwesens zu städtischer Bedeutung notwendig Hand in Hand gegangen sein muss Ende von viertes Kapitel eins Viertes Kapitel zwei von römische Geschichte Buch eins Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox Punkt Org Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus Römische Geschichte Buch eins von Theodor Mommsen Viertes Kapitel zwei Die ursprüngliche städtische Anlage aus welcher im Laufe der Jahrhunderte Rom erwachsen ist umfasste nach glaubwürdigen Zeugnissen nur den Palatin in späterer Zeit auch das viereckige Rom Roma Quadrata genannt von der regelmäßig viereckigen Form des palatinischen Hügels Die Tore und Mauern dieses ursprünglichen Stadtringes blieben bis in die Kaiserzeit sichtbar Zwei von jenen die Porta Romana bei S. Giorgio in Velabro und die Porta Mugionis am Titusbogen sind auch uns noch ihrer Lage nach bekannt und den palatinischen Mauerring beschreibt noch Tacitus nach eigener Anschauung wenigstens an den dem Aventin und dem Sälius zugewendeten Seiten Vielfache Spuren deuten darauf hin dass hier der Mittelpunkt und der Ursitz der städtischen Ansiedlung war Auf dem Palatin befand sich das heilige Symbol derselben die sogenannte Einrichtung Mundus darein die ersten Ansiedler von allem dessen das Haus bedarf zur Genüge und dazu von der lieben heimischen Erde eine Scholle getan hatten Hier lag ferner das Gebäude in welchem die sämtlichen Kurien jede an ihrem eigenen Herd zu gottesdienstlichen und anderen Zwecken sich versammelten Kurie Veteres Hier war das Versammlungshaus der Springer Kuria Saliorum zugleich der Aufbewahrungsort der Heiligen Schilde des Mars das Heiligtum der Wölfe Lupercal und die Wohnung des Jupiter Priesters Auf und an diesem Hügel ward die Gründungssage der Stadt hauptsächlich lokalisiert und wurde das strohgedeckte Haus des Romulus die Hirtenhütte seines Ziehvaters Faustulus der heilige Feigenbaum daran der Kasten mit den Zwillingen angetrieben war der aus dem Speerschaft welchen der Gründe der Stadt vom Aventin her über das Tal des Zirkus weg in diesen Mauerringen geschleudert hatte aufgeschossene Kornellkirchbaum und andere der gleichen Heiligtümer mehr den Gläubigen Gewiesen Eigentliche Tempel kannte diese Zeit noch nicht und daher hat solche auch der Palatin nicht aus älterer Zeit aufzuweisen Die Gemeindestätten aber sind früh anderswohin verlegt und deshalb verschollen Nur vermuten lässt sich dass der freie Platz um den Mundus später der Platz des Apollo genannt die älteste Versammlungsstätte der Bürgerschaft und des Senats die über dem Mundus selbst errichtete Bühne die älteste Mahlstadt der römischen Gemeinde gewesen sein mögen dagegen hat sich in dem Fest der sieben Berge Septimontium das Andenken bewahrt an die erweiterte Ansiedlung welche allmählich um den Palatin sich gebildet hat Vorstätte eine nach der anderen erwachsen eine jede durch besondere wenn auch schwächere Umwallungen geschützt und an den ursprünglichen Mauerringen des Palatin wie in den Marschen an den Hauptdeich die Außendeiche angelehnt die sieben Ringe sind der Palatin selbst der Sermalus der Abhang des Palatins gegen die zwischen diesem und dem Kapitol nach dem Fluss sich ausbreitende Niederung Velabum die Velia der den Palatin mit dem Eskelin verbindende später durch die kaiserlichen Bauten fast ganz verschwundene Hügelrücken das Fagutal der Opius und der Cispius die drei Höhen des Eskelin endlich die Sukusa oder Subura eine außerhalb des Erdwalls der die Neustadt auf den Karinen schützte unterhalb Es Pietro in Vincoli in der Einsattlung zwischen dem Eskelin und dem Quirinal angelegte Festung in diesen offenbar allmählich erfolgten Anbauten liegt die älteste Geschichte des Palatinischen Rom bis zu einem gewissen Grade deutlich vor zumal wenn man die späterhin aufgrund dieser ältesten Gliederung gebildete servianische Bezirkseinteilung damit zusammenhält Der Palatin war der Ursitz der römischen Gemeinde der älteste und ursprünglich einzige Mauerring aber die städtische Ansiedlung hat in Rom wie überall nicht innerhalb sondern unterhalb der Burg begonnen und die ältesten Ansiedlungen von denen wir wissen die welche späterhin in der servianischen Stadteinteilung das erste und zweite Quartier bilden liegen im Kreise um den Palatin herum so diejenige auf dem Abhang des Zermalus mit der Tusker Gasse worin sich wohl eine Erinnerung bewahrt haben mag an den wohl schon in der palatinischen Stadt lebhaften Handelsverkehr zwischen Keriten und Römern und die Niederlassung auf der Velia die beide später in der servianischen Stadt mit dem Burghügel selbst ein Quartier gebildet haben ferner die Bestandteile des späteren zweiten Quartiers die Vorstadt auf dem Celius welche vermutlich nur dessen äußerste Spitze über dem Kolosseum umfasst hat die auf den Carinen derjenigen Höhe in welche der Eskelin gegen den Palatin ausläuft endlich das Tal und das Vorwerk der Subura von welcher das ganze Quartier den Namen empfing beide Quartiere zusammen bilden die anfängliche Stadt und der Suburanische Bezirk derselben der unterhalb der Burg etwa vom Bogen des Konstantin bis nach Esbietroen Vinculi und über das darunterliegende Tal hin sich erstreckte scheint ansehnlicher vielleicht auch älter gewesen zu sein als die in der servianischen Ordnung dem Palatinischen Bezirk einverleibten Siedlungen da jener diesem in der Rangfolge der Quartiere vorangeht eine merkwürdige Erinnerung an den Gegensatz dieser beiden Stadtteile hat einer der ältesten heiligen Gebräuche des nachherigen Rom bewahrt das auf dem Anger des Mars jährlich begangene Opfer des Oktober Rosses bis in späte Zeit wurde bei diesem Feste um das Pferde Haupt gestritten zwischen den Männern der Subura und denen von der Heiligen Straße und je nachdem jene oder diese siegten dasselbe entweder an den mamilischen Turm unbekannter Lage in der Subura oder an dem Königshaus unter dem Palatin angenagelt Es waren die beiden Hälften der Altstadt die hier in gleichberechtigtem Wetteifer miteinander rangen Damals waren also die Esquilie welcher Name eigentlich gebraucht die Karinen ausschließt in der Tat was sie hießen der Außenbau Exquilie wie Inquilinus von Cholera oder die Vorstadt sie wurden in der späteren Stadteinteilung das dritte Quartier und es hat dieses stets neben dem Suburanischen und dem Palatinischen als minder ansehnlich gegolten auch noch andere benachbarte Anhöhen wie Kapitol und Aventin mögen von der Gemeinde der sieben Berge besetzt gewesen sein vor allem die Pfahlbrücke Pons Supplicius über den natürlichen Brückenpfeiler der Tiberinsel wird das Pontifikal Collegium allein bürgt dafür hinreichend schon damals bestanden und man auch den Brückenkopf am Etruskischen Ufer die Höhe des Janikulum nicht außer Acht gelassen haben aber die Gemeinde hatte beides doch keineswegs in ihren Befestigungsring gezogen die Ordnung die als Ritualsatz bis in die späteste Zeit festgehalten worden ist dass die Brücke ohne Eisen lediglich aus Holz zusammenzufügen sei geht in ihrem ursprünglichen praktischen Zweck offenbar darauf hinaus dass sie nur eine fliegende sein sollte und jederzeit leicht musste abgebrochen oder abgebrannt werden können man erkennt daraus wie lange Zeit hindurch die römische Gemeinde den Fluss Übergang nur unsicher und unterbrochen beherrscht hat ein Verhältnis dieser allmählich erwachsenen städtischen Ansiedlungen zu den drei Gemeinden in die die römische staatsrechtlich seit unvordenklich früher Zeit zerfiel ist nicht zu ersehen da die Ramner Titier und Lucerer ursprünglich selbstständige Gemeinden gewesen zu sein scheinen müssen sie freilich auch ursprünglich jede für sich gesiedelt haben aber auf den sieben Hügeln selbst haben sie sicherlich nicht in getrennten Umwallungen gewohnt und was der Art in alter oder neuer Zeit gefunden worden ist wird der verständige Forscher dahin stellen wo das anmutige Märchen von der Tapeia und die Schlacht am Palatin ihren Platz finden vielmehr werden schon die beiden Quartiere der ältesten Stadt Subora und Palatin und ebenso das vorstädtische jedes in die drei Teile der Ramner Titir und Lucera zerfallen sein womit es zusammenhängen kann dass späterhin sowohl in dem Suburanischen und Palatinischen wie in jedem der nachher hinzugefügten Stadttheile es drei Paare Agräer Kapellen gab eine geschichte hat die palatinische siebenhügelstadt vielleicht gehabt uns ist keine andere überlieferung von derselben geblieben als die des bloßen dagewesenseins aber wie die Blätter des Waldes für den neuen Lenz zuschicken auch wenn sie ungesehen von Menschen Augen niederfallen also hat diese verschallene Stadt der sieben Berge dem geschichtlichen Rom die Städte bereitet aber die palatinische Stadt ist nicht die einzige gewesen die in dem späterhin von den servianischen Mauern eingeschlossenen Kreise vor Alters bestanden hat vielmehr lag ihr in unmittelbarer Nachbarschaft gegenüber eine zweite auf dem Quirinal die alte Burg Capitolium Vetus mit einem Heiligtum des Jupiter der Juno und der Minerva und einem Tempel der Göttin des Treuwortes in welchem Staatsverträge öffentlich aufgestellt wurden ist das deutliche Gegenbild des späteren Kapitols mit seinem Jupiter Juno und Minerva Tempel und mit dem ebenfalls gleichsam zum völkerrechtlichen Archiv bestimmten Tempel der römischen Treue und ein sicherer Beweis dafür dass auch der Quirinal einstmals der Mittelpunkt eines selbstständigen Gemeinwesens gewesen ist dasselbe geht hervor aus dem zwiefachen Marskult auf dem Palatin und dem Quirinal denn Mars ist das Vorbild des Wehrmanns und der älteste Hauptgott der italischen Bürgergemeinden damit hängt wieder zusammen dass dessen Dienerschaft die beiden uralten Genossenschaften der Springer Salii und der Wölfe Luperci in dem späteren Rom gedoppelt vorhanden gewesen sind und neben der Palatinischen auch eine Springerschaft vom Quirinal bestanden hat neben den Quinctischen Wölfen von Palatin eine farbische Wolfsgilde die ihr Heiligtum höchst wahrscheinlich auf dem Quirinal gehabt hat alle diese Anzeichen schon an sich von großem Gewicht gewinnen umso höhere Bedeutung wenn man sich erinnert dass der genau bekannte Umkreis der Palatinischen Siebenhügelstadt den Quirinal ausschloss und das späterhin in dem servianischen Rom während die drei ersten Bezirke der ehemaligen Palatinischen Stadt entsprechen aus dem Quirinal nebst dem benachbarten Viminal das vierte Quartier gebildet wurde so erklärt sich auch zu welchem Zweck außerhalb der Stadtmauer das feste Vorwerk der Subura in dem Tagrunde zwischen Eskelin und Quirinal angelegt ward hier berührten sich ja die beiderseitigen Marken und musste von den Palatinern nachdem sie die Niederung in Besitz genommen hatten zum Schutz gegen die vom Quirinal eine Burg aufgeführt werden übrigens heißt der Lupercus jenes Kollegiums auf Inschriften Lupercus Quinctialis Vetus und der höchst wahrscheinlich mit dem Lupercalcult zusammenhängende Vorname Keso findet sich ausschließlich bei den Quinctian und den Fabian die bei den Schriftstellern gangbare Form Lupercus Quinctilius und Quinctilianus ist also entstellt und das Kollegium nicht den verhältnismäßig jungen Quinctilian sondern den weit älteren Quinctian eigen Wenn dagegen die Quinctia oder Quinctilier unter den albanischen Geschlechtern genannt werden so dürfte hier die letztere Lesung vorzuziehen und das Quinctische vielmehr als altrömisch zu betrachten sein Endlich ist auch der Name nicht untergegangen mit dem sich die Männer vom Quirinal von ihren palatinischen Nachbarn unterschieden Wie die palatinische Stadt sich die der sieben Berge ihre Bürger die von den Bergen Montani sich nennen die Bezeichnung Berg wie an den übrigen ihr angehörigen Höhen so vor allem an dem palatin haftet so heißt die Quirinalische Spitze obwohl nicht niedriger im Gegenteil etwas höher als jene und ebenso die dazu gehörige Viminalische im genauen Sprachgebrauch nie anders als Hügel Kollis ja in den sakralen Urkunden wird nicht selten der Quirinal als der Hügel ohne weiteren Beisatz bezeichnet ebenso heißt das von dieser Höhe ausführende Tor gewöhnlich das Hügel Tor Porta Collina die daselbst ansässige Marspriesterschaft die vom Hügel Salii Collini im Gegensatz zu der vom Palatium Salii Palatini das aus diesem Bezirk gebildete vierte Savianische das Hügel Quartier Tribus Collina den zunächst wohl an der Gegend haftenden Namen der Römer mögen dabei die Hügel Männer ebenso wie die von den Bergen sich beigelegt und etwa Hügelrömer Romani Collini sich genannt haben dass in dem Gegensatz der beiden Nachbarstädte zugleich eine Stammverschiedenheit obgewaltet hat ist möglich aber an Beweisen welche ausreichten um eine auf latinischem Boden gegründete Gemeinde für stammfremd zu erklären fehlt es auch für die Quirinalische Gemeinde durchaus so standen an der Städte des Römischen Gemeinwesens zu dieser Zeit noch die Bergrömer vom Palatin und die Hügelrömer vom Quirinal als zwei gesonderte und ohne Zweifel vielfach sich befedende Gemeinwesen einander gegenüber einigermaßen wie im heutigen Rom die Montigiani und die Traste Verrini dass die Gemeinde der sieben Berge schon früh die Quirinalische bei weitem überwog ist mit Sicherheit zu schließen sowohl aus der größeren Ausdehnung ihrer Neu- und Vorstädte als auch aus der Zurücksetzung die die ehemaligen Hügelrömer in der späteren servianischen Ordnung sich durchaus haben müssen gefallen lassen aber auch innerhalb der palatinischen Stadt ist es schwerlich zu einer rechten und vollständigen Verschmelzung der verschiedenen Bestandteile der Ansiedlung gekommen wie Sobura und Palatin miteinander jährlich um das Pferdehaupt stritten ist schon erzählt worden aber auch die einzelnen Berge ja die einzelnen Kurien es gab noch keinen gemeinschaftlichen Stadtherd sondern die verschiedenen Kurienherde standen obwohl in derselben Lokalität doch noch nebeneinander mögen sich mehr gesondert als geeinigt geführt haben und das ganze Rom eher ein Inbegriff städtischer Ansiedlungen als eine einheitliche Stadt gewesen sein manchen Spuren zufolge waren auch die Häuser der alten und mächtigen Familien gleichsam festungsartig angelegt und der Verteidigung fähig also auch wohlbedürftig erst der großartige Wallbau der dem König Servius Tullius zugeschrieben wird hat nicht bloß jene beiden Städte vom Palatin und Quirinal sondern auch noch die nicht in ihren Ringen Einbegriffen Anhöhn des Kapitol und des Aventin mit einem einzigen großen Mauerring umzogen und somit das neue Rom das Rom der Weltgeschichte geschaffen Aber aber ehe dieses gewaltige Werk angegriffen ward war Roms Stellung zu der umliegenden Landschaft ohne Zweifel gänzlich umgewandelt wie die Periode in der der Ackersmann auf den sieben Hügeln von Rom nicht anders als auf den anderen latinischen den Flug führte und nur die in gewöhnlichen Zeiten leerstehenden Zufluchtsstätten auf einzelnen Spitzen einen Anfang festerer Ansiedlung darboten der ältesten Handel und Tatenlosen Epoche des latinischen Stammes entspricht wie dann später die aufblühende Ansiedlung auf dem Palatin und in den sieben Ringen zusammenfällt mit der Besetzung der Tiber Mündungen durch die römische Gemeinde und überhaupt mit dem Fortschritt der Latiner zu regerem und freiem Verkehr zu städtischer Gesittung vor allem in Rom und wohl auch zu festerer politischer Einigung in den Einzelstaaten wie in der Eidgenossenschaft so hängt die Gründung einer einheitlichen Großstadt der Savianische Wall zusammen mit jener Epoche in der die Stadt Rom um die Herrschaft über die latinische Eidgenossenschaft zu ringen und endlich sie zu erringen vermochte Ende von viertes Kapitel zwei fünftes Kapitel eins von römische Geschichte Buch eins dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox Punkt Org Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus römische Geschichte Buch eins von Theodor Mommsen fünftes Kapitel eins die ursprüngliche Verfassung Roms Vater und Mutter Söhne und Töchter Hof und Wohnung Knechte und Gerät Das sind die natürlichen Elemente aus denen überall wo nicht durch die Polygamie die Mutter als solche verschwindet das Hauswesen besteht Darin aber gehen die Völker höherer Kulturfähigkeit auseinander dass diese natürlichen Gegensätze flacher oder tiefer mehr sittlich oder mehr rechtlich aufgefasst und durchgearbeitet werden keines kommt dem römischen gleich an schlichter aber unerbittlicher Durchführung der von der Natur selbst vorgezeichneten Rechtsverhältnisse die Familie das heißt der durch den Tod seines Vaters in eigene Gewalt gelangte freie Mann mit der feierlich ihm von den Priestern zur Gemeinschaft des Wassers und des Feuers durch das heilige Salzmehl durch Konfariatio angetrauten Ehefrau mit ihren Söhnen und Söhnes Söhnen und deren rechten Frauen und ihren unverheirateten Töchtern und Söhnes Töchtern nebst allem einem von diesen zukommenden Hab und Gut ist eine Einheit von der dagegen die Kinder der Töchter ausgeschlossen sind da sie entweder wenn sie ehelich sind der Familie des Mannes angehören oder wenn außer der Ehe erzeugt in gar keiner Familie stehen eigenes Haus und Kindersegen erscheinen dem römischen Bürger als das Ziel und der Kern des Lebens Der Tod ist kein Übel denn er ist notwendig aber das Aussterben des Hauses oder gar des Geschlechts ist ein Unheil selbst für die Gemeinde welche darum in frühester Zeit dem Kinderlosen einen Rechtsweg eröffnete durch Annahme fremder Kinder anstatt eigener diesem Verhängnis auszuweichen Von vornherein trug die römische Familie die Bedingungen höherer Kultur in sich in der sittlich geordneten Stellung der Familienglieder zueinander Familienhaupt kann nur der Mann sein Die Frau ist zwar im Erwerb von Gut und Geld nicht hinter dem Manne zurück gesetzt sondern es nimmt die Tochter gleichen Erbteil mit dem Bruder die Mutter gleichen Erbteil mit den Kindern aber immer und notwendig gehört die Frau dem Hause nicht der Gemeinde an und ist auch im Hause notwendig Haus untertänig die Tochter dem Vater das Weib dem Manne die vaterlose unverheiratete Frau ihren nächsten männlichen Verwandten diese sind es und nicht der König von denen erforderlichenfalls die Frau verrechtfertigt wird aber innerhalb des Hauses ist die Frau nicht Dienerin sondern Herren befreit von den nach römischen Vorstellungen dem Gesinde zukommenden Arbeiten des Getreidemalens und des Kochens widmet die römische Hausmutter sich wesentlich nur der Beaufsichtigung der Mägde und daneben der Spindel die für die Frau ist was für den Mann der Flug ebenso wurde die sittliche Verpflichtung der Eltern gegen die Kinder von der römischen Nation voll und tief empfunden und es galt als arger Frevel wenn der Vater das Kind vernachlässigte oder verdarb oder auch nur zum Nachteil desselben sein Vermögen vergeudete aber rechtlich wird die Familie unbedingt geleitet und gelenkt durch den einen allmächtigen Willen des Hausvaters Pater Familias ihm ihm gegenüber ist alles rechtlos was innerhalb des Hauses steht der Stier und der Sklave aber nicht minder Weib und Kind wie die Jungfrau durch die freie Wahl des Mannes zu seiner Ehefrau wird so steht auch das Kind das sie ihm geboren aufzuziehen oder nicht in seinem Willen Es ist nicht Gleichgültigkeit gegen die Familie welche diese Satzung eingegeben hat Vielmehr wohnte die Überzeugung dass Haus Begründung und Kinder Zeugung sittliche Notwendigkeit und Bürgerpflicht sei tief und ernst im Bewusstsein des römischen Volkes Vielleicht das einzige Beispiel einer in Rom von Gemeinde wegen Gewährten Unterstützung ist die Bestimmung dass dem Vater welchem Drillinge geboren werden eine Beihilfe gegeben werden soll und wie man über die Aussetzung dachte zeigt die Untersagung derselben hinsichtlich aller Söhne mit Ausnahme der Missgeburten und wenigstens der ersten Tochter aber wie gemeinschädlich auch die Aussetzung erscheinen mochte die Untersagung derselben verwandelte sich bald aus der rechtlichen Ahndung in religiöse Verwünschung denn vor allen Dingen war der Vater in seinem Hause durchaus unbeschränkt Herr der Hausvater hält die seinigen nicht bloß in strengster Zucht sondern er hat auch das Recht und die Pflicht über sie die richterliche Gewalt auszuüben und sie nach Ermessen an Leib und Leben zu strafen Der erwachsene Sohn kann einen gesonderten Hausstand begründen oder wie die Römer dies ausdrücken sein eigenes Vieh peculium vom Vater angewiesen erhalten aber rechtlich bleibt aller Erwerb der seinigen mag er durch eigene Arbeit oder durch fremde Gabe im Väterlichen oder im eigenen Haushalte gewonnen sein Eigentum des Vaters und es kann solange der Vater lebt die untertänige Person niemals eigenes Vermögen haben daher auch nicht anders als im Auftrag des Vaters veräußern und nie vererben in dieser Beziehung stehen Weib und Kind völlig auf gleicher Linie mit dem Sklaven dem die Führung einer eigenen Haushaltung auch nicht selten verstattet ward und der mit Auftrag des Herrn gleichfalls befugt war zu veräußern Ja der Vater kann wie den Sklaven so auch den Sohn einem Dritten zum Eigentum übertragen Ist der Käufer ein Fremder so wird der Sohn sein Knecht Ist er ein Römer so wird der Sohn da er als Römer nicht Knecht eines Römers werden kann seinem Käufer wenigstens an Knechtes statt Die väterliche und eheherrliche Gewalt unterlag insofern einer Rechtsbeschränkung außer der schon erwähnten des Aussetzungsrechts als einige der ärgsten Missbrauche mit rechtlicher Ahnung wie mit dem religiösen Bannflug belegt wurden so trafen diese den der seine Ehefrau oder den verheirateten Sohn verkauft und durch die Familiensitte ward es durchgesetzt dass bei der Ausübung der häuslichen Gerichtsbarkeit der Vater und mehr noch der Ehemann den Spruch über Kind und Frau nicht fällte ohne vorher die nächsten Blutsverwandten sowohl die seinigen wie die der Frau zugezogen zu haben aber eine rechtliche Minderung der Gewalt lag in der letzteren Einrichtung nicht denn die bei dem Hausgericht zugezogenen Blutsverwandten hatten nicht zu richten sondern nur den richtenden Hausvater zu beraten es ist die hausharrliche Macht aber nicht bloß wesentlich unbeschränkt und keinem auf der Erde verantwortlich sondern auch solange der Hausherr lebt unabänderlich und unzerstörlich nach den griechischen wie nach den deutschen rechten ist der erwachsene tatsächlich selbstständige Sohn auch rechtlich von dem Vater frei die Macht des römischen Hausvaters vermag bei dessen Lebzeiten nicht das Alter nicht der Wahnsinn desselben ja nicht einmal sein eigener freier Wille aufzuheben nur dass die Person des Gewalthabers wechseln kann denn allerdings kann das Kind im Wege der Adoption in eines anderen Vaters Gewalt kommen die Tochter durch eine rechte Ehe aus der Hand des Vaters übergehen in die Hand des Mannes und aus ihrem Geschlecht und Gottesschutz in das Geschlecht und den Gottesschutz des Mannes eintretend ihm nun untertan werden wie sie bisher es ihrem Vater war nach römischem Recht ist es dem Knechte leichter gemacht sich von dem Hahn als dem Sohne sich von dem Vater zu lösen die Freilassung des Ersteren ward früh und in einfachen Formen gestattet die Freigebung des Letzteren wurde erst viel später und auf weiten Umwegen möglich gemacht ja wenn der Herr den Knecht und der Vater den Sohn verkauft und der Käufer beide freigibt so erlangt der Knecht die Freiheit der Sohn aber fällt durch die Freilassung vielmehr zurück in die frühere väterliche Gewalt So ward durch die unerbittliche Konsequenz mit der die väterliche und eheherrliche Gewalt von den Römern aufgefasst wurde dieselbe in wahres Eigentumsrecht umgewandelt indes indes bei aller annäherung der haushärrlichen Gewalt über Weib und Kind an die Eigentumsgewalt über Sklaven und Vieh blieben dennoch die Glieder der Familie von der Familienhabe nicht bloß tatsächlich sondern auch rechtlich aufs Schärfste getrennt Die haushärrliche Gewalt auch abgesehen davon dass sie nur innerhalb des Hauses sich wirksam erzeigt ist vorübergehender und gewissermaßen stellvertretender Art Weib und Kind sind nicht bloß um des Hausvaters Willen da wie das Eigentum nur für den Eigentümer wie in dem absoluten Staat die Untertanen nur für den König vorhanden sind sie sind wohl auch Gegenstand des Rechts aber doch zugleich eigenberechtigt nicht Sachen sondern Personen ihre Rechte ruhen nur der Ausübung nach weil die Einheit des Hauses im Regiment einen einheitlichen Repräsentanten erfordert wenn aber der Haus Herr stirbt so treten die Söhne von selbst als Hausherren ein und erlangen nun ihrerseits über die Frauen und Kinder und das Vermögen die bisher vom Vater über sie geübten Rechte wogegen durch den Tod des Herrn die rechtliche Stellung des Knechtes in nichts sich ändert und Indes war die Einheit der Familie so mächtig dass selbst der Tod des Haushahn sie nicht vollständig löste die durch den selben selbstständig gewordenen Deszendenten betrachteten dennoch in mancher Hinsicht sich noch als eine Einheit wovon bei der Erbfolge und in vielen anderen Beziehungen Gebrauch gemacht wird vor allen Dingen aber um die Stellung der Witwe und der unverheirateten Töchter zu ordnen da nach älterer römischer Ansicht das Weib nicht fähig ist weder über andere noch über sich die Gewalt zu haben so bleibt die Gewalt über sie oder wie sie mit milderem Ausdruck heißt die Hut Tutela bei dem Hause dem sie angehört und wird statt des verstorbenen Haus hahn jetzt ausgeübt durch die Gesamtheit der nächsten männlichen Familien glieder regelmäßig also über die Mutter durch die Söhne über die Schwestern durch die Brüder in diesem Sinne dauerte die einmal gegründete Familie unverändert fort bis der Mannesstamm ihres Urhebers Ausstab nur musste freilich von Generation zu Generation faktisch das Band sich lockern und zuletzt selbst die Möglichkeit des Nachweises der ursprünglichen Einheit verschwinden Hierauf und hierauf allein beruht der Unterschied der Familie und des Geschlechts oder nach römischem Ausdruck der Aknaten und der Gentilen Beide bezeichnen den Mannesstamm die Familie aber umfasst nur diejenigen Individuen welche von Generation zu Generation aufsteigend den Grad ihrer Abstammung von einem gemeinschaftlichen Stammherrn datun können das Geschlecht dagegen auch diejenigen welche bloß die Abstammung selbst von einem gemeinschaftlichen Ahnherrn aber nicht mehr vollständig die Zwischenglieder also nicht den Grad nachzuweisen vermögen sehr klar spricht sich das in den römischen Namen aus denn es heißt Quintus Sohn des Quintus Enkel des Quintus und so weiter der Quintier so reicht die Familie so weit als die Aszendenten individuell bezeichnet werden und wo sie endlich aufhört tritt ergänzend ein das Geschlecht die Abstammung von dem gemeinschaftlichen Ur an der auf alle seinen Nachkommen den Namen der Quintus Kinder vererbt hat diesen streng geschlossenen unter der Gewalt eines lebenden Herrn vereinigten oder aus der Auflösung solcher Häuser hervorgegangenen Familien und Geschlechtseinheiten gehörten außerdem noch an zwar nicht die Gäste das sind die Glieder anderer gleichartiger Kreise welche vorübergehend in einem fremden Hause verweilen und ebenso wenig die Sklaven welche rechtlich nur als Habe nicht als Glieder des Hauses angesehen werden aber wohl die Hörigen Klientes von Kluere das heißt diejenigen Individuen die ohne freie Bürger irgendeines Gemeinwesens zu sein doch in einem solchen im Zustande geschützter Freiheit sich befanden dahin gehörten teils die landflüchtigen Leute die bei einem fremden Schutzherrn Aufnahme gefunden hatten teils diejenigen Knechte denen gegenüber der herr auf den gebrauch seiner herrenrechte vorläufig verzichtet ihnen die tatsächliche freiheit geschenkt hatte es war dies verhältniß in seiner eigentümlichkeit nicht ein streng rechtliches wie das zu dem Gast der Hörige blieb ein unfreier Mann für den treuwort und herkommen die Unfreiheit milderte darum bilden die Hörigen Klientes des Hauses in Verbindung mit den eigentlichen Knechten die von dem Willen des Bürgers Patronus wie Patricius abhängige Knechtschaft Familie darum ist nach ursprünglichem Recht der Bürger befugt das Vermögen des Klienten teilweise oder ganz wieder an sich zu ziehen ihn vorkommenden Falls in die Sklaverei zurück zu versetzen ja ihn am Leben zu strafen und es sind nur tatsächliche Verschiedenheiten wenn gegen den Klienten nicht so leicht wie gegen den wirklichen Knecht die volle Schärfe dieses haushaltlichen Rechtes hervorgekehrt wird und wenn auf der anderen Seite die sittliche Verpflichtung des Herrn für seine eigenen Leute zu sorgen und sie zu vertreten bei dem tatsächlich freier gestellten Klienten größere Bedeutung gewinnt als bei dem Sklaven ganz besonders musste die faktische Freiheit des Klienten der rechtlichen da sich nähern wo das Verhältnis durch mehrere Generationen hindurch gegangen war wenn der Freilasser und der Freigelassene selber gestorben waren konnte das Herrenrecht über die Nachkommen des Freigelassenen von den Rechtsnachfolgern des Freilassers nicht ohne schreiende Impetät in Anspruch genommen werden also bildete schon in dem Hause selbst sich ein Kreis abhängig freier Leute die von den Knechten sich ebenso unterschieden wie von den gleichberechtigten Geschlechtsgenossen auf diesem römischen Hause beruht der römische Staat sowohl den Elementen als der Form nach die Volksgemeinde entstand aus der wie immer erfolgten Zusammenfügung jener alten geschlechtsgenossenschaften der romilia voltinia fabier und soferner das römische gebiet aus den vereinigten marken dieser geschlechter römischer bürger war wer einem jener geschlechter angehörte jede innerhalb des kreises in den üblichen Formen abgeschlossene ehe galt als echte römische und begründete für die kinder das bürgerrecht wer in unrechte oder außer der ehe erzeugt war war aus dem gemeindeverband ausgeschlossen deshalb nannten die römischen bürger sich die vaterkinder patricii insofern nur sie rechtlich einen vater hatten die geschlechter wurden mit allen in ihnen zusammengeschobenen familien dem staat wie sie bestanden einverleibt die häuslichen und geschlechter kreise blieben innerhalb des staates bestehen allein dem staat gegenüber galt die stellung in denselben nicht so dass der haussohn im hause unter aber in politischen pflichten und rechten neben dem vater stand die stellung der schutzbefohlenen änderte sich natürlich dahin dass die freigelassenen und die klienten eines sedenschutzhaar um seinetwillen in der ganzen gemeinde geduldet wurden zwar blieben sie zunächst angewiesen auf den schutz derjenigen familie der sie angehörten aber es lag doch auch in der sache dass von dem gottesdienst und den festlichkeiten der gemeinde die schutzbefohlenen der gemeindeglieder nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnten wenn auch die eigentlichen bürgerlichen rechte wie die eigentlichen bürgerlichen lasten selbstverständlich dieselben nicht trafen umso mehr galt dies von den schutzbefohlenen der gesamtschaft so bestand der staat wie das haus aus den eigenen und den zugewandten leuten den bürgern und den insassen wie die elemente des staates die auf der familie ruhenden geschlechter sind so ist auch die form der staatsgemeinschaft im einzelnen wie im ganzen der familie nachgebildet dem hause gibt die natur selbst den vater mit dem dasselbe entsteht und vergeht in der volksgemeinde aber die unvergänglich bestehen soll findet sich kein natürlicher herr wenigstens in der römischen nicht die aus freien und gleichen bauern bestand und keines adels von gottes gnaden sich zu rühmen vermochte darum wird einer aus ihrer mitte ihr leiter rex und herr im hause der römischen gemeinde wie denn auch in späterer zeit in oder neben seiner wohnung der ewig flammende herd und die wohl versperrte vorratskammer der gemeinde die römische wester und die römischen penaten zu finden sind sie alle die sichtbare einheit des obersten hauses darstellend das ganz rom einschloss das königsamt beginnt wenn das amt erledigt und der nachfolger bezeichnet ist sofort und von rechts wegen aber vollen gehorsam ist die gemeinde dem könig erst schuldig wenn er die versammlung der waffenfähigen freien zusammenberufen und sie förmlich in pflicht genommen hat als dann hat er ganz die macht in der gemeinde die im hause dem hausvater zukommt und herrscht wie dieser auf lebenszeit er verkehrt mit den göttern der gemeinde die er befragt und befriedigt aus spicia publica und er nennt alle priester und priesterinnen die verträge die er abschließt im namen der gemeinde mit fremden sind verpflichtend für das ganze volk obwohl sonst kein gemeindeglied durch einen vertrag mit dem nicht mitglied der gemeinschaft gebunden wird sein gebot imperium ist allmächtig im frieden wie im kriege weshalb die boten liktores von lisere laden mit beilen und ruten ihm überall voranschreiten wo er in amtlicher funktion auftritt er allein hat das recht öffentlich zu den bürgern zu reden und er ist es der die schlüssel zu dem gemeinde schatz führt ihm steht wie dem vater das züchtigungsrecht und die gerichtsbarkeit zu er er erkennt ordnungsstrafen namentlich stockschläge wegen versehen im kriegsdienst er sitzt zu gericht in allen privaten und kriminellen rechtshändeln und entscheidet unbedingt über leben und tod wie über die freiheit so dass er dem bürger den mitbürger an knechtes statt zusprechen oder auch den verkauf desselben in die wirkliche Sklaverei also ins Ausland anordnen kann der Berufung an das Volk um Begnadigung nach gefälltem Bluturteil stattzugeben ist er berechtigt jedoch nicht verpflichtet er bietet das Volk zum Kriege auf und er befehligt das Heer nicht minder aber muss er bei Feuerlarm persönlich auf der Brandstelle erscheinen wie der Hausherr im Hause nicht der mächtigste ist sondern der allein mächtige so ist auch der König nicht der erste sondern der einzige Machthaber im Staate er mag aus den der heiligen oder der Gemeindesatzungen besonders kundigen Männern Sachverständigen Vereine bilden und deren Rat einfordern er mag um sich die Übung der Gewalt zu erleichtern einzelne Befugnisse anderen übertragen die Mitteilungen an die Bürgerschaft den Befehl im Kriege die Entscheidung der minder wichtigen Prozesse die Aufspürung der Verbrechen er mag namentlich wenn er den Stadtbezirk zu verlassen genötigt ist einen Stadtvogt mit der vollen Gewalt eines Stellvertreters daselbst zurücklassen aber jede Amtsgewalt neben der Königlichen ist aus dieser abgeleitet und jeder Beamte nur durch den König und solange dieser will im Amt alle Beamten der ältesten Zeit der außerordentliche Stadtfurt sowohl wie die Abteilungsführer Tribuni von Tribus Teil des Fußvolks Milites und der Reiterei Seleres sind nichts als Beauftragte des Königs und keineswegs Magistrate im späteren Sinn eine äußere rechtliche Schranke hat die Königsgewalt nicht und kann sie nicht haben für den Herrn der Gemeinde gibt es so wenig einen Richter innerhalb der Gemeinde wie für den Haushern innerhalb des Hauses nur der Tod beendigt seine Macht die Wahl des neuen Königs steht bei dem Rat der Alten auf den im Fall der Vakanz das Zwischen Königtum übergeht Eine formelle Mitwirkung bei der Königswahl kommt der Bürgerschaft erst nach der Ernennung zu Rechtlich ruht das Königtum auf dem dauernden Collegium der Väter Patres das durch den interimistischen Träger der Gewalt den neuen König auf Lebenszeit einsetzt Also wird der hohe Göttersegen unter dem die berühmte Roma gegründet ist von dem ersten königlichen Empfänger in stetiger Folge auf die Nachfolger übertragen und die Einheit des Staats trotz des Personenwechsels der Machthaber unveränderlich bewahrt Diese Einheit des römischen Volkes die im religiösen Gebiet der römische Diobis darstellt repräsentiert rechtlich der Fürst und darum ist auch seine Tracht die des höchsten Gottes Der Wagen selbst in der Stadt wo sonst jedermann zu Fuß geht der Elfenbeinstab mit dem Adler die rote Gesichtsschminke der goldene Eichenkranz kommen dem römischen Gott wie dem römischen König in gleicher Weise zu Aber man würde sehr irren darum aus der römischen Verfassung eine Theokratie zu machen Nie sind in Italien die Begriffe Gott und König in ägyptischer und orientalischer Weise ineinander verschwommen Nicht der Gott des Volkes ist der König sondern viel eher der Eigentümer des Staats Darum weiß man auch nichts von besonderer göttlicher Begnadigung eines Geschlechts oder von einem geheimnisvollen Zauber danach der König von anderem Stoff wäre als andere Menschen Die edle Abkunft die Verwandtschaft mit früheren Regenten ist eine Empfehlung aber keine Bedingung Vielmehr kann rechtlich jeder zu seinen Jahren gekommene und an Geist und Leib gesunde römische Mann zum Königtum gelangen Der König ist also eben nur ein gewöhnlicher Bürger den Verdienst oder Glück vor allem aber die Notwendigkeit dass einer Herr sein müsse in jedem Hause zum Herrn gesetzt haben über seines gleichen den Bauer über Bauern den Krieger über Krieger wie der Sohn dem Vater unbedingt gehorcht und doch sich nicht geringer achtet als den Vater so unterwirft sich der Bürger dem Gebieter ohne ihn gerade für seinen besseren zu halten darin liegt die sittliche und faktische Begrenzung der Königs Gewalt Der König konnte zwar auch ohne gerade das Landrecht zu brechen viel Unbilliges tun Er konnte den Mitstreitern ihren Anteil an der Beute schmälern Er konnte übermäßige Frohenden auflegen oder sonst durch Auflagen unbillig eingreifen in das Eigentum des Bürgers Aber wenn er es tat so vergaß er dass seine Machtfülle nicht von Gott kam sondern unter Gottes Zustimmung von dem Volke das er vertrat und wer schützte ihn wenn dieses wieder des Eides vergaß den es ihm geschworen Die rechtliche Beschränkung aber der Königs Gewalt lag darin dass er das Gesetz nur zu üben nicht zu ändern befugt war jede Abweichung von Gesetze vielmehr entweder von der Volksversammlung oder dem Rat der Alten zuvor gut geheißen sein musste oder ein nichtiger und tyrannischer Akt war dem rechtliche Folgen nicht entspringen So ist sittlich und rechtlich die römische Königsgewalt im tiefsten Grunde verschieden von der heutigen Souveränität und überhaupt im modernen Leben so wenig vom römischen Hause wie vom römischen Staat ein entsprechendes Abbild vorhanden Ende von fünftes Kapitel eins fünftes fünftes Kapitel zwei von römische Geschichte Buch eins Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox Punkt Org Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus Römische Geschichte Buch eins von Theodor Mommsen Fünftes Kapitel Zwei Die Einteilung der Bürgerschaft ruht auf der Pflegschaft der Kuria wohl mit Kurare Kyrare Koeranus Verwandt Zehn Pflegschaften bilden die Gemeinde Jede Pflegschaft stellt hundert Mann zum Fuß her Daher Miles wie Eques der Tausend Gänger Zehn Reiter und Zehn Rat Männer Bei kombinierten Gemeinden erscheint eine Jede derselben natürlich als Teil Tribus der ganzen Gemeinde Tota Umbrich und Oskich und vervielfältigt sich die Grundzahl mit der Zahl der Teile Diese Einteilung bezog sich zwar zunächst auf den Personalbestand der Bürgerschaft ward aber ebenso auch angewandt auf die Feldmark soweit diese überhaupt aufgeteilt war Dass es nicht bloß Teil sondern auch Kurienmarken gab kann um so weniger bezweifelt werden als unter den wenigen überlieferten römischen Kuriennamen neben anscheinend Gentilizischen wie zum Beispiel Faucia auch sicher örtliche zum Beispiel Veliensis vorkommen Eine jede derselben umfasste in dieser ältesten Zeit der Feldgemeinschaft eine Anzahl der Geschlechtsmarken von denen schon die Rede war In ihrer einfachsten Gestalt begegnet diese Verfassung in dem Schema der späterhin unter römischem Einfluss entstandenen latinischen oder Bürgergemeinden durchgängig zählten dieselben hundert Ratmänner Centum Viri aber auch in der ältesten Tradition über das dreiteilige Rom welche demselben dreißig Kurien dreihundert Reiter dreihundert Senatoren dreitausend Fußsoldaten beilegt treten durchgängig dieselben Normalzahlen hervor nichts ist gewisser als dass dieses älteste Verfassungsschema nicht in Rom entstanden sondern uraltes allen Latinern gemeinsames Recht ist vielleicht sogar über die Trennung der Stämme zurückreicht die in solchen Dingen sehr glaubwürdige römische Verfassungstradition die für alle übrigen Einteilungen der Bürgerschaft eine Geschichte hat lässt einzig die Kurien Einteilung entstehen mit der Entstehung der Stadt und damit im vollsten Einklang erscheint die Kurien Verfassung nicht bloß in Rom sondern tritt in dem neuerlich aufgefundenen Schema der latinischen Gemeinde Ordnungen auf als wesentlicher Teil des latinischen Stadtrechts überhaupt Der Kern dieses Schemas war und blieb die Gliederung in Kurien Die Teile können schon deshalb kein wesentliches Moment gewesen sein weil ihr Vorkommen überhaupt wie nicht minder ihre Zahl zufällig ist Wo es deren gab kam ihnen sicher keine andere Bedeutung zu als dass das Andenken an eine Epoche wo diese Teile selber ganze gewesen waren sich in ihnen bewahrte Es ist nirgends überliefert dass der einzelne Teil einen Sondervorstand und Sonder Zusammenkünfte gehabt habe und die große Wahrscheinlichkeit spricht dafür dass im Interesse der Einheit des Gemeinwesens den Teilen aus denen es zusammengeschmolzen war dergleichen in der Tat nie verstattet worden sind Selbst im Heere zählte das Fußvolk zwar so viel Anführerpaare als es Teile gab aber es befähligte nicht jedes dieser Kriegstribunen Paare das Kontingent einer Tribus sondern sowohl jeder einzelne Kriegstribun wie alle zusammengeboten über das gesamte Fuß her die Geschlechter sind unter die einzelnen Kurien verteilt die Grenzen derselben wie die des Hauses durch die Natur gegeben darauf dass die gesetzgebende Gewalt modifizierend in diese Kreise eingegriffen hat das große Geschlecht in Zweige gespalten und es als doppeltes gezählt oder mehrere schwache zusammengeschlagen führt in der römischen Überlieferung schlechterdings keine Spur auf jeden Fall ist dies nur in so beschränkter Weise geschehen dass der verwandtschaftliche Grundcharakter des Geschlechtes dadurch nicht verändert worden ist es wird darum weder die Zahl der Geschlechter noch viel weniger die der Häuser gedacht werden dürfen als rechtlich fixiert wenn die Kurie 100 Mann zu Fuß und 10 Reiter zu stellen hatte so ist es weder überliefert noch glaublich dass man aus jedem Geschlecht einen Reiter und aus jedem Hause einen Fußgänger genommen hat das einzig funktionierende Glied in dem ältesten Verfassungsorganismus ist die Kurie deren es 10 oder wo mehrere Teile waren je 10 auf jeden Teil gab eine solche Pflegschaft war eine wirklich korporative Einheit deren Mitglieder wenigstens zu gemeinsamen Festen sich versammelten die auch jede unter einem besonderen Pfleger Kurio standen und einen eigenen Priester Flamen Kurialis hatten ohne Zweifel wurde auch nach Kurien ausgehoben und geschätzt und im Ding trat die Bürgerschaft nach Kurien zusammen und stimmte nach Kurien ab Indes kann diese Ordnung nicht zunächst der Abstimmung wegen eingeführt sein da man sonst sicherlich die Zahl der Abteilungen ungerade gemacht haben würde so schroff der Bürger dem Nicht Bürger gegenüber stand so vollkommen war innerhalb der Bürgerschaft die Rechtsgleichheit vielleicht gibt es kein Volk das in unerbittlich strenger Durchführung des einen wie des anderen Satzes es den Römern jemals gleich getan hat die Schärfe des Gegensatzes zwischen Bürgern und Nicht Bürgern bei den Römern tritt vielleicht nirgends mit solcher Deutlichkeit hervor wie in der Behandlung der uralten Institution des Ehrenbürgerrechts welches ursprünglich bestimmt war diesen Gegensatz zu vermitteln wenn ein Fremder durch Gemeindebeschluss in den Kreis der Bürger hineingenommen ward so konnte er zwar sein bisheriges Bürgerrecht aufgeben wo er dann völlig in die neue Gemeinschaft übertrat aber auch jenes mit dem ihm Neugewehrten verbinden so war so war es älteste Sitte und so ist es in Hellas immer geblieben wo auch späterhin nicht selten derselbe Mann in mehreren Gemeinden gleichzeitig verbürgert war allein das lebendiger entwickelte Gemeindegefühl Latiums duldete es nicht dass man zweien Gemeinden zugleich als Bürger angehören könne und ließ für den Fall wo der neu gewählte Bürger nicht die Absicht hatte sein bisheriges Gemeinderecht aufzugeben dem nominellen Ehrenbürgerrecht nur die Bedeutung der gastrechtlichen Freundschaft und Schutzverpflichtung wie sie auch Ausländern gegenüber von jeher vorgekommen war aber mit dieser strengen Einhaltung der Schranken gegen außen ging Hand in Hand dass aus dem Kreise der römischen Bürgergemeinde jede Rechtsverschiedenheit der Glieder unbedingt ferngehalten wurde dass die innerhalb des Hauses bestehenden Unterschiede welche freilich nicht beseitigt werden konnten innerhalb der Gemeinde wenigstens ignoriert wurden wurde bereits erwähnt derselbe der als Sohn dem Vater zu eigen untergeben war konnte also als Bürger in den Fall kommen ihm als Herr zu gebieten stand standes vorzüge aber gab es nicht dass die titier den ramnern beide den lucerern in der Reihe vorangingen tat ihrer rechtlichen Gleichstellung keinen Eintrag die Bürgerreiterei welche in dieser Zeit zum Einzelgefecht vor der Linie zu Pferd oder auch zu Fuß verwandt ward und mehr eine Eliten oder Reservetruppe als eine Spezialwaffe war also durchaus die wohlhabendste bestgerüsteteste und bestgeübte Mannschaft in sich schloss war natürlich angesehener als das Bürgerfußvolk aber auch dieser Gegensatz war rein tatsächlich Art und der Eintritt in die Reiterei ohne Zweifel jedem Patrizier gestattet es war einzig und allein die verfassungsmäßige Gliederung der Bürgerschaft welche rechtliche Unterschiede hervorrief im übrigen war die rechtliche Gleichheit aller Gemeindeglieder selbst in der äußerlichen Erscheinung durchgeführt die Tracht zeichnete sowohl den Vorsteher der Gemeinde vor den Gliedern derselben den erwachsenen dienstpflichtigen Mann vor dem noch nicht herbahnfähigen Knaben aus übrigens aber durfte der reiche und vornehme wie der arme und niedrig geborene öffentlich nur erscheinen in dem gleichen einfachen Umwurf Toga von weißem Wollenstoff diese vollkommene Rechtsgleichheit der Bürger ist ohne zweifel urspruenglich begruendet in der indogermanischen Gemeindeverfassung aber in dieser schaerfe der Auffassung und Durchführung doch eine der bezeichnendesten und der folgenreichsten Eigentuemlichkeiten der latinischen Nation und wohl mag man dabei sich erinnern dass in Italien keine den latinischen Einwanderern botmäßig gewordene Rasse älterer Ansiedlung und geringerer Kulturfähigkeit begegnet und damit die hauptsächliche Gelegenheit mangelte woran das indische Kastenwesen der spartanische und thessalische und wohl überhaupt der hellenische Adel und vermutlich auch die deutsche Ständescheidung angeknüpft hat dass der Staatshaushalt auf der Bürgerschaft ruht versteht sich von selbst die wichtigste Bürgerleistung war der Heerdienst denn nur die Bürgerschaft hatte das Recht und die Pflicht die Waffen zu tragen die Bürger sind zugleich die Kriegerschaft Populus verwandt mit Populari Verheeren in den alten Litaneien ist es die speerbewehrte Kriegsmannschaft Pilumnus Poplus auf die der Segen des Mars herabgefleht wird und selbst die Benennung mit welcher der König sie anredet der Quiriten wird als Bezeichnung des Wehrmanns gefasst In welcher Art das Angriffsheer die Lese Legio gebildet ward ist schon gesagt worden In der dreiteiligen römischen Gemeinde bestand sie aus drei Hundertschaften Centurie der Reiter Seleres die Schnellen oder Flexuntes die Schwenker unter den drei Abteilungsführern der Reiter Tribuni Selerum und dreitausend Schafften der Fußgänger Milites unter den drei Abteilungsführern des Fußvolks Tribuni Militum Letzteres war vermutlich von Haus aus der Kern des Gemeindeaufgebots Dazu mögen etwa noch eine Anzahl außer Reihe und Glied fechtende leicht Bewaffnete besonders Bogenschützen gekommen sein Der Feldhaar war regelmäßig der König selbst Außer dem Kriegsdienst konnten noch andere persönliche Lasten den Bürger treffen wie die Pflicht zur Übernahme der Königlichen Aufträge im Kriege wie im Frieden und die Fonden zur Bestellung der Äcker oder zur Anlage öffentlicher Bauten Wie schwer namentlich der Bau der Stadtmauer auf der Gemeinde lastete zeigt dass der Name der Fronden Mönia den Ringwellen verblieb Eine regelmäßige direkte Besteuerung dagegen kam ebenso wenig vor wie direkte regelmäßige Staatsausgaben Zur Bestreitung der Gemeindelasten bedurfte es derselben nicht da der Staat für Herfolge Frohende und überhaupt öffentliche Dienste keine Entschädigung gewährte sondern so weit eine solche überhaupt vorkam sie dem Dienenden entweder von dem Bezirk geleistet ward den zunächst die Auflage traf oder auch von dem der selber nicht dienen konnte oder wollte die für den öffentlichen Gottesdienst nötigen Opfertiere wurden durch eine Prozesssteuer beschafft indem wer im ordentlichen Prozess unterlag eine nach dem Werte des Streit Gegenstandes abgemessene Viehbuße Sakramentum an den Staat erlegte von stehenden Geschenken der Gemeinde Bürger an den König wird nichts berichtet dagegen flossen dem König die Hafenzölle zu sowie die Einnahme von den Domänen namentlich der Weidezins Scriptura von dem auf die Gemeinweide aufgetriebenen Vieh und die Fruchtquote Vectigalia die die Nutznießer der Staatsäcker an Zinses Stadt abzugeben hatten hinzu kam der Ertrag der Viehbußen und Konfiskationen und der Kriegsgewinnen in Notfällen endlich wurde eine Umlage Tributum ausgeschrieben welche indes als gezwungene Anleihe betrachtet und in besseren Zeit läuften zurückgezahlt ward ob dieselbe die Bürger überhaupt traf oder nur die ansässigen lässt sich nicht entscheiden doch ist die letztere Annahme wahrscheinlicher der König leitete die Finanzen mit dem königlichen Privatvermögen indes das nach den Angaben über den ausgedehnten Grundbesitz des letzten römischen Königs Geschlechts der Tarquiner zu schließen regelmäßig bedeutend gewesen sein muss fiel das Staatsvermögen nicht zusammen und namentlich der durch die Waffen gewonnene Acker scheint stets als Staatseigentum gegolten zu haben ob und wie weit der König in der Verwaltung des öffentlichen Vermögens durch Herkommen beschränkt war ist nicht mehr auszumachen nur zeigt die spätere Entwicklung dass die Bürgerschaft hierbei nie gefragt worden sein kann wogegen es Sitte sein mochte die Auflage des Tributum und die Verteilung des im Kriege gewonnenen Ackerlandes mit dem Senat zu beraten indes nicht bloß leistend und dienend erscheint die römische Bürgerschaft sondern auch beteiligt an dem öffentlichen Regimente es traten hierzu die Gemeindeglieder alle mit Ausnahme der Weiber und der noch nicht waffenfähigen Kinder also wie die Anrede lautet die Lanzenmänner Quiritis auf der Dingstätte zusammen wenn der König sie berief um ihnen eine Mitteilung zu machen Conventio Contio oder auch sie förmlich auf die dritte Woche in Trinum Noundium zusammentreten hieß Comitia um sie nach Kurien zu befragen Ordnungsmäßig setzte derselbe zweimal im Jahr zum 24. März und zum 24. Mai dergleichen förmliche Gemeindeversammlungen an und außerdem so oft es ihm erforderte schien immer aber lud er die Bürger nicht zum Reden sondern zum Hören nicht zum Fragen sondern zum Antworten niemand spricht in der Versammlung als der König oder wem er das Wort zu gestatten für gut findet die Rede der Bürgerschaft ist einfache Antwort auf die Frage des Königs ohne Erörterung ohne Begründung ohne Bedingung ohne Fragteilung Nichtsdestoweniger ist die römische bürgergemeinde eben wie die deutsche und vermutlich die älteste indogermanische überhaupt die eigentliche und letzte trägerin der Idee des souveränen Staats Allein diese souveränität ruht im ordentlichen lauf der dinge oder äußert sich doch hier nur darin dass die Bürgerschaft sich zum gehorsam gegen den Vorsteher freiwillig verpflichtet zu diesem Ende richtet der König nachdem er sein Amt angetreten hat an die versammelten Kurien die Frage ob sie ihm treu und botmäßig sein und ihn selbst wie seine Boten Lictores in hergebrachter Weise anerkennen wollen eine Frage die ohne Zweifel ebenso wenig verneint werden durfte als die ihr ganz ähnliche Huldigung in der Arbmonarchie verweigert werden darf es war durchaus folgerichtig dass die Bürgerschaft eben als der souverän ordentlicherweise an dem gang der öffentlichen geschäfte sich nicht beteiligte solange die öffentliche tätigkeit sich beschränkt auf die ausübung der bestehenden rechtsordnungen kann und darf die eigentlich souveräne staatsgewalt nicht eingreifen es regieren die gesetze nicht der gesetzgeber aber anders ist es wo eine änderung der bestehenden rechtsordnung oder auch nur eine abweichung von derselben in einem einzelnen fall notwendig wird und hier tritt denn auch in der römischen verfassung ohne ausnahme die bürgerschaft handelnd auf so dass ein solcher akt der souveränen staatsgewalt vollzogen wird durch das zusammenwirken der bürgerschaft und des königs oder zwischen königs wie das rechtsverhältnis zwischen regent und regierten selbst durch mündliche frage und antwort kontrakt mäßig sanktioniert wird so wird auch jeder oberherrlichkeits akt der gemeinde zustand gebracht durch eine anfrage rogatio welche der könig an die bürger gerichtet und welcher die mehrzahl der kurien zugestimmt hat in welchem fall die zustimmung ohne zweifel auch verweigert werden durfte darum ist den römern das gesetz nicht zunächst wie wir es fassen der von dem souverän an die sämtlichen gemeindeglieder gerichtete befehl sondern zunächst der zwischen den konstitutiven gewalten des staates durch rede und gegenrede abgeschlossene vertrag einer solchen gesetz vertragung bedurfte es rechtlich in allen fällen die der ordentlichen rechtskonsequenz zuwiderliefen im gewöhnlichen rechtslauf kann jeder unbeschränkt sein eigentum weggeben an wen er will allein nur in der art dass er dasselbe sofort aufgibt dass das eigentum vorläufig dem eigentümer bleibe und bei seinem tode auf einen anderen übergehe ist rechtlich unmöglich es sei denn dass ihm die gemeinde solches gestatte was hier nicht bloß die auf dem markt versammelte sondern auch die zum kampf sich ordnende bürgerschaft bewilligen konnte dies ist der ursprung der testamente im gewöhnlichen rechtslauf kann der freie mann das unveräußerliche gut der freiheit nicht verlieren noch weggeben darum auch wer keinem haushahn untertan ist sich nicht einem anderen an sohnes statt unterwerfen es sei denn dass ihm die gemeinde solches gestatte dies ist die adrogation im gewöhnlichen rechtslauf kann das bürgerrecht nur gewonnen werden durch die geburt und nicht verloren werden es sei denn dass die gemeinde das patriziat verleihe oder dessen aufgeben gestatte was beides unzweifelhaft ursprünglich ohne kurienbeschluss nicht in gültiger weise geschehen konnte im gewöhnlichen rechtslauf trifft den todeswürdigen verbrecher nachdem der könig oder sein stellvertreter nach urteil und recht den spruch getan unerbittlich die todesstrafe da der könig nur richten nicht begnadigen kann es sei denn dass der zum tode verurteilte bürger die gnade der gemeinde anrufe und der richter ihm die betretung des gnadenwegs freigebe dies ist der anfang der provokation die darum auch vorzugsweise nicht dem leugnenden verbrecher gestattet wird der überwiesen ist sondern dem geständigen der milderungsgründe geltend macht im gewöhnlichen rechtslauf darf der mit einem nachbarstaat geschlossene ewige vertrag nicht gebrochen werden es sei denn dass wegen zugefügter unbill die bürgerschaft sich desselben entbunden erachtet daher musste sie notwendig befragt werden wenn ein angriffskrieg beabsichtigt wird nicht aber bei dem verteidigungskrieg wo der andere staat den vertrag bricht noch auch beim abschluss des friedens doch richtete sich jene frage wie es scheint nicht an die gewöhnliche versammlung der bürger sondern an das heer so wird endlich überhaupt wenn der könig eine neuerung beabsichtigt eine änderung des bestehenden gemeinen rechtes es notwendig die bürger zu befragen und insofern ist das recht der gesetzgebung von alters her nicht nicht ein recht des königs sondern ein recht des königs und der gemeinde in diesen und in allen ähnlichen fällen konnte der könig ohne mitwirkung der gemeinde nicht mit rechtlicher wirkung handeln der von könig allein zum patrizier erklärte man blieb nach wie vor nicht bürger und es konnte der nichtige akt nur etwa faktische folgen erzeugen insofern war also die gemeinde versammlung wie beschränkt und gebunden sie auch auftrat doch von alters her ein konstitutives element des römischen gemeinwesens und stand dem rechte nach mehr über als neben dem könig Ende von fünftes kapitel zwei fünftes kapitel drei von römische geschichte buch eins dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox punkt org fußnoten und fremdsprachige zitate lässt der vorleser aus römische geschichte buch eins von theodor momsen fünftes kapitel drei aber neben dem könig und neben der bürgerversammlung erscheint in der ältesten gemeindeverfassung noch eine dritte grundgewalt nicht zum handeln bestimmt wie jener noch zum beschließen wie diese und dennoch neben beide und innerhalb ihres rechtskreises über beide gesetzt dies ist der rat der alten oder der senatus unzweifelhaft ist derselbe hervorgegangen aus der geschlechtsverfassung die alte überlieferung dass in dem ursprünglichen rom die sämtlichen hausväter den senat gebildet hätten ist staatsrechtlich insofern richtig als jedes der nicht erst nachher zugewanderten geschlechter des späteren rom seinen ursprung zurückführte auf einen jener hausväter der ältesten stadt als auf seinen stammvater und patriarchen wenn wie dies wahrscheinlich ist es in rom oder doch in latium einmal eine zeit gegeben hat wo wie der staat selbst so auch jedes seiner letzten bestandteile das heißt jedes geschlecht gleichsam monarchisch organisiert war und unter einem sei es durch Wahl der geschlechtsgenossen oder des vorgängers sei es durch erbfolge bestimmten ältesten stand so ist in derselben epoche auch der senat nichts gewesen als die gesamtheit dieser geschlechts ältesten und demnach eine vom könig wie von der bürgerversammlung unabhängige institution gegenüber der letzteren unmittelbar durch die gesamtheit der bürger gebildeten gewissermaßen eine repräsentative versammlung von volksvertretern allerdings ist jene gleichsam staatliche selbstständigkeit der geschlechter bei dem latinischen stamm in unvordenklich früher zeit überwunden und der erste und vielleicht schwerste schritt um aus der geschlechtsordnung die gemeinde zu entwickeln die beseitigung der geschlechts ältesten möglicherweise in latium lange vor der gründung roms getan worden wie wir das römische geschlecht kennen ist es durchaus ohne ein sichtbares haupt und zur vertretung des gemeinsamen patriarchen von dem alle geschlechtsmänner abstammen oder abzustammen behaupten von den lebenden geschlechtsgenossen kein einzelner vorzugsweise berufen so dass selbst erbschaft und vormundschaft wenn sie dem geschlecht ansterben von den geschlechtsgenossen insgesamt geltend gemacht werden aber nichts desto weniger sind von dem ursprünglichen wesen des rates der ältesten auch auf den römischen senat noch viele und wichtige rechtsfolgen übergegangen um es mit einem worte zu sagen die stellung des senats wonach er etwas anderes und mehr ist als ein bloßer staatsrat als die versammlung eine anzahl vertrauter männer deren ratschläge der könig einzuholen zweckmäßig findet beruht lediglich darauf dass er einst eine versammlung gewesen war gleich jener die homer schildert der um den könig im kreise herum zu rate sitzenden fürsten und herren des volkes solange der senat durch die gesamtheit der geschlechts häupter gebildet ward kann die zahl der mitglieder eine feste nicht gewesen sein da die der geschlechter es auch nicht war aber in frühester vielleicht schon in vor römischer zeit ist die zahl der mitglieder des rats der ältesten für die gemeinde ohne rücksicht auf die zahl der zur zeit vorhandenen geschlechter auf hundert festgestellt worden sodass von der verschmelzung der drei urgemeinden die vermehrung der senatsitze auf die seitdem feststehende normalzahl von dreihundert die staatsrechtlich notwendige folge war auf lebenszeit ferner sind die ratsherren zu allen zeiten berufen worden und wenn in späterer zeit dies lebenslängliche verbleiben mehr tatsächlich als von rechts wegen eintrat und die von zeit zu zeit stattfindenden revisionen der senatsliste eine gelegenheit darboten den unwürdigen oder auch nur missliebigen ratsherren zu beseitigen so hat diese einrichtung sich nachweislich erst im laufe der zeit entwickelt die wahl der senatoren hat allerdings seit es geschlechtshäupter nicht mehr gab bei dem könig gestanden wohl aber mag bei dieser wahl in älterer zeit solange noch die individualität der geschlechter im volke lebendig war als regel wenn ein senator starb der könig einen anderen erfahrenen und bejahten mann derselben geschlechtsgenossenschaft an seine stelle berufen haben vermutlich ist erst mit der steigenden verschmelzung und inneren einigung der volksgemeinde hiervon abgegangen worden und die auswahl der ratsherren ganz in das freie ermessen des königs übergegangen sodass nur das noch als missbrauch erschien wenn er erledigte stellen unbesetzt ließ die befugnis dieses rates der ältesten beruht auf der anschauung dass die herrschaft über die aus den geschlechtern gebildete gemeinde von rechts wegen den sämtlichen geschlechts ältesten zusteht wenn sie auch nach der schon in dem hause so scharf sich ausprägenden monarchischen grundanschauung der römer zurzeit immer nur von einem dieser ältesten das ist von dem könig ausgeübt werden kann ein jedes mitglied des senats ist also als solches nicht der ausübung aber der befugnis nach ebenfalls könig der gemeinde weshalb auch seine abzeichen zwar geringer als die königlichen aber denselben gleichartig sind er trägt den roten schuh gleich dem könig nur dass der des königs höher und ansehnlicher ist als der des senators hierauf beruht es ferner dass wie bereits erwähnt war die königliche gewalt in der römischen gemeinde überhaupt nicht erledigt werden kann stirbt der könig so treten ohne weiteres die ältesten an seine stelle und üben die befugnisse der königlichen gewalt jedoch nach dem unwandelbaren grundsatz dass nur einer zur zeit herr sein kann herrscht auch jetzt immer nur einer von ihnen und es unterscheidet sich ein solcher zwischen könig interreex von dem auf lebenszeit ernannten zwar in der dauer nicht aber in der fülle der gewalt die dauer des zwischen königtums ist für die einzelnen inhaber festgesetzt auf höchstens fünf tage es geht dasselbe demnach unter den senatoren in der art um dass bis das königtum auf die dauer wieder besetzt ist der zeitige inhaber bei ablauf jener frist gemäß der durch das los festgesetzten reihenfolge es dem nachfolger ebenfalls auf fünf tage übergibt ein treuwort wird dem zwischen könig begreiflicherweise von der gemeinde nicht geleistet im übrigen aber ist der zwischen könig berechtigt und verpflichtet nicht bloß alle dem könig sonst zustehenden amtshandlungen vorzunehmen sondern selbst einen könig auf lebenszeit zu ernennen nur dem erstbestellten von ihnen fehlt ausnahmsweise das letztere recht vermutlich bei dieser angesehen wird als mangelhaft eingesetzt da er nicht von seinem vorgänger ernannt ist also ist die ältesten versammlung am letzten ende die trägerin der herrschermacht imperium und des gottes schutzes aus bisia des römischen gemeinwesens und in ihr die bürgschaft gegeben für die ununterbrochene dauer desselben und seine monarchischen nicht aber erblich monarchischen ordnung wenn also dieser senat später den griechen eine versammlung von königen zu sein dünkte so ist das nur in der ordnung ursprünglich ist er in der tat eine solche gewesen aber nicht bloß insofern der begriff des ewigen königtums in dieser versammlung seinen lebendigen ausdruck fand ist sie ein wesentliches glied der römischen gemeindeverfassung zwar hat der rat der ältesten sich nicht in die amtstätigkeit des königs einzumischen seine stellvertreter freilich hat dieser falls er nicht im stande war selbst das her zu führen oder den rechtsstreit zu entscheiden wohl von jeher aus dem senat genommen weshalb auch später noch die höchsten befehlshaberstellen regelmäßig nur an senatoren vergeben und ebenso als geschworene vorzugsweise senatoren verwendet werden aber weder bei der herleitung noch bei der rechtsprechung ist der senat in seiner gesamtheit je zugezogen worden weshalb es auch in dem späteren rom nie ein militärisches befehlsrecht und keine gerichtsbarkeit des senats gegeben hat aber wohl galt der rat der alten als der berufene wahrer der bestehenden verfassung selbst gegenüber dem könig und der bürgerschaft es lag deshalb ihm ob jeden auf antrag des königs von dieser gefassten beschluss zu prüfen und wenn derselbe die bestehenden rechte zu verletzen schien demselben die bestätigung zu versagen oder was dasselbe ist in allen fällen wo verfassungsmäßig ein gemeindebeschluss erforderlich war also bei jeder verfassungsänderung bei der aufnahme neuer bürger bei der erklärung eines angriffskrieges kam dem rat der alten ein veto zu allerdings darf man dies wohl nicht so auffassen als habe die gesetzgebung der bürgerschaft und dem rat gemeinschaftlich zugestanden etwa wie den beiden häusern in dem heutigen konstitutionellen staat der senat war nicht sowohl gesetzgeber als gesetzwächter und konnte den beschluss nur dann kassieren wenn die gemeinde ihre befugnisse überschritten also bestehende verpflichtungen gegen die götter oder gegen auswärtige staaten oder auch organische einrichtungen der gemeinde durch ihren beschluss verletzt zu haben schien immer aber bleibt es vom größten gewichte dass zum beispiel wenn der römische könig die kriegserklärung beantragt und die bürgerschaft dieselbe zum beschluss erhoben hatte auch die sühne welche die auswärtige gemeinde zu erlegen verpflichtet schien von derselben umsonst gefordert worden war der römische sendbote die götter zu zeugen der unbill anrief und mit den worten schloß darüber aber wollen wir alten rat pflegen daheim wie wir zu unserem rechte kommen erst wenn der rat der alten sich einverstanden erklärt hatte war der nun von der bürgerschaft beschlossene vom senat gebilligte krieg förmlich erklärt gewiss war es weder die absicht noch die folge dieser satzung ein stetiges eingreifen des senats in die beschlüsse der bürgerschaft hervorzurufen und durch solche bevormundung die bürgerschaft ihrer souveränen gewalt zu entkleiden aber wie im fall der vakanz des höchsten amtes der senat die dauer der gemeindeverfassung verbürgte finden wir auch hier ihn als den hort der gesetzlichen ordnung gegenüber selbst der höchsten gewalt der gemeinde hieran wahrscheinlich knüpft endlich auch die allem anschein nach uralte übung an dass der könig die an die volksgemeinde zu bringenden anträge vorher dem rat der alten vorlegte und dessen sämtliche mitglieder eines nach dem anderen darüber ihr gutachten abgeben ließ da dem senat das recht zustand den gefassten beschluss zu kassieren so lag es dem könig nahe sich vorher die überzeugung zu verschaffen das widerspruch hier nicht zu befürchten sei wie denn überhaupt einerseits die römische sitte es mit sich brachte in wichtigen fällen sich nicht zu entscheiden ohne anderer männer rat vernommen zu haben andererseits der senat seiner ganzen zusammensetzung nach dazu berufen war dem herrscher der gemeinde als staatsrat zur seite zu stehen aus diesem rat erteilen ist weit mehr als aus der bisher bezeichneten kompetenz die spätere machtvolle des senats hervorgegangen die anfänge indes sind unscheinbar und gehen eigentlich auf in die befugnis der senatoren dann zu antworten wenn sie gefragt werden es mag üblich gewesen sein bei angelegenheiten von wichtigkeit die weder richterliche noch feldherrliche waren also zum beispiel abgesehen von den an die volksversammlung zu bringenden anträgen auch bei der auflage von fronden und steuern bei der einberufung der bürger zum wehrdienst und bei verfügungen über das eroberte gebiet den senat vorher zu fragen aber wenn auch üblich rechtlich notwendig war eine solche vorherige befragung nicht der könig beruft den rat wenn es ihm beliebt und legt die fragen ihm vor ungefragt darf kein ratsherr seine meinung sagen noch weniger der rat sich ungeladen versammeln abgesehen von dem einen fall wo er in der vakanz zusammentritt um die reihenfolge der zwischenkönige festzustellen dass es ferner dem könig zusteht neben den senatoren und gleichzeitig mit ihnen auch andere männer seines vertrauens zu berufen und zu befragen ist in hohem grade wahrscheinlich der ratschlag sodann ist kein befehl der könig kann es unterlassen ihm zu folgen ohne dass dem senat ein anderes mittel zustände seiner ansicht praktische geltung zu schaffen als jenes früher erwähnte keineswegs allgemein anwendbare kassationsrecht ich habe euch gewählt nicht dass ihr mich leitet sondern um euch zu gebieten diese worte die ein späterer schriftsteller dem könig romulus in den mund legt bezeichnen nach dieser seite hin die stellung des senats gewiss im wesentlichen richtig fassen wir die ergebnisse zusammen es war die römische bürgergemeinde an welcher der begriff der souveränität haftete aber allein zu handeln war sie nie mit zu handeln nur dann befugt wenn von der bestehenden ordnung abgegangen werden sollte neben ihr stand die versammlung der lebenslänglich bestellten gemeinde ältesten gleichsam ein beamten kollegium mit königlicher gewalt berufen im fall der erledigung des königs amtes dasselbe bis zur definitiven wiederbesetzung durch ihre mitglieder zu verwalten und befugt den rechtswidrigen beschluss der gemeinde umzustoßen die königliche gewalt selber war wie salust sagt zugleich unbeschränkt und durch die gesetze gebunden imperium legitimum unbeschränkt insofern des königs gebot gerecht oder nicht zunächst unbedingt vollzogen werden musste gebunden insofern ein dem herkommen zuwiderlaufendes und nicht von dem wahren souverän dem volke gut geheißenes gebot auf die dauer keine rechtlichen folgen erzeugte also war die älteste römische verfassung gewissermaßen die umgekehrte konstitutionelle monarchie wie in dieser der könig als inhaber und träger der machtfülle des staates gilt und darum zum beispiel die gnadenakte lediglich von ihm ausgehen den vertretern des volkes aber und den ihnen verantwortlichen beamten die staatsverwaltung zukommt so war die römische volksgemeinde ungefähr was in england der könig ist und das begnadigungsrecht wie in england ein reservatrecht der krone so in rom ein reservatrecht der volksgemeinde während alles regiment bei dem vorsteher der gemeinde stand fragen wir endlich nach dem verhältnis des staates selbst zu dessen einzelnen gliedern so finden wir den römischen staat gleich weit entfernt von der lockerheit des bloßen schutzverbandes und von der modernen idee einer unbedingten staatsallmacht die gemeinde verfügt wohl über die person des bürgers durch auflegung von gemeindelasten und bestrafung der vergehen und verbrechen aber ein spezialgesetz das dass einen einzelnen mann wegen nicht allgemein verpönte handlungen mit strafe belegte oder bedrohte ist selbst wenn in den formen nicht gefehlt war doch den römern stets als willkür und unrecht erschienen bei weitem beschränkter noch war die gemeinde hinsichtlich der eigentums und was damit mehr zusammenfiel als zusammenhing der familienrechte in rom wurde nicht wie in dem lykurgischen polizeistaat das haus geradezu vernichtet und die gemeinde auf dessen kosten groß gemacht es ist einer der unleugbarsten wie einer der merkwürdigsten sätze der ältesten römischen verfassung dass der staat den bürger wohl fesseln und hinrichten aber nicht ihm seinen sohn oder seinen acker wegnehmen oder auch nur ihn mit bleibender wirkung besteuern durfte in diesen und ähnlichen dingen war selbst die gemeinde dem bürger gegenüber beschränkt und diese rechts schranke bestand nicht bloß im begriff sondern fand ihren ausdruck und ihre praktische anwendung in dem verfassungsmäßigen veto des senats der gewiss befugt und verpflichtet war jeden einem solchen grundrecht zu widerlaufenden gemeindebeschluss zu vernichten keine gemeinde war innerhalb ihres kreises so wie die römische allmächtig aber in keiner gemeinde auch lebte der unsträflich sich führende bürger in gleich unbedingter rechtssicherheit gegenüber seinen mitbürgern wie gegenüber dem staat selbst so regierte sich die römische gemeinde ein freies volk das zu gehorchen verstand in klarer absagung von allem mystischen priesterschwindel in unbedingter gleichheit vor dem gesetz und unter sich in scharfer ausprägung der eigenen nationalität während zugleich es wird dies nachher dargestellt werden dem verkehr mit dem auslande so großherzig wie verständig die tore weit aufgetan wurden diese verfassung ist weder gemacht noch erborgt sondern erwachsen in und mit dem römischen volke es versteht sich dass sie auf der älteren italischen gräcoitalischen und indogermanischen verfassung beruht aber es liegt doch eine unübersehbar lange kette staatlicher entwicklungsphasen zwischen den verfassungen wie die homerischen gedichte oder tacitus bericht über deutschland sich schildern und der ältesten ordnung der römischen gemeinde in dem zuruf des hellenischen in dem schildschlagen des deutschen umstandes lag wohl auch eine äußerung der souveränen gewalt der gemeinde aber es war weit von da bis zu der geordneten kompetenz und der geregelten erklärung der latinischen kurien versammlung es mag ferner sein dass wie das römische königtum den purpurmantel und den elfenbeinstab sicher den griechen nicht den etruskern entlehnt hat so auch die zwölf liktoren und andere äußerlichkeiten mehr vom ausland herübergenommen worden sind aber wie entschieden die entwicklung des römischen staatsrechts nach rom oder doch nach latium gehört und wie wenig und wie unbedeutend das geborgte darin ist beweist die durchgängige bezeichnung aller seiner begriffe mit wortern latinischer prägung diese verfassung ist es die die grundgedanken des römischen staats für alle zeiten tatsächlich festgestellt hat denn trotz der wandelnden formen steht es fest solange es eine römische gemeinde gibt dass der beamte unbedingt befiehlt dass der rat der alten die höchste autorität im staate ist und dass jede ausnahme bestimmung der sanktionierung des souveräns bedarf das heißt der volksgemeinde ende von fünftes kapitel drei sechstes kapitel eins von römische geschichte buch eins dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox punkt org fußnoten und fremdsprachige zitate lässt der vorleser aus römische geschichte buch eins von theodor momsen sechstes kapitel eins die nichtbürger und die reformierte verfassung die geschichte einer jeden nation der italischen aber vor allen ist ein großer syn ökismus schon das älteste rom von dem wir kunde haben ist ein dreieiniges und erst mit der völligen erstarrung des römertums endigen die ähnlichen inkorporationen abgesehen von jenem ältesten verschmelzungsprozess der ramner titier und lucerer von dem fast nur die nackte tatsache bekannt ist ist der früheste derartige inkorporationsakt derjenige durch den die hügelbürgerschaft aufging in dem palatinischen rom die ordnung der beiden gemeinden wird als sie verschmolzen werden sollten im wesentlichen gleichartig und die durch die vereinigung gestellte aufgabe in der art gedacht werden dürfen dass man zu wählen hatte zwischen dem festhalten der doppel institution oder unter aufhebung der einen der beziehung der übrig bleibenden auf die ganze vereinigte gemeinde hinsichtlich der heiligtümer und priesterschaften hielt man im ganzen den ersten weg ein die römische gemeinde besaß fortan zwei springer und zwei wolfsgilden und wie einen zwiefachen mars so auch einen zwiefachen mars priester von denen sich späterhin der palatinische den priester des mars der kolinische den des quirinus zu nennen pflegte es ist glaublich wenn gleich nicht mehr nachzuweisen dass die gesamten alt latinischen priesterschaften roms der auguren pontifes westalen fethialen in gleichartiger weise aus den kombinierten priesterkollegien der beiden gemeinden vom palatin und vom quirinal hervorgegangen sind ferner trat in der örtlichen einteilung zu den drei quartieren der palatinischen stadt so borra palatin und vorstadt die hügelstadt auf dem quirinal als viertes hinzu wenn dagegen bei dem ursprünglichen synnechismus die beitretende gemeinde auch nach der vereinigung wenigstens als teil der neuen bürgerschaft gegolten und somit gewissermaßen politisch fortbestanden hatte so ist dies weder in beziehung auf die hügelrömer noch überhaupt bei einem der späteren annexionsprozesse wieder vorgekommen auch nach der vereinigung zerfiel die römische gemeinde in die bisherigen drei teile zu je zehn pflegschaften und die hügelrömer mögen sie nun ihrerseits mehrteilig gewesen sein oder nicht müssen in die bestehenden teile und pflegschaften eingeordnet worden sein wahrscheinlich ist dies in der art geschehen dass jeder teil und jede pflegschaft eine quote der neubürger zugewiesen erhielt in diesen abteilungen aber die neu mit den altbürgern nicht vollständig verschmolzen vielmehr treten fortan jene teile doppelgliedrig auf und scheiden sich die titier ebenso die ramner und die lucera in sich wieder in erste und zweite priores posteriores ordnung ist vermutlich ähnlich aufzufassen vor allem erscheint diese anordnung im heerwesen nach der vereinigung stellt jeder halbteil der dreiteiligen gemeinde hundert berittene und es steigt dadurch die römische bürgerreiterei auf sechshundert schaften die zahl der reiter führer wahrscheinlich auch von drei auf sechs von einer entsprechenden vermehrung des fußvolks ist nichts überliefert wohl aber wird man den nachherigen gebrauch dass die legionen regelmäßig je zwei und zwei einberufen wurden hierauf zurück führen dürfen und wahrscheinlich rührt von dieser verdoppelung des aufgebotes ebenfalls her dass nicht wie wohl ursprünglich drei sondern sechs abteilungsführer die legionen befähigen eine entsprechende vermehrung der senatstellen hat entschieden nicht stattgefunden sondern die uralte zahl von 300 rats herrn ist bis in das siebente jahrhundert hinein die normale geblieben womit sich sehr wohl verträgt dass eine anzahl der angesehensten männer der neu hinzutretenden gemeinde in den senat der palatinischen stadt aufgenommen sein mag ebenso verfuhr man mit den magistratoren auch der vereinigten gemeinde stand nur ein könig vor und von seinen hauptsächlichsten stellvertretern nämlich dem stadtvorsteher gilt dasselbe man sieht dass die sakralen institutionen der hügelstadt fortbestanden und in militärischer hinsicht man nicht unterließ der verdoppelten bürgerschaft die doppelte mannszahl abzufordern im übrigen aber die einordnung der querinalischen stadt in die palatinische eine wahre unterordnung der ersteren gewesen ist wenn wir mit recht angenommen haben dass der gegensatz zwischen den palatinischen alt und den querinalischen neubürgern zusammenfiel mit dem zwischen den ersten und zweiten titiern ramnern und lucerern so sind die geschlechter der querinalstadt die zweiten oder die minderen gewesen indes war der unterschied sicherlich mehr ein ehren als ein rechts vorzug bei den abstimmungen im rat wurden die aus den alten geschlechtern genommenen ratzahlen vor denen der minderen gefragt in gleicher weise steht das kolinische quartier im range zurück selbst hinter dem vorstädtischen der palatinischen stadt der priester des querinalischen machts hinter dem des palatinischen die querinalischen springer und wölfe hinter denen vom palatin so nach bezeichnet der syn kismos durch den die palatinische gemeinde die querinalische in sich aufnahm eine mittelstufe zwischen dem ältesten durch den die titier ramner und lucera miteinander verwuchsen und allen späteren einen eigenen teil zwar durfte die zutretende gemeinde in dem neuen ganzen nicht mehr bilden wohl aber noch wenigstens einen teil in jedem teile und ihre sakralen institutionen ließ man nicht bloß bestehen was auch nachher noch zum beispiel nach der einnahme von alba geschah sondern erhob sie zu institutionen der vereinigten gemeinde was späterhin in dieser weise nicht wieder vorkam diese verschmelzung zweier im wesentlichen gleichartiger gemeinwesen war mehr eine quantitative steigerung als eine innerliche umgestaltung der bestehenden gemeinde von einem zweiten inkorporations prozess der weit allmählicher durchgeführt ward und weit tiefere folgen gehabt hat reichen die ersten anfänge gleichfalls bis in diese epoche zurück es ist dies die verschmelzung der bürgerschaft und der insassen von jeher standen in der römischen gemeinde neben der bürgerschaft die schutzleute die hörigen klientes wie man sie nannte als die zugewandten der einzelnen bürgerhäuser oder die menge plebis von pleo plenus wie sie negativ hießen mit hinblick auf die mangelnden politischen rechte die elemente zu dieser mittelstufe zwischen freien und unfreien waren wie gezeigt ward bereits in dem römischen hause vorhanden aber in der gemeinde musste diese klasse aus einem zwiefachen grunde tatsächlich und rechtlich zu größerer bedeutung erwachsen einmal konnte die gemeinde selbst wie knechte so auch halbfreie hörige besitzen besonders mochte nach überwindung einer stadt und auflösung ihres gemeinwesens es oft der siegenden gemeinde zweckmäßig erscheinen die masse der bürgerschaft nicht formlich als sklaven zu verkaufen sondern ihnen den faktischen fortbesitz der freiheit zu gestatten so dass sie gleichsam als freigelassene der gemeinde sei es zu den geschlechtern sei es zu dem könig in klientel verhältnis traten zweitens aber war durch die gemeinde und deren macht über die einzelnen bürger die möglichkeit gegeben auch deren klienten gegen missbräuchliche handhabung des rechtlich fortbestehenden herrenrechts zu schützen bereits in unvordenklich früherer zeit ist in das römische landrecht der grundsatz eingeführt worden von dem die gesamte rechtsstellung der insassenschaft ihren ausgang genommen hat dass wenn der herr bei gelegenheit eines öffentlichen rechts akts testament prozess schatzung sein herrenrecht ausdrücklich oder still schweigend aufgegeben habe weder er selbst noch seine rechtsnachfolger diesen verzicht gegen die person des freigelassenen selbst oder gar seine dezendenten jemals wieder sollten willkürlich rückgängig machen können die hörigen und ihre nachkommen besaßen und zwar weder bürger noch gastrecht denn zu jenem bedurfte es förmlicher erteilung von seiten der gemeinde dieser aber setzte das bürgerrecht des gastes in einer mit den römischen in vertrag stehenden gemeinde voraus was ihnen zuteil ward war ein gesetzlich geschützter freiheitsbesitz bei rechtlich fortdauernder unfreiheit und darum scheinen längere zeit hindurch ihre vermögensrechtlichen beziehungen gleich denen der sklaven als rechtsverhältnisse des patrons gegolten und dieser prozessualisch sie notwendig vertreten zu haben womit denn auch zusammenhängen wird dass der patron im notfall beisteuern von ihnen einheben und sie vor sich zu krimineller verantwortung ziehen konnte aber allmählich entwuchs die insassenschaft diesen fesseln sie fingen an in eigenem namen zu erwerben und zu veräußern und ohne die formelle vermittlung ihres patrons von den römischen bürgergerichten recht anzusprechen und zu erhalten in ehe und erbrecht war die rechtsgleichheit mit den bürgern zwar weit eher den ausländern gestattet als diesen keiner gemeinde angehörigen eigentlich unfreien leuten aber es konnte denselben doch nicht wohl gewährt werden in ihrem eigenen kreise ehen einzugehen und die daran sich knüpfenden rechtsverhältnisse der eheherrlichen und väterlichen gewalt der agnation und des geschlechts der erbschaft und der vormundschaft nach art der bürgerrechtlichen zu gestalten teilweise zu ähnlichen folgen führte die ausübung des gastrechts insofern aufgrund desselben ausländer sich auf die dauer in rom niederließen und dort eine häuslichkeit begründeten in dieser hinsicht müssen seit uralter zeit die liberalsten grundsätze in rom bestanden haben das römische recht weiß weder von erbguts qualität noch von geschlossenheit der liegenschaften und gestattet eines teils jedem dispositionsfähigen mann bei seinen lebzeiten vollkommen unbeschränkte verfügung über sein vermögen andererseits so viel wir wissen jedem der überhaupt zum verkehr mit römischen bürgern befugt war selbst dem fremden und dem klienten das unbeschränkte recht bewegliches und seitdem immobilien überhaupt im privateigentum stehen konnten in gewissen schranken auch unbewegliches gut in rom zu erwerben es ist eben rom eine handelsstadt gewesen die wie sie den anfang ihrer bedeutung dem internationalen verkehr verdankte so auch das niederlassungsrecht mit großartiger freisinnigkeit jedem kinde ungleicher ehe jedem freigelassenen knecht jedem nach rom unter aufhebung seines heimatrechts übersiedelnden fremden gewährt hat anfänglich waren also die bürger in der tat die schutzherren die nicht bürger die geschützten allein wie in allen gemeinden die die ansiedlung freigeben und das bürgerrecht schließen ward es auch in rom bald schwer und wurde immer schwerer dieses rechtliche verhältnis mit dem faktischen zustand in harmonie zu erhalten das aufblühen des verkehrs die durch das latinische bündnis allen latinern gewährleistete volle privatrechtliche gleichstellung mit einschluss selbst der erwerbung von grundbesitz die mit dem wohlstand steigende häufigkeit der freilassungen mussten schon im frieden die zahl der insassen unverhältnismäßig vermehren es kam dazu der größere teil der bevölkerung der mit den waffen bezwungenen und rom inkorporierten nachbarstädte welcher mochte er nun nach rom übersiedeln oder in seiner alten zum dorf herabgesetzten heimat verbleiben in der regel wohl sein eigenes bürgerrecht mit römischem metiurkenrecht vertauschte dazu lastete der krieg ausschließlich auf den altbürgern und lichtete beständig die reihen der patrizischen nachkommenschaft während die insassen an dem erfolg der siege anteil hatten ohne mit ihrem blute dafür zu bezahlen unter solchen verhältnissen ist es nur befremdlich dass das römische patriziat nicht noch viel schneller zusammenschwand als es in der tat der fall war dass er noch längere zeit eine zahlreiche gemeinde blieb davon ist der grund schwerlich zu suchen in der verleihung des römischen bürgerrechts an einzelne ansehnliche auswärtige geschlechter die nach dem austritt aus ihrer heimat oder nach der überwindung ihrer stadt das römische bürgerrecht empfingen denn diese verleihungen scheinen von anfang an sparsam erfolgt und immer seltener geworden zu sein je mehr das römische bürgerrecht im preise stieg von größerer bedeutung war vermutlich die einführung der zivilehe wonach das von patrizischen als eheleute wenn auch ohne konvariation zusammenlebenden eltern erzeugte kind volles bürgerrecht erwarb so gut wie das in konvariierter ehe erzeugte es ist wenigstens wahrscheinlich dass die schon vor den zwölf tafeln in rom bestehende aber doch gewiss nicht ursprüngliche zivilehe eben eingeführt ward um das zusammenschwinden des patriziats zu hemmen auch die maßregeln durch welche bereits in ältester zeit auf die erhaltung einer zahlreichen nachkommenschaft in den einzelnen häusern hingewirkt ward gehören in diesen zusammenhang nichtsdestoweniger war notwendigerweise die zahl der insassen in beständigem und keiner minderung unterliegendem wachsen begriffen während die der bürger sich im besten fall nicht vermindern mochte und infolgedessen erhielten die insassen unmerklich eine andere und freiere stellung die nicht bürger waren nicht mehr bloß entlassene knechte und schutzbedürftige fremde es gehörten dazu die ehemaligen bürgerschaften der im krieg unterlegenen latinischen gemeinden und vor allen dingen die latinischen ansiedler die nicht durch gunst des königs oder eines anderen bürgers sondern nach bundesrecht in rom lebten vermögensrechtlich unbeschränkt gewannen sie geld und gut in der neuen heimat und vererbten gleich dem bürger ihren hof auf kinder und kindeskinder auch die drückende abhängigkeit von den einzelnen bürgerhäusern lockerte sich allmählich stand der befreite knecht der eingewanderte fremde noch ganz isoliert im staate so galt dies schon nicht mehr von seinen kindern noch weniger von den enkeln und die beziehungen zu dem patron traten damit von selbst immer mehr zurück war in älterer zeit der klient ausschließlich für den rechtsschutz angewiesen auf die vermittlung des patrons so musste je mehr der staat sich konsolidierte und folgeweise die bedeutung der geschlechtsvereine und der häuser sank desto häufiger auch ohne vermittlung des patrons vom könig dem einzelnen klienten rechtsfolge und abhilfe der unbill gewährt werden eine große zahl der nicht bürger namentlich die mitglieder der aufgelösten latinischen gemeinden standen überhaupt wie schon gesagt ward wahrscheinlich von haus aus nicht in der klientel der königlichen oder der sonstigen großen geschlechter und gehorchten dem könig ungefähr in gleicher art wie die bürger dem könig dessen herrschaft über die bürger denn doch am ende abhing von dem guten willen der gehorchenden mußte es willkommen sein in diesen wesentlich von ihm abhängigen schutzleuten sich eine ihm näher verpflichtete genossenschaft zu bilden sechstes kapitel eins sechstes kapitel zwei von römische geschichte buch eins dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox punkt org fußnoten und fremdsprachige zitate lässt der vorleser aus römische geschichte buch eins von theodor momsen sechstes kapitel zwei so erwuchs neben der bürgerschaft eine zweite römische gemeinde aus den klienten ging die plebs hervor dieser namenwechsel ist charakteristisch rechtlich ist kein unterschied zwischen dem klienten und dem plebeher dem hörigen und dem manne aus dem volk faktisch aber ein sehr bedeutender in dem jene bezeichnung das schutzverhältnis zu einem der politisch berechtigten gemeindeglieder diese bloß den mangel der politischen rechte hervorhebt wie das gefühl der besonderen abhängigkeit zurück trat drängte das der politischen zurücksetzung den freien insassen sich auf und nur die über allen gleichmäßig waltende herrschaft des königs verhinderte das ausbrechen des politischen kampfes zwischen der berechtigten und der rechtlosen gemeinde der erste schritt zur verschmelzung der beiden volksteile geschah indes schwerlich auf dem wege der revolution den jener gegensatz vorzuzeichnen schien die verfassungsreform die ihren namen was wir wissen nicht durch historische überlieferung sondern nur durch rückschlüsse aus den späteren institutionen wissen aber ihr wesen zeugt dafür dass nicht die plebeja sie gefordert haben können denen die neue verfassung nur pflichten nicht rechte gab sie muss vielmehr entweder der weisheit eines der römischen könige ihren ursprung verdanken oder auch dem drängen der bürgerschaft auf befreiung von der ausschließlichen belastung und auf zuziehung der nicht bürger teils zu der besteuerung das heißt zu der verpflichtung dem staat im notfall vorzuschießen dem tributum und zu den fronden teils zu dem aufgebot beides wird in der serbianischen verfassung zusammengefasst ist aber schwerlich gleichzeitig erfolgt ausgegangen ist die heranziehung der nicht bürger vermutlich von den ökonomischen lasten es wurden diese früh auch auf die gebüterten lokupletes oder die stetigen leute asidui erstreckt und nur die gänzlich vermögenslosen die kinder zeuger proletarii capite zensi blieben davon frei weiter folgte die politisch wichtigere heranziehung der nicht bürger zu der wehrpflicht diese wurde fortan statt auf die bürgerschaft als solche gelegt auf die grundbesitzer die tribules mochten sie bürger oder bloß insassen sein die heeresfolge wurde aus einer persönlichen zu einer reallast im einzelnen war die ordnung folgende pflichtig zum dienst war jeder ansässige mann vom 18. bis zum 60. lebensjahr mit einschluss der hauskinder ansässiger väter ohne unterschied der geburt sodass selbst der entlassene knecht zu dienen hatte wenn er ausnahmsweise zu grundbesitz gelangt war auch die grundbesitzenden latiner anderen ausländern war der erwerb römischen bodens nicht gestattet wurden zum dienst herangezogen sofern sie was ohne zweifel bei den meisten derselben der fall war auf römischem gebiet ihren wohnsitz genommen hatten nach der größe der grundstücke wurde die kriegstüchtige mannschaft eingeteilt in die voll dienstpflichtigen oder die voll hufner welche in vollständiger rüstung erscheinen mussten und insofern vorzugsweise das kriegsherr klassis bildeten während von den vier folgenden reihen der kleineren grundbesitzer den besitzern von drei vierteln hälften vierteln und achteln einer ganzen bauernstelle zwar auch die erfüllung der dienstpflicht nicht aber die volle armierung verlangt ward und sie also unterhalb des vollsatzes infraklassem standen nach der damaligen verteilung des bodens waren fast die hälfte der bauernstelle voll hufen während die drei viertel halb und viertel hufener jede knapp die achtel hufener reichlich ein achtel der ansässigen ausmachten weshalb festgesetzt ward dass für das fußvolk auf achtzig voll hufener je zwanzig der drei folgenden und achtundzwanzig der letzten reihe ausgehoben werden sollten ähnlich verfuhr man bei der reiterei die zahre der abteilungen wurde in dieser verdreifacht und nur darin wich man hier ab dass die bereits bestehenden sechs abteilungen mit den alten namen tities ramnes luceres primi und secundi den patriziern blieben während die zwölf neuen hauptsächlich aus den nichtbürgern gebildet wurden der grund dieser abweichung ist wohl darin zu suchen dass man damals die fußtruppen für jeden feldzug neu formierte und nach der heimkehr entließ dagegen die reiter mit ihren rossen aus militaerischen rücksichten auch im frieden zusammengehalten wurden und regelmäßige übungen hielten die als festlichkeiten der römischen ritterschaft bis in die späteste zeit fortbestanden so ließ man denn auch bei dieser reform den einmal bestehenden schwadronen ihre hergebrachten namen um auch die reiterei jedem bürger zugänglich zu machen wurden die unverheirateten frauen und die unmündigen weisen soweit sie grundbesitz hatten angehalten anstatt des eigenen dienstes einzelnen reitern die pferde jeder reiter hatte deren zwei zu stellen und zu füttern im ganzen kam auf neun fußsoldaten ein reiter doch wurden beim effektiven dienst die reiter mehr geschont die nicht ansässigen leute ad zensi neben dem verzeichnis der wehrpflichtigen stehende leute hatten zum heere die werk- und spielleute zu stellen sowie eine anzahl ersatzmänner die unbewaffnet velati mit dem heer zogen und wenn im felde lücken entstanden mit den waffen der kranken und gefallenen ausgerüstet in die reihe eingestellt wurden zum beruf der ausübung des fußvolks wurde die stadt eingeteilt in vier teile tribus wodurch die alte dreiteilung wenigstens in ihrer lokalen bedeutung beseitigt ward den palatinischen der die anhörgleiches namens nebst der velia in sich schloss den der subora dem die straße dieses namens die karenen und der kelius angehörten den des eskelinischen und den kolinischen den der quirinal und viminal die hügel im gegensatz der berge des kapitol und palatin bildeten von der bildung dieser distrikte ist bereits früher die rede gewesen und gezeigt in welcher weise dieselben aus der alten palatinischen und quirinalischen doppelt statt hervorgegangen sind in welcher weise es herbeigeführt worden ist dass jeder ansässige bürger einem dieser stadtteile angehörte lässt sich nicht sagen aber es war dies der fall und dass die vier distrikte ungefähr gleiche mannzahl hatten ergibt sich aus ihrer gleichmäßigen anziehung bei der aushebung überhaupt hat diese einteilung die zunächst auf den boden allein und nur folgeweise auf die besitzer sich bezog einen ganz äußerlichen charakter und namentlich ist ihr niemals eine religiöse bedeutung zugekommen denn dass in jedem stadtdistrikt eine gewisse zahl der rätselhaften agrer kapellen sich befanden macht dieselben ebenso wenig zu sakralen bezirken als es die gassen dadurch wurden dass in jeder ein laren altar errichtet ward jeder dieser vier aushebungs distrikte hatte annähernd den vierten teil wie der ganzen mannschaft so jeder einzelnen militärischen abteilung zu stellen so dass jede legion und jede zenturie gleich viel konskribierte aus jedem bezirk zählte um alle gegensätze gentizilischer und lokaler natur in dem einen und gemeinsamen gemeindeaufgebot aufzuheben und vor allem durch den mächtigen hebel des nivellierenden soldatengeistes insassen und bürger zu einem volke zu verschmelzen militärisch wurde die waffenfähige mannschaft geschieden in ein erstes und zweites aufgebot von denen jene die jüngeren vom laufenden achtzehnten bis zum vollendeten sechsundvierzigsten jahre vorwiegend zum felddienst verwandt wurden während die älteren die mauern daheim schirmten die militärische einheit ward in der infanterie die jetzt verdoppelte legion eine vollständig nach alter dorischer art gereihte und gerüstete phalanx von sechstausend mann die sechs glieder hoch eine front von tausend schwer gerüsteten bildete wozu dann noch zweitausend vierhundert ungerüstete kamen die vier ersten glieder der phalanx die klassis bildeten die vollgerüsteten hopliten der vollhofener im fünften und sechsten standen die mindergerüsteten bauern der zweiten und dritten abteilung die beiden letzten traten als letzte glieder zu der phalanx hinzu oder kämpften daneben als leicht bewaffnete für die leichte ausfüllung zufälliger lücken die der phalanx so verderblich sind war gesorgt es standen also in derselben vierund achtzig zenturien oder achttausend vierhundert mann davon sechstausend hopliten viertausend der ersten je zweitausend der beiden folgenden abteilungen ferner 2400 leichte davon tausend der vierten 1200 der fünften abteilung ungefähr stellte jeder aushebungsbezirk zu der phalanx 2100 zu jeder zenturie 25 mann diese phalanx war das zum ausrücken bestimmte heer während die gleiche truppenmacht auf die für die stadtverteidigung zurückbleibenden älteren gerechnet wurde wodurch also der normalbestand des fußvolks auf 16800 mann kam 80 zenturien der ersten je 20 der drei folgenden 28 der letzten abteilung ungerechnet die beiden zenturien ersatzmannschaft sowie die der werk und die der spielleute zu allen diesen kam die reiterei welche aus 1800 pferden bestand dem ausrückenden heer ward indes oft nur der dritte teil der gesamt zahl beigegeben der normalbestand des römischen heeres ersten und zweiten aufgebots stieg sonach auf nahe an 20.000 mann welche zahl dem effektiv bestand der römischen waffenfähigen wie er war zur Zeit der Einführung dieser neuen Organisation unzweifelhaft im allgemeinen entsprochen haben wird bei steigender bevölkerung wurde nicht die zahl der zenturien vermehrt sondern man verstärkte durch zugegebene leute die einzelnen abteilungen ohne doch die grundzahl ganz fallen zu lassen wie denn die römischen der zahl nach geschlossenen korporationen überhaupt häufig durch aufnahme überzähliger mitglieder die ihnen gesetzte schranke umgingen mit dieser neuen heeresordnung hand in hand ging die sorgfältigere beaufsichtigung des grundbesitzes von seiten des staats es wurde entweder jetzt eingeführt oder doch sorgfältiger bestimmt dass ein erdbuch angelegt werde in welchem die einzelnen grundbesitzer ihre äcker mit dem zubehör den gerechtigkeiten den knechten den zug und last tieren verzeichnen lassen sollten jede veräußerung die nicht offenkundig und vor zeugen geschah wurde vernichtig erklärt und eine revision des grundbesitzregisters das zugleich aushebungsrolle war in jedem vierten jahre vorgeschrieben so sind aus der serbianischen kriegsordnung die emanzipation und der zensus hervorgegangen augenscheinlich ist diese ganze institution von haus aus militärischer natur in dem ganzen weitläufigen schema begegnet auch nicht ein einziger zug der auf eine andere als die rein kriegerische bestimmung der zenturien hinwiese und dies allein muss für jeden der in solchen dingen zu denken gewohnt ist genügen um ihre verwendung zu politischen zwecken für spätere neuerung zu erklären wenn wie wahrscheinlich in ältester zeit wer das sechzigste jahr überschritten hat von den zenturien ausgeschlossen ist so hat dies keinen sinn sofern dieselben von anfang an bestimmt waren gleich und neben den kurien die bürger gemeinde zu repräsentieren indes wenn auch die zenturien ordnung lediglich eingeführt ward um die schlagfertigkeit der bürgerschaft durch die beziehung der insassen zu steigern und insofern nichts verkehrter ist als die servianische ordnung für die einführung der themokratie in rom auszugeben so wirkte doch folgeweise die neue wehrpflichtigkeit der einwohnerschaft auch auf ihre politische stellung wesentlich zurück wer soldat werden muss muss auch offizier werden können solange der staat nicht faul ist ohne frage konnten in rom jetzt auch plebeier zu zenturionen und kriegstribunen ernannt werden wenn ferne auch der bisherigen in den kurien vertretenen bürgerschaft durch die zenturien institution der sonderbesitz der politischen rechte nicht geschmälert werden sollte so mussten doch unvermeidlich diejenigen rechte welche die bisherige bürgerschaft nicht als kurien versammlung sondern als bürger aufgebot geübt hatte übergehen auf die neuen bürger und insassen zenturien die zenturien also sind es fortan die der könig vor dem beginn eines angriffskrieges um ihre einwilligung zu befragen hat es ist wichtig der späteren entwicklung wegen diese ersten ansätze zu einer beteiligung der zenturien an den öffentlichen angelegenheiten zu bezeichnen allein zunächst trat der erwerb dieser rechte durch die zenturien mehr folgeweise ein als dass er geradezu beabsichtigt worden wäre und nach wie vor der serbianischen reform galt die kurien versammlung als die eigentliche bürgergemeinde deren huldigung das ganze volk dem könig verpflichtete neben diesen neuen grundsessigen vollbürgern standen die angesessenen ausländer aus dem verbündeten latium als teilnehmend an den öffentlichen lasten der steuer und den fronden daher munisippis während die außer dem tribus stehenden nicht ansässigen und des wehr- und stimmrechts entbehrenden bürger nur als steuerpflichtig erarii in betracht kommen hatte man somit bisher nur zwei klassen der gemeindeglieder bürger und schutzverwandte unterschieden so stellten jetzt sich diese drei politischen klassen fest die viele jahrhunderte hindurch das römische staatsrecht beherrscht haben wann und wie diese neue militärische organisation der römischen gemeinde ins leben trat darüber sind nur vermutungen möglich sie setzt die vier quartiere voraus das heißt die serbianische mauer musste gezogen sein bevor die reform statt fand aber auch das stadtgebiet musste schon seine ursprüngliche grenze beträchtlich überschritten haben wenn es 8000 volle ebenso viel teilhufener oder hufener söhne stellen konnte wir kennen zwar den flächenraum der vollen römischen bauernstelle nicht allein es wird nicht möglich sein sie unter 20 morgen anzusetzen rechnen wir als minimum 10.000 vollrufen so würden diese einen flächenraum von neun deutschen quadratmeilen ackerland voraussetzen wonach wenn man beide häuserraum und nicht kulturfähigen boden noch so mäßig in ansatz bringt das gebiet zu der zeit wo diese reform durchgeführt ward mindestens eine ausdehnung von 20 quadratmeilen wahrscheinlich aber eine noch beträchtlichere gehabt haben muss folgt man der überlieferung so müsste man gar eine zahl von 84.000 ansässigen und waffenfähigen bürgern annehmen denn so viel soll servius bei dem ersten zensus gezählt haben indes dass diese zahl fabelhaft ist zeigt ein blick auf die karte auch ist sie nicht wahrhaft überliefert sondern vermutungsweise berechnet indem die 16.800 waffenfähigen des normalstandes der infanterie nach einem durchschnittlichen die familie zu fünf köpfen ansetzenden überschlag eine zahl von 84.000 bürgern zu ergeben schienen und diese zahl mit der der waffenfähigen verwechselt ward aber auch nach jenen mäßigeren sätzen ist bei einem gebiet von etwa 16.000 hufen mit einer bevölkerung von nahe an 20.000 waffenfähigen und mindestens der dreifachen zahl von frauen kindern und kreisen nicht grundsässigen leuten und knechten notwendig anzunehmen dass nicht bloß die gegend zwischen tiber und anio gewonnen sondern auch die albanische mark erobert war bis vor die sarvianische verfassung festgestellt wurde womit denn auch die sage übereinstimmt wie das verhältnis der patrizier und plebeier im heere sich der zahl nach ursprünglich gestellt hat ist nicht zu ermitteln im allgemeinen aber ist es einleuchtend einerseits dass diese sarvianische institution nicht hervorgegangen ist aus dem ständekampf sondern dass sie den stempel eines reformierenden gesetzgebers an sich trägt gleich der verfassung des lykogos des solon des zaloikos andererseits dass sie entstanden ist unter griechischem einfluss einzelne analogien können trügen wie zum beispiel die schon von den alten hervorgehobene dass auch in korinth die ritterpferde auf die witwen und weisen angewiesen wurden aber die entlehnung der rüstung wie der gliederstellung von dem griechischen hoplitensystem ist sicher kein zufälliges zusammentreffen erwägen wir nun dass eben im zweiten jahrhundert der stadt die griechischen staaten in unter italien von der reinen geschlechter verfassung fortschritten zu einer modifizierten die das schwergewicht in die hände der besitzenden legte so werden wir hierin den anstoß erkennen der in rom die servianische reform hervorrief eine im wesentlichen auf demselben grundgedanken beruhende und nur durch die streng monarchische form des römischen staats in etwas abweichende bahnen gelenkte verfassungsänderung enden von sechstes kapitel zwei siebtes kapitel eins von römische geschichte buch eins dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox punkt org fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus römische geschichte buch eins von theodor mommsen siebtes kapitel eins roms hegemonie in latium an fäden unter sich und mit den nachbarn wird es der tapfere und leidenschaftliche stamm der italiker niemals haben fehlen lassen mit dem aufblühen des landes und der steigenden kultur muß die fehde allmählich in den krieg der raub in die eroberung übergegangen sein und politische mächte angefangen haben sich zu gestalten indes von jenen frühesten raufhändeln und beute zügen in denen der charakter der völker sich bildet und sich äußert wie in den spielen und fahrten des knaben der sinn des mannes hat kein italischer homer uns ein abbild aufbewahrt und ebenso wenig gestattet uns die geschichtliche überlieferung die äußere entwicklung der machtverhältnisse der einzelnen latinischen gaue auch nur mit annähernder genauigkeit zu erkennen höchstens von rom lässt die ausdehnung seiner macht und seines gebietes sich einigermaßen verfolgen die nachweislich ältesten grenzen der vereinigten römischen gemeinde sind bereits angegeben worden sie waren landeinwärts durchschnittlich nur etwa eine deutsche meile von dem hauptort des gaus entfernt und erstreckten sich einzig gegen die küste zu bis an die etwas über drei deutsche meilen von rom entfernte tibermündung ostia größere und kleinere völkerschaften sagt strabon in der schilderung des ältesten rom umschlossen die neue stadt von denen einige in unabhängigen ortschaften wohnten und keinem stammverband botmäßig waren auf kosten zunächst dieser stammverwandten nachbarn scheinen die ältesten erweiterungen des römischen gebietes erfolgt zu sein die am oberen tiber und zwischen tiber und anio gelegenen latinischen gemeinden atemne crostumerium ficulnea medulia kenina corniculum cameria colatia drückten am nächsten und empfindlichsten auf rom und scheinen schon in frühester zeit durch die waffen der römer ihre selbstständigkeit eingebüßt zu haben als selbstständige gemeinde erscheint in diesem bezirk später nur momentum das vielleicht durch bündnis mit rom seine freiheit rettete um den besitz von fidene dem brückenkopf der etrusker am linken ufer des tiber kämpften latiner und etrusker das heißt römer und vajenta mit wechselndem erfolg gegen gabii das die ebene zwischen dem anio und den albaner bergen inne hatte stand der kampf lange zeit im gleich gewicht bis in die späte zeit hinab galt das gabinische gewand als gleich bedeutend mit dem kriegskleid und der gabinische boden als prototyp des feindlichen landes durch diese eroberungen mochte das römische gebiet sich auf etwa neun quadratmeilen erweitert haben aber lebendiger als diese verschollenen kämpfe ist wenn auch in sagenhaftem gewande der folgezeit eine andere uralte waffentat der römer im andenken geblieben alba die alte heilige metropole latiums ward von römischen scharen erobert und zerstört wie der zusammenstoß entstand und wie er entschieden ward ist nicht überliefert der kampf der drei römischen gegen die drei albanischen drillingsbrüder ist nichts als eine personifizierte bezeichnung des kampfes zweier mächtiger und eng verwandter gaue von denen wenigstens der römische ein dreieiniger war wir wissen eben nichts weiter als die nackte tatsache der unterwerfung und zerstörung albas durch rom das in der gleichen zeit wo rom sich am anio und auf dem albaner gebirge fest setzte auch praeneste welches späterhin als herrn von acht benachbarten ortschaften erscheint ferner tibur und andere latinische gemeinden in gleicher weise ihr gebiet erweitert und ihre spätere verhältnismäßig ansehnliche macht begründet haben mögen lässt sich vollends nur vermuten mehr als die kriegsgeschichten vermissen wir genaue berichte über den rechtlichen charakter und die rechtlichen folgen dieser ältesten latinischen eroberungen im ganzen ist es nicht zu bezweifeln dass sie nach demselben inkorporationssystem behandelt wurden woraus die dreiteilige römische gemeinde hervorgegangen war nur dass die durch die waffen zum eintritt gezwungenen gaue nicht einmal wie jene ältesten drei als quartiere der neuen vereinigten gemeinde eine gewisse relative selbstständigkeit bewahrten sondern völlig und spurlos in dem ganzen verschwanden soweit die macht des latinischen gaues reichte duldete er in ältester zeit keinen politischen mittelpunkt außer dem eigenen hauptort und noch weniger legte er selbstständige ansiedlungen an wie die phoeniker und die griechen es taten und damit in ihren kolonien vorläufig klienten und künftig rivalen der mutterstadt erschufen am merkwürdigsten in dieser hinsicht ist die behandlung die ostia durch rom erfuhr die faktische entstehung einer stadt an dieser stelle konnte und wollte man nicht hindern gestattete aber dem orte keine politische selbstständigkeit und gab darum den dort angesiedelten kein ortsbürger sondern ließ ihnen bloß wenn sie es bereits besaßen das allgemeine römische bürgerrecht nach diesem grundsatz bestimmte sich auch das schicksal der schwächeren gaue die durch waffengewalt oder durch freiwillige unterwerfung einem stärkeren untertänig wurden die festung des gaues wurde geschleift seine mark zu der mark der überwinder geschlagen den gaugenossen selbst wie ihren göttern in dem hauptort des siegenden gaues eine neue heimat gegründet eine förmliche übersiedlung der besiegten in die neue hauptstadt wie sie bei den städtegründungen im orient regel ist wird man hierunter freilich nicht unbedingt zu verstehen haben die städte latiums konnten in dieser zeit wenig mehr sein als die festungen und wochenmärkte der bauern im ganzen genügte die verlegung des markt und dingverkehrs an den neuen hauptort dass selbst die tempel oft am alten platze blieben lässt sich an dem beispiel von alba und kenina datum welchen städten noch nach der zerstörung eine art religiöser scheinexistenz geblieben sein muss selbst wo die festigkeit des geschleiften ortes eine wirkliche verpflanzung der insassen erforderlich machte wird man mit rücksicht auf die ackerbestellung dieselben häufig in offenen weilern ihrer alten mark angesiedelt haben dass indes nicht selten auch die überwundenen alle oder zum teil genötigt wurden sich in ihrem neuen hauptort niederzulassen beweist besser als alle einzelnen erzählungen aus der sagenzeit latiums der satz des römischen staatsrechts dass nur wer die grenzen des gebietes erweitert habe die stadtmauer das pomerium vorzuschieben befugt sei natürlich wurde den überwundenen übergesiedelt oder nicht in der regel das schutzverwandtenrecht aufgezwungen einzelne geschlechter wurden aber auch wohl mit dem bürgerrecht das heißt dem patriziat beschenkt noch in der kaiserzeit kannte man die nach dem fall ihrer heimat in die römische bürgerschaft eingereiten albischen geschlechter darunter die julia servilia quinctilia clölia gigania kuriatia metilia das andenken ihrer herkunft bewahrten ihre albischen familienheiligtümer unter denen das geschlechterheiligtum der julia in boville sich in der kaiserzeit wieder zu großem ansehen erhob diese zentralisierung mehrerer kleiner gemeinden in einer größeren war natürlich nichts weniger als eine spezifisch römische idee nicht bloß die entwicklung latiums und der sabellischen stämme bewegt sich um die gegensätze der nationalen zentralisation und der kantonalen selbstständigkeit sondern es gilt das gleiche auch von der entwicklung der hellenen es war dieselbe verschmelzung vieler gaue zu einem staat aus der in latium rom und in attika athen hervorgingen und eben dieselbe fusion war es welche der weise thales dem bedrängten bunde der ionischen städte als den einzigen weg zur rettung ihrer nationalität bezeichnete wohl aber ist es rom gewesen dass diesen einheitsgedanken folgerichtiger ernstlicher und glücklicher festhielt als irgendein anderer italischer gau und eben wie athens hervorragende stellung in hellas die folge seiner frühen zentralisierung ist so hat auch rom seine größe lediglich demselben hier noch weit energischer durchgeführten system zu danken wenn also die eroberungen roms in latium im wesentlichen als gleichartige unmittelbare gebiets und gemeindeerweiterungen betrachtet werden dürfen so kommt doch derjenigen von alba noch eine besondere bedeutung zu es sind nicht bloß die problematische größe und der etwaige reichtum der stadt welche die sage bestimmt haben die einnahme albas in so besonderer weise hervorzuheben alba galt als die metropole der latinischen eidgenossenschaft und hatte die vorstandschaft unter den dreißig berechtigten gemeinden die zerstörung albas hob natürlich den bund selbst so wenig auf wie die zerstörung thebens die biotische genossenschaft vielmehr nahm dem streng privatrechtlichen charakter des latinischen kriegsrechts vollkommen entsprechend rom jetzt als rechtsnachfolgerin von alba dessen bundesvorstandschaft in anspruch ob und welche krisen der anerkennung dieses anspruchs vorhergingen oder nachfolgten vermögen wir nicht anzugeben im ganzen scheint man die römische hegemonie über latium bald und durchgängig anerkannt zu haben wenn auch einzelne gemeinden wie zum beispiel labisi labisi und vor allem gabii zeitweilig sich ihr entzogen haben mögen schon damals mochte rom als sehgewaltig der landschaft als stadt den dorfschaften als einheitsstaat der eidgenossenschaft gegenüberstehen schon damals nur mit und durch rom die latiner ihre küsten gegen karthager hellenen und etrusker schirmen und ihre landgrenze gegen die unruhigen nachbarn sabelischen stammes behaupten und erweitern können ob der materielle zuwachs den rom durch die überwältigung von alba erhielt größer war als die durch die einnahme von atemne oder collatia erlangte machtvermehrung lässt sich nicht ausmachen es ist sehr möglich dass rom nicht erst durch die eroberung albas die mächtigste latinische gemeinde ward sondern schon lange vorher es war aber was dadurch gewonnen ward war die vorstandschaft bei dem latinischen feste und damit die grundlage der kuenftigen hegemonie der römischen gemeinde über die gesamte latinische eidgenossenschaft es ist wichtig diese entscheidenden verhältnisse so bestimmt wie möglich zu bezeichnen die form der römischen hegemonie über latium war im ganzen die eines gleichen bündnisses zwischen der römischen gemeinde einer und der latinischen eidgenossenschaft andererseits wodurch ein ewiger landfrieden in der ganzen mark und ein ewiges bündnis für den angriff wie für die verteidigung festgestellt ward friede soll sein zwischen den römern und allen gemeinden der latiner solange himmel und erde bestehen sie sollen nicht krieg führen untereinander noch feinde ins land rufen noch feinden den durchzug gestatten dem angegriffenen soll hilfe geleistet werden mit gesamter hand und gleichmäßig verteilt werden was gewonnen ist im gemeinschaftlichen krieg die verbriefte rechtsgleichheit im handel und wandel im kreditverkehr wie im erbrecht verflocht die interessen der schon durch die gleiche sprache und sitte verbundenen gemeinden noch durch die tausendfachen beziehungen des geschäfts verkehrs und es ward damit etwas ähnliches erreicht wie in unserer zeit durch die beseitigung der zollschranken allerdings blieb jeder gemeinde formell ihr eigenes recht bis auf den bundesgenossenkrieg war das latinische recht mit dem römischen nicht notwendig identisch und wir finden zum beispiel dass die klagbarkeit der verlöbnisse die in rom früh abgeschafft ward in den latinischen gemeinden bestehen blieb allein die einfache und rein volkstümliche entwicklung des latinischen rechtes und das bestreben die rechtsgleichheit möglichst festzuhalten führten denn doch dahin dass das privatrecht in inhalt und form wesentlich dasselbe war in ganz latium am schärfsten tritt diese rechtsgleichheit hervor in den bestimmungen über den verlust und den wiedergewinn der freiheit des einzelnen bürgers nach einem alten ehrwürdigen rechtssatz des latinischen stammes konnte kein bürger in dem staat wo er frei gewesen war knecht werden oder innerhalb dessen das bürgerrecht einbüßen sollte er zur strafe die freiheit und was dasselbe war das bürgerrecht verlieren so musste er ausgeschieden werden aus dem staat und bei fremden in die knechtschaft eintreten diesen rechtssatz erstreckte man auf das gesamte bundesgebiet kein glied eines der bundesstaaten sollte als knecht leben können innerhalb der gesamten eidgenossenschaft anwendungen davon sind die in die zwölf tafeln aufgenommene bestimmung dass der zahlungsunfähige schuldner wenn der gläubiger ihn verkaufen wolle verkauft werden müsse jenseits der tibergrenze das heißt außerhalb des bundesgebietes und die klausel des zweiten vertrags zwischen rom und karthago dass der von den karthagern gefangene römische bundesgenosse frei sein solle sowie er einen römischen hafen betrete wenn gleich allgemeine ehegemeinschaft innerhalb des bundes wahrscheinlich nicht bestand so sind dennoch zwischenehen zwischen den verschiedenen gemeinden wie dies schon früher bemerkt worden ist häufig vorgekommen die politischen rechte konnte zunächst jeder latiner nur da ausüben wo er eingebürgert war dagegen lag es im wesen der privatrechtlichen gleichheit dass jeder latiner an jedem latinischen orte sich niederlassen konnte oder nach heutiger terminologie es bestand neben den besonderen bürgerrechten der einzelnen gemeinden ein allgemeines eidgenössisches niederlassungsrecht und seitdem der plebeier in rom als bürger anerkannt war wandelte sich dieses recht rom gegenüber um in volle freizügigkeit dass dies wesentlich zum vorteil der hauptstadt ausschlug die allein in latium städtischen verkehr städtischen erwarb städtische genüsse darzubieten hatte und dass die zahl der insassen in rom sich reißend schnell vermehrte seit die latinische landschaft im ewigen frieden mit rom lebte ist begreiflich ende von siebtes kapitel eins siebtes kapitel zwei von römische geschichte buch eins dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus römische geschichte buch eins von theodor momsen siebtes kapitel zwei in verfassung und verwaltung blieb nicht bloß die einzelne gemeinde selbstständig und souverän soweit nicht die bundespflichten eingriffen sondern was mehr bedeutet es blieb dem bunde der dreißig gemeinden als solchem rom gegenüber die autonomie wenn versichert wird dass albas stellung zu den bundesgemeinden eine überlegenere gewesen sei als die roms und dass die letzteren durch albas sturz die autonomie erlangt hätten so ist dies insofern wohl möglich als alba wesentlich bundesglied war rom von haus aus mehr als sonderstaat dem bunde gegenüber als innerhalb desselben stand aber es mag eben wie die rheinbundstaaten formell souverän waren während die deutschen reichsstaaten einen herrn hatten der sache nach vielmehr albas vorstandschaft gleich der des deutschen kaisers ein ehrenrecht roms protektorat von haus aus wie das napoleonische eine oberherrlichkeit gewesen sein in der tat scheint alba im bundesrat den vorsitz geführt zu haben während rom die latinischen abgeordneten selbstständig unter leitung wie es scheint eines aus ihrer mitte gewählten vorsitzenden ihre beratungen abhalten ließ und sich begnügte mit der ehrenvorstandschaft bei dem bundesopferfest für rom und latium und mit der errichtung eines zweiten bundesheiligtums in rom des diana tempels auf dem aventin so dass von nun an teils auf römischen boden für rom und latium teils auf latinischem für latium und rom geopfert ward nicht minder im interesse des bundes war es dass die römer in dem vertrag mit latium sich verpflichteten mit keiner latinischen gemeinde ein sonderbündnis einzugehen eine bestimmung aus der die ohne zweifel wohl begründete besorgnis der eidgenossenschaft gegenüber dem mächtigen leitenden gemeinde sehr klar heraus sieht am deutlichsten zeigt sich die stellung roms nicht innerhalb sondern neben latium in dem kriegswesen die bundesstreitmacht ward wie die spätere weise des aufgebots unwidersprechlich zeigt gebildet aus zwei gleich starken massen einer römischen und einer latinischen das oberkommando stand ein für allemal bei den römischen feldherren jahr für jahr hatte der latinische zuzug vor den toren roms sich einzufinden und begrüßte hier den erwählten befehlshaber durch zugruf als seinen feldherren nachdem die vom latinischen bundesrat dazu beauftragten römer sich aus der beobachtung des vögelflugs der zufriedenheit der götter mit der getroffenen wahl versichert hatten was im bundeskrieg an land und gut gewonnen war wurde nach dem ermessen der römer unter die bundesglieder verteilt dass dem ausland gegenüber die römisch latinische föderation nur durch rom vertreten worden ist lässt sich nicht mit sicherheit behaupten der bundesvertrag untersagt weder rom noch latium auf eigene hand einen angriffskrieg zu beginnen und wenn sei es nach bundesbeschluss sei es infolge eines feindlichen überfalls ein bundeskrieg geführt ward so mag bei der führung wie bei der beendigung desselben auch der latinische bundesrat rechtlich beteiligt gewesen sein tatsächlich freilich wird rom damals schon die hegemonie besessen haben wie denn wo immer ein einheitlicher staat und ein staatenbund in eine dauernde verbindung zueinander treten das übergewicht auf die seite von jenem zu fallen pflegt wie nach albers fall rom jetzt sowohl die herren eines verhältnismäßig bedeutenden gebietes als auch vermutlich die führende macht innerhalb der latinischen eidgenossenschaft sein unmittelbares und mittelbares gebiet weiter ausgedehnt hat können wir nicht mehr verfolgen mit den etruskern zunächst den vajentern hörten die fehden namentlich um den besitz von fidenä nicht auf es scheint aber nicht daß es den römern gelang diesen auf dem latinischen ufer des flusses nur eine starke meile von rom gelegenen etruskischen vorposten dauernd in ihre gewalt zu bringen und die feienter aus dieser gefährlichen offensivbasis zu verdrängen dagegen behaupteten sie sich wie es scheint unangefochten im besitz des janikulum und der beiden ufer der tibermündung den sabinern und aequern gegenüber erscheint rom in einer mehr ueberlegenen stellung von der spaeterhin so engen verbindung mit den entfernteren hernikern werden wenigstens die anfaenge schon in der koenigszeit bestanden und die vereinigten latiner und herniker ihre oestlichen nachbarn von zwei seiten umfasst und niedergehalten haben der beständige kriegsschauplatz aber war die südgrenze das gebiet der rutuler und mehr noch das der volsker nach dieser richtung hat die latinische landschaft sich am frühesten erweitert und hier begegnen wir zuerst den von rom und latium in dem feindlichen lande begründeten und als autonome glieder der latinischen eidgenossenschaft konstituierten gemeinden den sogenannten latinischen kolonien von denen die ältesten noch in die koenigszeit hineinzureichen scheinen wie weit indes das römische machtgebiet um das ende der koenigszeit sich erstreckte lässt sich in keiner weise bestimmen von fäden mit den benachbarten latinischen und volskischen gemeinden ist in den römischen jahrbüchern der koenigszeit genug und nur zu viel die rede aber kaum durften wenige einzelne meldungen wie etwa die der einnahme von seussa in der pomptinischen ebene einen geschichtlichen kern enthalten dass die koenigszeit nicht bloß die staatlichen grundlagen roms gelegt sondern auch nach außen hin roms macht begründet hat lässt sich nicht bezweifeln die stellung der stadt rom mehr gegenüber als in dem latinischen staatenbund ist bereits im beginn der republik entschieden gegeben und lässt erkennen daß in rom schon in der koenigszeit eine energische machtentfaltung nach außen hin stattgefunden haben muß gewiß sind große taten ungemeine erfolge hier verschollen aber der glanz derselben ruht auf der koenigszeit roms vor allem auf dem koeniglichen hause der tarquinier wie ein fernes abendrot in dem die umrisse verschwimmen so war der latinische stamm im zuge sich unter der führung roms zu einigen und zugleich sein gebiet nach osten und süden hin zu erweitern rom selbst aber war durch die gunst der geschicke und die kraft der bürger aus einer regsamen handels- und landstadt der mächtige mittelpunkt einer blühenden landschaft geworden die umgestaltung der römischen kriegsverfassung und die darin im keim enthaltene politische reform welche uns unter dem namen der servianischen verfassung bekannt ist steht im engsten zusammenhang mit dieser innerlichen umwandlung des römischen gemeindewesens aber auch äußerlich mußte mit den reicher strömenden mitteln mit den steigenden anforderungen mit dem erweiterten politischen horizont der charakter der stadt sich ändern die verschmelzung der quere nahelichen nebengemeinde mit der platinischen muß bereits vollzogen gewesen sein als die sogenannte servianische reform stattfand seit in dieser die bürgerwehr sich in festen und einheitlichen formen zusammengenommen hatte konnte die bürgerschaft nicht dabei beharren die einzelnen hügel wie sie nacheinander mit gebäuden sich gefüllt hatten zu verschanzen und etwa noch zur beherrschung des tiberlaufes die flussinsel und die höhe am entgegengesetzten ufer besetzt zu halten die hauptstadt von latium verlangte ein anderes und abgeschlossenes verteidigungssystem man schritt zu dem bau der servianischen mauer der neue zusammenhängende stadtwall begann am fluss unterhalb des aventin und umschloss diesen hügel an dem neuerdings 1855 an zwei stellen teils am westlichen abhang gegen den fluss zu teils an dem entgegengesetzten östlichen die kolossalen überreste dieser uralten befestigungen zum vorschein gekommen sind mauerstücke von der höhe derjenigen von alatri und ferrentino aus mächtigen viereckig behauenen tuftblöcken unregelmäßig geschichtet die wiedererstandenen zeugen einer gewaltigen epoche deren bauten in diesen felswänden unvergänglich dastehen und deren geistige taten unvergänglicher als diese in ewigkeit fortwirken werden weiter umfasste der mauerring den celius und den ganzen raum des esquilien viminal und quirinal wo ein ebenfalls erst vor kurzem 1862 wieder in größeren resten zutage gekommener bau nach außen von peperinblöcken aufgesetzt und durch einen vorgezogenen graben geschützt nach innen in einen mächtigen gegen die stadt zu abgeböschten und noch heute imponierenden erddamm auslaufend den mangel der natürlichen vertheidigungsmittel ersetzte lief von da zum kapitol dessen steile senkung gegen das marsfeld zu einem teil des stadtwalds ausmachte und stieß oberhalb der tiberinsel zum zweiten mal an den fluss die tiberinsel nebst der fahrbrücke und das janikulum gehörten nicht zur eigentlichen stadt wohl aber war die letztere höhe ein befestigtes vorwag wenn ferner bisher der palatin die burg gewesen war so wurde dieser hügel jetzt dem freien städtischen anbau überlassen und dagegen auf dem nach allen seiten hin freistehenden und bei seinem mäßigen umfang leicht zu verteidigenden tarpeischen hügel die neue burg arx capitolium angelegt mit dem burgbrunnen dem sorgfältig gefassten quellhaus tullianum der schatzkammer errarium dem gefängnis und dem ältesten versammlungsplatz der burgerschaft aria capitolina auf dem auch später immer noch die regelmäßigen abkündigungen der mondzeiten stattgefunden haben privatwohnungen dauernder art sind dagegen in früherer zeit nicht auf dem burghügel geduldet worden und der raum zwischen den beiden spitzen des hügels das heiligtum des argen gottes wie diovis oder wie die spätere hellenisierende epoche es nannte das asyl war mit wald bedeckt und vermutlich bestimmt die bauern mit ihren herden aufzunehmen wenn überschwemmung oder krieg sie von der ebene vertrieb das capitol war dem namen wie der sache nach die akropole roms ein selbstständiges auch noch nach dem fall der stadt verteidigungsfähiges kastell dessen tor wahrscheinlich nach dem späteren markt zu gelegen hat in ähnlicher weise wenn auch schwächer scheint der aventin befestigt und der festen ansiedlung entzogen worden zu sein es hängt damit zusammen dass für eigentlich städtische zwecke zum beispiel für die verteilung des zugeleiteten wassers die römische stadtbewohnerschaft sich teilte in die eigentlichen stadtbewohner montani und in die innerhalb der allgemeinen ringmauer gelegenen aber doch nicht zu der eigentlichen stadt gerechneten bezirke der von der neuen stadtmauer umschlossene raum umfasste also außer der bisherigen palatinischen und quirinalischen stadt noch die beiden bundesfestungen des kapitol und des aventin ferner des janikulum der palatin als die eigentliche und älteste stadt ward von den übrigen anhöhen an denen die mauer entlang geführt war wie im kranz umschlossen und von den beiden kastellen in die mitte genommen aber das werk war nicht vollständig solange der mit schwerer mühe vor dem auswärtigen feinde geschirmte boden nicht auch dem wasser abgewonnen war welches das tal zwischen dem palatin und dem kapitol dauernd füllte so dass hier vielleicht sogar eine fähre bestand und das tal zwischen dem kapitol und der velia sowie das zwischen palatin und aventin versumpfte die heute noch stehenden aus prachtvollen quadern zusammengefügten unterirdischen abzugsgräben welche die späteren als ein wunderwerk des königlichen rom anstaunten durften eher der folgenden epoche angehören da travertin dabei verwendet ist und vielfach von neubauten daran in der republikanischen zeit erzählt wird allein die anlage selbst gehört ohne zweifel in die königszeit wenn gleich vermutlich in eine spätere epoche als die anlage des mauerrings und der kapitolinischen burg durch sie wurden an den entsumpften oder trocken gelegten stellen öffentliche plätze gewonnen wie die neue großstadt sie bedurfte der versammlungsplatz der gemeinde bis dahin der kapitolinische platz auf der burg selbst ward verlegt auf die fläche die von der burg gegen die stadt sich senkte komitium und dehnte von dort zwischen dem palatin und den karinen in der richtung nach der velia in sich aus an der der burg zugekehrten seite der dingstätte erhielten auf der nach art eines altanes über die dingstätte sich erhebenden burgmauer die ratsmitglieder und die gäste der stadt bei festlichkeiten und volksversammlungen den ehrenplatz und auf dem versammlungsplatz selbst wurde das rathaus errichtet das später den namen der hostilischen kurie führte die estrade für den richterstuhl tribunal und die bühne von wo aus zur bürgerschaft gesprochen ward die späteren rostra wurden ebenfalls auf der dingstätte selbst errichtet ihre verlängerung gegen die velia ward der neue markt forum romanum am ende desselben unter dem palatin erhob sich das gemeindehaus das die amtswohnung des königs regia und den gemeinsamen herd der stadt die rotunde des westertempels einschloss nicht weit davon an der südseite des marktes ward ein dazugehöriges zweites rundgebäude errichtet die kammer der gemeinde oder der tempel der penaten der heute noch steht als vorhalle der kirche santi cosma e damiano es ist bezeichnend für die neu und in ganz andere art als die ansiedlung der sieben berge es gewesen war geeinigte stadt das neben und über die dreißig kurien herde mit deren vereinigung in diesem gebäude das palatinische rom sich begnügt hatte in dem servianischen diese allgemeine und einheitliche stadtherd trat längs der beiden langseiten des marktes reiten sich die fleischbuden und andere kaufläden in dem tal zwischen aventin und palatin ward für die rennspiele der ring abgesteckt das ward der zirkus unmittelbar am flusse ward der rindermarkt angelegt und bald entstand hier eines der am dichtesten bevölkerten quartiere auf allen spitzen erhoben sich tempel und heiligtümer vor allem auf dem aventin das bundesheiligtum der diana und auf der höhe der burg der weithin sichtbare tempel des vater diovis der seinem volk all diese herrlichkeit gewährt hatte und nun wie die römer über die umliegenden nationen somit ihnen über die unterworfenen götter der besiegten triumphierte die namen der männer auf deren geheiß diese städtischen großbauten sich erhoben sind nicht viel weniger verschollen als die der führer in den ältesten römischen schlachten und siegen die sage freilich knüpft die verschiedenen werke an verschiedene könige an das rathaus an tulus hostilius das janikulum und die holzbrücke an ancus marcius die große cloake den zirkus den jubitertempel an taquinus den älteren den diana tempel und den mauerring an servius tulius manche dieser angaben mögen richtig sein und es scheint nicht zufällig dass der bau des neuen mauerrings mit der neuen heeresordnung die ja auf die stetige verteidigung der stadtwelle wesentliche rücksicht nahm auch der zeit und dem urheber nach zusammengestellt wird im ganzen aber wird man sich begnügen müssen aus dieser überlieferung zu entnehmen was schon an sich einleuchtet dass diese zweite schöpfung roms mit der anbahnung der hegemonie über latium und mit der umschaffung des bürgerheeres im engsten zusammenhange stand und dass sie zwar aus einem und demselben großen gedanken hervorgegangen übrigens aber weder eines mannes noch eines menschenalters werk ist dass auch in diese umgestaltung des roemischen gemeindewesens die hellenische anregung mächtig eingegriffen hat ist ebenso unzweifelhaft als es unmöglich ist die art und den grad dieser einwirkung darzutun es wurde schon bemerkt dass die serbianische militär verfassung wesentlich hellenischer art ist und dass die zirkusspiele nach hellenischem muster geordnet wurden wird später gezeigt werden auch das neue königshaus mit dem stadtherd ist vollständig ein griechisches prytaneion und der runde nach osten schauende und nicht einmal von den auguren eingeweihte westertempel in keinem stück nach italischem sondern durchaus nach hellenischem ritus erbaut es scheint danach durchaus nicht unglaublich was die ueberlieferung meldet dass der roemisch latinischen eidgenossenschaft die ionische in kleinasien gewissermaßen als muster diente und darum auch das neue bundesheiligtum auf dem aventin dem ephesischen artemisien nachgebildet war ende von siebtes kapitel zwei achtes kapitel von römische geschichte buch eins dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei fußnoten und fremdsprachige zitate lässt der vorleser aus römische geschichte buch eins von theodor momsen achtes kapitel die umbrich sabellischen stämme anfänge der samniten später als die der latiner scheint die wanderung der umbrichen stämme begonnen zu haben die gleich der latinischen sich südwärts bewegte jedoch mehr in der mitte der halbinsel und gegen die östliche küste zu sich hielt es ist peinlich davon zu reden denn die kunde davon kommt zu uns wie der klang der glocken aus der im meer versunkenen stadt das volk der umbrer dehnt noch herodotus bis an die alpen aus und es ist nicht unwahrscheinlich daß sie in ältester zeit ganz norditalien inne hatten bis wo im osten die illyrischen stämme begannen im westen die ligurer von deren kämpfen mit den umbrern es sagen gibt und auf deren ausdehnung in ältester zeit gegen süden zu einzelne namen zum beispiel der der insel ilva elba verglichen mit den ligurischen ilvates vielleicht einen schluss gestatten dieser epoche der umbrischen größe mögen die offenbar italischen namen der ältesten ansiedlungen im potal atria schwarzstadt und spina dornstadt sowie die zahlreichen umbrischen spuren in süd etrurien fluss umbro carmas alter name von clusium castrum amerinum ihren ursprung verdanken ganz besonders begegnen der gleichen anzeichen einer der etruskischen voraufgegangenen italischen bevölkerung in dem südlichen strich etruriens zwischen dem simenischen wald unterhalb viterbo und dem tiber in faleri der granstadt etruriens gegen umbrien und das sabinerland ward nach strabons zeugnis eine andere sprache geredet als die etruskische und neuerdings sind da selbst derartige inschriften zum vorschein gekommen deren alphabet und sprache zwar auch mit dem etruskischen berührungspunkte hat aber doch im allgemeinen dem latinischen analog ist auch der lokalkult zeigt sabellische spuren in denselben kreis gehören die uralten auch sakralen beziehungen zwischen care und rom wahrscheinlich haben die etrusker diese südlichen striche bedeuten später als die landschaft nordwärts vom simenischen wald den umbronn entrissen und hat sogar noch nach der tuskischen eroberung umbrische bevölkerung sich hier gehalten die später nach der römischen eroberung im vergleich mit dem zähen festhalten etruskischer sprache und sitte im nördlichen etrurien so auffallend schnell erfolgende latinisierung der südlichen landschaft findet vermutlich eben hieren ihren letzten grund dass von norden und westen her die umbrer nach harten kämpfen zurückgedrängt wurden in das enge bergland zwischen den beiden armen des apennin das sie später innehaben bezeichnet schon ihre geografische lage ebenso deutlich wie heutzutage die der bewohner grau bündens und die der basken ihre ähnlichen schicksale andeutet auch die sage weiß zu berichten dass die tusker den umbrern 300 städte entrissen haben und was mehr ist in den nationalgebeten der umbrischen iguwiner die wir noch besitzen werden nebst anderen stämmen vor allem die tusker als landesfeinde verwünscht vermutlich infolge dieses von norden her auf sie geübten druckes dringen die umbrer vor gegen süden im allgemeinen sich haltend auf dem gebirgszug da sie die ebenen schon von den latinischen stämmen besetzt fanden jedoch ohne zweifel das gebiet ihrer stammverwandten oft betretend und beschränkend und mit ihnen sich um so leichter vermischend als der gegensatz in sprache und weise damals noch bei weitem nicht so scharf ausgeprägt sein konnten wie wir später ihn finden in diesen kreis gehört was die sage zu erzählen weiß von dem eindringen der reatiner und sabiner in latium und ihren kämpfen mit den römern ähnliche erscheinungen mögen sich längst der ganzen westküste wiederholt haben im ganzen behaupten die sabiner sich in den bergen so in der von ihnen seitdem benannten landschaft neben latium und ebenso in dem volksgerland vermutlich weil die latinische bevölkerung hier fehlte oder doch minder dicht war während anderseits die wohlbevölkerung besser widerstand zu leisten vermochten ohne indes das eindringen einzelner genossenschaften wie der titier und später der claudier in rom ganz abwehren zu können oder zu wollen so mischten sich hier die stämme hüben und drüben woraus sich auch erklärt weshalb die volksger mit den latinern in zahlreichen beziehungen stehen und nachher dieser strich sowie die sabiner so früh und so schnell sich latinisieren konnten der hauptstock des umbrischen stammes aber warf sich aus der sabiner östlich in die gebirge der abrutzen und das südlich an diese sich anschließende hügelland sie besetzten auch hier wie an der westküste die bergigen striche deren dünne bevölkerung den einwandern wich oder sich unterwarf während dagegen in dem ebenen apulischen küstenland die alte einheimische bevölkerung der japüger zwar unter städten fäden namentlich an der nordgrenze um luceria und arpi doch im ganzen sich behauptete wann diese wanderungen stattfanden lässt sich natürlich nicht bestimmen vermutlich aber doch um die zeit wo in rom die könige herrschten die sage erzählt dass die sabiner gedrängt von den umbrern einen lenz gelobten das heißt schwuren die in dem kriegsjahre geborenen söhne und töchter nachdem sie erwachsen wären preiszugeben und über die landesgrenze zu schaffen damit die götter sie nach ihrem gefallen verderben oder auswärts ihnen neue sitze bescheren möchten den einen schwarm führte der stier des mars das wurden die sabiner oder samniten die zuerst sich festsetzten auf den bergen am sagrusfluss und in späterer zeit von da aus die schöne ebene östlich vom mathese gebirg an den quellen des tifernus besetzten und im alten wie im neuen gebiet ihre dingstädte dort bei agnone hier bei baggiono gelegen von dem stier der sie leitete bovianum nannten einen zweiten haufen führte der specht des mars das wurden die pizenter das spechtvolk das die heutige ankonitanische mark gewann einen dritten der wolf hirpus in die gegend von benevent das wurden die hirpiner in ähnlicher weise zweigten von dem gemeinschaftlichen stamm sich die übrigen kleinen völkerschaften ab die pretutia bei terramo die vestiner am gran sasso die maroziner bei cietti die frantaner an der apolischen grenze die peligna am maggella gebirg die marser endlich am fuciner see diese mit den volskern und den latinern sich berührend in ihnen allen blieb das gefühl der verwandtschaft und der herkunft aus dem sabinerlande lebendig wie es denn in jenen sagen deutlich sich ausspricht während die umbrer im ungleichen kampf erlagen und die westlichen ausläufer des gleichen stammes mit der latinischen oder hellenischen bevölkerung verschmolzen gediehen die sabellischen stämme in der abgeschlossenheit des fernen gebirgslandes gleich entrückt dem anstoß der etrusker der latiner und der griechen städtisches leben entwickelte bei ihnen sich nicht oder nur in geringem grad von dem großverkehr schloss ihre geografische lage sie beinahe völlig aus und dem bedürfnis der verteidigung genügten die bergspitzen und die schutzburgen während die bauern wohnen blieben in den offenen weilern oder auch wo quell und wiese einem jeden gefiel so blieb denn auch die verfassung wie sie war ähnlich wie bei den ähnlich gelegenen arkadern in hellas kam es hier nicht zur inkorporation der gemeinden und es bildeten höchstens mehr oder minder lockere eidgenossenschaften sich aus vor allem in den abrutzen scheint die scharfe sonderung der bergtäler eine strenge abgeschlossenheit der einzelnen kantone hervorgerufen zu haben sowohl unter sich wie gegen das ausland woher es kommt dass diese bergkantone in geringem zusammenhang unter sich und in völliger isolierung gegen das übrige italien verharrt und trotz der tapferkeit ihrer bewohner weniger als irgendein anderer teil der italischen nation in die entwicklung der geschichte der halbinsel eingegriffen haben dagegen ist das volk der samniten in dem östlichen stamm der italiker ebenso entschieden der höhepunkt der politischen entwicklung wie in dem westlichen das latinische seit früherer zeit vielleicht von der ersten einwanderung an umschloss ein vergleichungsweise festes politisches band die samnitische nation und gab ihr die kraft später mit rom um den ersten platz in italien in ebenbürtigem kampf zu ringen wann und wie das band geknüpft ward wissen wir ebenso wenig als wir die bundesverfassung kennen das aber ist klar dass in samnium keine einzelne gemeinde überwog und noch weniger ein städtischer mittelpunkt den samnitischen stamm zusammenhielt wie rom den latinischen sondern dass die kraft des landes in den einzelnen bauern schafften die gewalt in der aus ihren vertretern gebildeten versammlung lag sie war es die erforderlichen falls den bundesfeldherrn ernannte damit hängt es zusammen dass die politik dieser altgenossenschaft nicht wie die römische aggressiv ist sondern sich beschränkt auf die verteidigung der grenzen nur im einheitsstaat ist die kraft so konzentriert die leidenschaft so mächtig dass die erweiterung des gebiets planmäßig verfolgt wird darum ist denn auch die ganze geschichte der beiden völker vorgezeichnet in ihrem diametral auseinandergehenden kolonisationssystem was die römer gewannen erwarb der staat was die samniten besetzten das eroberten freiwillige scharen die auf landraub ausgingen und von der heimat im glück wie im unglück preisgegeben waren doch gehören die eroberungen welche die samniten an den küsten des tyrrhenischen und des ionischen meeres machten erst einer späteren periode an während die könige in rom herrschten scheinen sie selbst erst die sitze sich gewonnen zu haben in denen wir später sie finden als ein einzelnes ereignis aus dem kreise der durch diese samnitische ansiedlung veranlassten völkerbewegungen ist der überfall von kümel durch tyrrhena vom oberen meer umber und daunier im jahre der stadt 230 524 vor christus zu erwähnen es mögen sich wenn man den allerdings sehr romantisch gefärbten nachrichten trauen darf hier wie das bei solchen zügen zu geschehen pflegt die drängenden und die gedrängten zu einem heer vereinigt haben die etrusker mit ihren umbrischen feinden mit diesen die von den umbrischen ansiedlern südwärts gedrängten japyger indes das unternehmen scheiterte für diesmal gelang es noch der überlegenen hellenischen kriegskunst und der tapferkeit des tyrannen aristodemos den sturm der barbaren von der schönen seestadt abzuschlagen Ende von Kapitel 8 Neuntes Kapitel von Römische Geschichte Buch 1 Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Fußnoten und Fremdsprachige Zitate laesst der Vorleser aus Römische Geschichte Buch 1 von Theodor Mommsen Neuntes Kapitel Die Etrusker Im schärfsten Gegensatz zu den latinischen und den sabellischen Italikern wie zu den Griechen steht das Volk der Etrusker oder wie sie sich selber nannten der Rasen Schon der Körperbau unterschied die beiden Nationen Statt des schlanken Ebenmaßes der Griechen und Italiker zeigen die Bildwerke der Etrusker nur kurze, stämmige Figuren mit großem Kopf und dicken Armen Was wir wissen von den Sitten und Gebräuchen dieser Nation lässt gleichfalls auf eine tiefe und ursprüngliche Verschiedenheit von den griechisch-italischen Stämmen schließen So namentlich die Religion, die bei den Tuskern einen trüben, fantastischen Charakter trägt und im geheimnisvollen Zahlenspiel und wüsten und grausamen Anschauungen und Gebräuchen sich gefällt Gleich weit entfernt von dem klaren Rationalismus der Römer und dem menschlich heiteren hellenischen Bilderdienst Was hierdurch angedeutet wird, das bestätigt das wichtigste Dokument der Nationalität Die Sprache, deren auf uns gekommene Reste, so zahlreich sie sind und so manchen Anhalt sie für die Entzifferung darbieten Dennoch so vollkommen isoliert stehen, dass es bis jetzt nicht einmal gelungen ist, den Platz des Etruskischen in der Klassifizierung der Sprachen mit Sicherheit zu bestimmen Geschweige denn, die Überreste zu deuten Deutlich unterscheiden wir zwei Sprachperioden In der älteren ist die Vokalisierung vollständig durchgeführt und das Zusammenstoßen zweier Konsonanten fast ohne Ausnahme vermieden Durch Abwerfen der vokalischen konsonantischen Endungen und durch Abschwächen oder Ausstoßen der Vokale Wart dies weiche und klangvolle Idiom allmählich in eine unerträglich harte und rauhe Sprache verwandelt So machte man zum Beispiel Rampta aus Ramutav Taraschnav aus Tarquinus Merva aus Minerva Mende, Potuke, Elchenstre aus Menelaus, Polydeukes, Alexandros Wie dumpf und rauh die Aussprache war, zeigt am deutlichsten, dass O und U, B und P, C und G, D und T den Etruskern schon in sehr früher Zeit zusammenfielen Zugleich wurde wie im lateinischen und in den rauheren griechischen Dialekten der Akzent durchaus auf die Anfangssilbe zurückgezogen Ähnlich wurden die aspirierten Konsonanten behandelt während die Italiker sie wegwarfen mit Ausnahme des aspirierten B oder des F und die Griechen umgekehrt mit Ausnahme dieses Lautes die übrigen TH, PA, CA beibehielten ließen die Etrusker den weichsten und lieblichsten das PH gänzlich außer in Lehnwörtern fallen und bedienten sich dagegen der übrigen drei in ungemeiner Ausdehnung von den wenigen Endungen und Wörtern, deren Bedeutung ermittelt ist, entfernen die meisten sich weit von allen Griechisch-Italienern So die Zahlwörter alle, so die Endung all zur Bezeichnung der Abstammung, häufig als Metronymikon wie zum Beispiel Karnial auf einer zwiesprachigen Inschrift von Chiusi übersetzt wird durch Kainianatus Die Endung SA bei Frauennamen zur Bezeichnung des Geschlechts, in das sie eingeheiratet haben so dass zum Beispiel die Gattin eines Licinius Letznessa heißt So ist Sela oder Klan mit dem Kasus Klenzi Sohn Neben diesen fremdartigen Formen und Lauten finden sich allerdings einzelne Analogien zwischen dem Etruskischen und den Italischen Sprachen Die Eigennamen sind im Wesentlichen nach dem allgemeinen italischen Schema gebildet Die häufige gentilizische Endung Enas oder Ena kehrt wieder in der auch in italischen, besonders sabellischen Geschlechtsnamen häufigen Endung Enus Wie denn die Etruskischen Namen Metzenas und Spurgina dem Roemischen Maesius und Spurius genau entsprechen Eine Reihe von Götternamen, die auf Etruskischen Denkmälern oder bei Schriftstellern als Etruskische vorkommen sind dem Stamme und zum Teil auch der Endung nach so durchaus lateinisch gebildet, dass, wenn diese Namen wirklich von Haus aus Etruskisch sind, die beiden Sprachen eng verwandt gewesen sein müssen So Usil, Sonne und Morgenröte, verwandt mit Ausum, Aurum, Aurora, Sol, Minerva, Minervare, Lasa, Lassivus, Neptunus, Voltumna Indes, da diese Analogien erst aus den späteren politischen und religiösen Beziehungen zwischen Etruskern und Latinern und den dadurch veranlassten Ausgleichungen und Entlehnungen herrühren können So stoßen sie noch nicht das Ergebnis um, zu dem die übrigen Wahrnehmungen hinführen Dass die tuskische Sprache von den sämtlichen griechisch-italischen Idiomen mindestens so weit abstand, wie die Sprache der Kelten und der Slaven So wenigstens klang sie den Römern Tuskisch und Gallisch sind Barbarensprachen Ostkisch und Volskisch, Bauernmundarten Wenn aber die Etrusker dem griechisch-italischen Sprachstamm fernstanden, so ist es bis jetzt ebenso wenig gelungen, sie einem anderen bekannten Stammer anzuschließen Auf die Stammesverwandtschaft mit dem Etruskischen sind die verschiedenartigsten Idiome, bald mit der einfachen, bald mit der peinlichen Frage, aber alle ohne Ausnahme vergeblich befragt worden Selbst mit dem Baskischen, an das den geografischen Verhältnissen nach noch am ehesten gedacht werden könnte, haben entschiedene Analogien sich nicht herausgestellt Ebenso wenig deuten die geringen Reste, die von der liturgischen Sprache in Orts- und Personennamen auf uns gekommen sind, auf Zusammenhang mit den Tuskern Nicht einmal die verschollene Nation, die auf den Inseln des Tuskischen Meeres, namentlich auf Sardinien, jene rätselhaften Grabturme, nur Hagen genannt, zu Tausenden aufgeführt hat, kann füglich mit der Etruskischen in Verbindung gebracht werden, da im Etruskischen Gebiet kein einziges gleichartiges Gebäude vorkommt Höchstens deuten einzelne, wie es scheint, ziemlich zuverlässige Spuren darauf hin, dass die Etrusker im Allgemeinen den Indogermanen beizuzählen sind So ist namentlich Mi im Anfang vieler älterer Inschriften sicher Emi Aimi und findet die Genitivform konsonantischer Stämme, Veneruf, Raphuvuf im Altlateinischen Gnausisch wieder, entsprechend der alten sanskritischen Endung As Ebenso hängt der Name des Etruskischen Zeus, Tina oder Tiniya, wohl mit dem sanskritischen Dina, Tag, zusammen wie Zahn, mit dem gleichbedeutenden Divan Aber selbst dies zugegeben, erscheint das etruskische Volk darum kaum weniger isoliert Die Etrusker, sagt schon Dionysios, stehen keinem Volke gleich an Sprache und Sitte und weiter haben auch wir nichts zu sagen Ebenso wenig lässt sich bestimmen, von wo die Etrusker nach Italien eingewandert sind Und hiermit ist nicht viel verloren, da diese Wanderung auf jeden Fall der Kinderzeit des Volkes angehört und dessen geschichtliche Entwicklung in Italien beginnt und endet Indes ist kaum eine Frage eifriger verhandelt worden als diese Nach jenem Grundsatz der Archäologen vorzugsweise nach dem zu forschen, was weder wissbar noch wissenswert ist Nach der Mutter der Hekabe, wie Kaiser Tiberius meinte Da die ältesten und bedeutendsten etruskischen Städte tief im Binnenlande liegen Ja unmittelbar am Meer keine einzige namhafte etruskische Stadt begegnet Außer Populonia, von dem wir aber eben sicher wissen, dass es zu den alten zwölf Städten nicht gehört hat Da ferner in geschichtlicher Zeit die Etrusker von Norden nach Süden sich bewegen So sind sie wahrscheinlich zu Lande nach der Halbinsel gekommen Wie denn auch die niedere Kulturstufe, auf der wir sie zuerst finden Mit einer Einwanderung über das Meer sich schlecht vertragen wurde Eine Meerenge überschritten schon in frühester Zeit die Völker gleich einem Strom Aber eine Landung an der italischen Westküste setzt ganz andere Bedingungen voraus Danach muss die ältere Heimat der Etrusker west- oder nordwärts von Italien gesucht werden Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Etrusker über die Rätischen Alpen nach Italien gekommen sind Da die ältesten in Graubünden und Tirol nachweisbaren Ansiedler Die Räther bis in die historische Zeit etruskisch redeten Und auch ihr Name auf den der Rasen anklingt Sie können freilich Trümmer der etruskischen Ansiedlungen am Po Aber wenigstens ebenso gut auch ein in den älteren Sitzen zurückgebliebener Teil des Volkes sein Mit dieser einfachen und naturgemäßen Auffassung aber tritt in grellen Widerspruch die Erzählung Dass die Etrusker aus Asien ausgewanderte Lüder seien Sie ist sehr alt Schon bei Herodot findet sie sich und kehrt dann in zahllosen Wandlungen und Steigerungen bei den späteren wieder Wenn gleich einzelne verständige Forscher wie zum Beispiel Dionysius sich nachdrücklich dagegen erklärten Und darauf hinwiesen, dass in Religion, Gesetz, Sitte und Sprache zwischen Lüdern und Etruskern Auch nicht die mindeste Ähnlichkeit sich zeige Es ist möglich, dass ein vereinzelter kleinasiatischer Piratenschwarm nach Etrurien gelangt ist Und an dessen Abenteuer diese Märchen anknüpfen Wahrscheinlicher aber beruht die ganze Erzählung auf einem bloßen Qui pro quo Die italischen Etrusker oder die Tursenae, denn diese Form scheint die urspruengliche und der griechischen Tursenoi, der umbrischen Turski, den beiden roemischen Turski, Etruski, zugrunde zu liegen Und diese offenbar zufällige Namensvetterschaft scheint in der Tat die einzige Grundlage jener durch ihr hohes Alter nicht besser gewordenen Hypothese Und des ganzen babylonischen Turmes darauf aufgeführte Geschichtsklitterungen zu sein Indem man mit dem lydischen Piratenwesen den alten etruskischen Seeverkehr verknüpfte Und endlich noch, zuerst nachweislich tut es Thucydides, die Torebischen Seeräuber mit Recht oder Unrecht zusammenwarf Mit dem auf allen Meeren plündernden und tausenden Phlibustia-Volk der Pelaska entstand eine der heillosesten Verwirrungen geschichtlicher Überlieferung Die Tyrenier bezeichnen bald die lydischen Torheber, so in den aeltesten Quellen wie in den homerischen Hymnen, bald als Tyrenner Pelaska oder auch bloß als Tyrenner die Pelaskische Nation Bald endlich die italischen Etrusker, ohne dass die letzteren mit den Pelaskern oder den Torhebern je sich nachhaltig berührt oder gar die Abstammung mit ihnen gemein hätten Von geschichtlichem Interesse ist es dagegen zu bestimmen, was die nachweislich ältesten Sitze der Etrusker waren und wie sie von dort aus sich weiter bewegten Dass sie vor der großen keltischen Invasion in der Landschaft nördlich vom Padus saßen, östlich an der Etch grenzend mit den Venetern illyrischen albanesischen Stammes, westlich mit den Ligorern, ist vielfach beglaubigt Vornehmlich zeugt dafür der schon erwähnte raue etruskische Dialekt, den noch in Livius' Zeit die Bewohner der Rätischen Alpen redeten Sowie das bis in späte Zeit tuskisch gebliebene Mantua Südlich vom Padus und an den Mündungen dieses Flusses mischten sich Etrusker und Umbra, jener als der herrschende Stamm, dieser als der ältere, der die alten Kaufstädte Atria und Spina gegründet hatte, während Felsina, Bologna und Ravenna tuskische Anlagen scheinen Es hat lange gewährt, ehe die Kelten den Padus überschritten, womit es zusammenhängt, dass auf dem rechten Ufer desselben das etruskische und umbrische Wesen weit tiefere Wurzeln geschlagen hat, als auf dem früh aufgegebenen Linken Doch sind überhaupt die Landschaften nördlich vom Apennin zu rasch von einer Nation an die andere gelangt, als dass eine dauerhafte Volksentwicklung sich hier hätte gestalten können Weit wichtiger für die Geschichte wurde die große Ansiedlung der Tusker in dem Lande, das heute noch ihren Namen trägt Mögen auch Ligurer oder Umbra hier einstmals gewohnt haben, so sind doch ihre Spuren durch die etruskische Okkupation und Zivilisation so gut wie vollständig ausgetilgt worden In diesem Gebiet, das am Meer von Pise bis Traquini reicht und östlich vom Apennin abgeschlossen wird, hat die etruskische Nationalität ihre bleibende Städte gefunden und mit großer Zähigkeit bis in die Kaiserzeit hinein sich behauptet Die Nordgrenze des eigentlich tuskischen Gebietes machte der Arnus Das Gebiet von da nordwärts bis zur Mündung der Makra und dem Apennin war streitiges Grenzland, bald Ligurisch, bald Etruskisch und größere Ansiedlungen gediehen derselbst nicht Die Südgrenze bildete anfangs wahrscheinlich der Seminische Wald, eine Hügelkette südlich von Viterbo, späterhin der Tiberstrom Es war schon oben angedeutet, dass das Gebiet zwischen dem Seminischen Gebirg und dem Tiber mit den Städten Sutrium, Nepete, Valeri, Vei, Kere erst geraume Zeit später als die nachtlicheren Distrikte, möglicherweise erst im zweiten Jahrhundert Roms von den Etruskern eingenommen zu sein scheint und dass die ursprüngliche italische Bevölkerung sich hier namentlich in Valeri, wenn auch in abhängigem Verhältnis behauptet haben muss Seitdem der Tiberstrom die Markscheide Etruriens gegen Umbrien und Latium bildete, mag hier im Ganzen ein friedliches Verhältnis eingetreten sein und eine wesentliche Grenzverschiebung nicht stattgefunden haben, am wenigsten gegen die Latiner So lebendig in den Römern das Gefühl lebte, dass der Etrusker ihnen fremd, der Latiner ihr Landsmann war, so scheinen sie doch vom rechten Ufer her weit weniger Überfall und Gefahr befürchtet zu haben, als zum Beispiel von den Stammesverwandten in Gabii und Alba Natürlich, denn dort schützte nicht bloß die Naturgrenze des breiten Stromes, sondern auch der für Roms merkantile und politische Entwicklung folgenreiche Umstand, dass keine der mächtigeren etruskischen Städte unmittelbar am Fluss lag wie am latinischen Ufer Rom. Dem Tiber am nächsten waren die Vaienter, und sie waren es auch, mit denen Rom und Latium am häufigsten in ernste Konflikte gerieten, namentlich um den Besitz von Fidene, welches den Vaientern auf dem linken Tiberufer, ähnlich wie auf dem rechten, den Römern, das der Nicolum, als eine Art Brückenkopf diente und bald in den Händen der Latiner, bald in denen der Etrusker sich befand. Dagegen mit dem etwas entfernten Kere war das Verhältnis im Ganzen weit friedlicher und freundlicher, als es sonst unter Nachbarn in solchen Zeiten vorzukommen pflegt. Es gibt wohl schwankende und in die grauste Fernzeit gerückte Sagen von Kämpfen zwischen Latium und Kere, wie denn der kiritische König Mezentius über die Latiner große Siege erfochten und denselben einen Weinzins auferlegt haben soll. Aber viel bestimmter als der einstmalige Fede stand, erhält aus der Tradition ein vorzugsweise enges Verhältnis zwischen den beiden uralten Mittelpunkten des Handels und Seeverkehrs in Latium und in Etrurien. Sichere Spuren von einem Vordringen der Etrusker ueber den Tiber hinaus auf dem Landweg mangeln ueberhaupt. Zwar werden in dem grossen Barbarenheer, das Aristodemus im Jahre 230 der Stadt 524 v. Chr. unter den Mauern von Kymel vernichtet, die Etrusker in erster Reihe genannt, Indes, selbst wenn man diese Nachricht als bis ins Einzelne glaubwuerdig betrachtet, folgt daraus nur, dass die Etrusker an einem grossen Pluenderzuge teilnahmen. Weit wichtiger ist es, dass suedwärts vom Tiber keine auf dem Landweg gegruendete etruskische Ansiedlung nachweisbar ist und dass namentlich von einer ernstlichen Bedrängung der latinischen Nation durch die Etrusker gar nichts wahrgenommen wird. Der Besitz des Janikulum und der beiden Ufer der Tibermündung blieb den Roemern, soviel wir sehen, unangefochten. Was die Uebersiedlungen etruskischer Gemeinschaften nach Rom anlangt, so findet sich ein vereinzelter, aus tuskischen Analen gezogener Bericht, dass eine tuskische Schar, welche Celius Vivenna von Volsinii und nach dessen Untergang der treue Genosse desselben, Mastana, angeführt habe, von dem Letzteren nach Rom geführt worden sei. Es mag dies zuverlaessig sein, wenngleich die Herleitung des Namens des Celischen Berges von diesem Celius offenbar eine Philogen-Erfindung ist und nun gar der Zusatz, dass dieser Mastana in Rom König geworden sei, unter dem Namen Servius Tullius, gewiss nichts ist, als eine unwahrscheinliche Vermutung solcher Archäologen, die mit dem Sagenparallelismus sich abgaben. Auf etruskische Ansiedlungen in Rom deutet weiter das Tusker-Quartier unter dem Palatin. Auch das kann schwerlich bezweifelt werden, dass das letzte Koenigsgeschlecht, das ueber die Roemer geherrscht hat, das der Tarquinier aus Etrorien entsprossen ist. Sei es nun aus Tarquinii, wie die Sage will, sei es aus Kere, wo das Familiengrab der Tarschnas vor kurzem aufgefunden worden ist. Auch der in die Sage verflochtene Frauenname Tanakvil oder Tanschvil ist unlateinisch, dagegen in Etrorien gemein. Allein die ueberlieferte Erzaehlung, wonach Tarquinius, der Sohn eines aus Korinth nach Tarquinii uebergesiedelten Griechen war und in Rom als mit Tueke einwanderte, ist weder Geschichte noch Sage und die geschichtliche Kette der Ereignisse offenbar hier nicht bloes verwirrt, sondern voellig zerrissen. Wenn aus dieser Ueberlieferung ueberhaupt etwas mehr entnommen werden kann, als die nackte und im Grunde gleichgueltige Tatsache, dass zuletzt ein Geschlecht tuskischer Abkunft das koenigliche Zepter in Rom gefuehrt hat, so kann darin nur liegen, dass diese Herrschaft eines Mannes tuskischer Herkunft ueber Rom weder als eine Herrschaft der Tusker oder einer tuskischen Gemeinde ueber Rom noch umgekehrt als die Herrschaft Roms ueber Süd-Etrorien gefasst werden darf. In der Tat ist weder fuer die eine noch fuer die andere Annahme irgendein ausreichender Grund vorhanden. Die Geschichte der Tarquiner spielt in Latium, nicht in Etorien, und soweit wir sehen, hat waehrend der ganzen Koenigszeit Etorien auf Rom, weder in der Sprache noch in Gebraeuchen, einen wesentlichen Einfluss geuebt oder gar die ebenmaessige Entwicklung des Roemischen Staats oder des Latinischen Bundes unterbrochen. Die Ursache dieser relativen Passivitaet Etruriens gegen das latinische Nachbarland ist wahrscheinlich teils zu suchen in den Kaempfen der Etrusker mit den Kelten Ampadus, den diese vermutlich erst nach der Vertreibung der Koenige in Rom ueberschritten, teils in der Richtung der Etruskischen Nation auf Seefahrt und Meer- und Kuestenherrschaft, womit zum Beispiel die Kampanischen Ansiedlungen entschieden zusammenhaengen und wovon im folgenden Kapitel weiter die Rede sein wird. Die tuskische Verfassung beruht gleich der griechischen und latinischen auf der zur Stadt sich entwickelnden Gemeinde. Die frue Richtung der Nation aber auf Schifffahrt, Handel und Industrie scheint rascher, als es sonst in Italien der Fall gewesen ist, hier eigentlich staettische Gemeinwesen ins Leben gerufen zu haben. Zuerst von allen italischen Staetten wird in den griechischen Berichten Kere genannt. Dagegen finden wir die Etrusker im Ganzen minder kriegstuichtig und kriegslustig als die roemer und Sabella. Die unitalische Sitte mit Söldnern zu fechten, begegnet hier sehr frueh. Die aelteste Verfassung der Gemeinden muss in den allgemeinen Grundzuegen aehnlichkeit mit der roemischen gehabt haben. Koenige oder Lusumonen herrschten, die aehnliche Insignien, aber wohl auch aehnliche Machtfuelle besaßen wie die roemischen. Vornehme und Geringe standen sich schroff gegenüber. Fuer die Aehnlichkeit der Geschlechterordnung bürgt die Analogie des Namensystems, nur dass bei den Etruskern die Abstammung von muetterlicher Seite weit mehr Beachtung findet als im roemischen Recht. Die Bundesverfassung scheint sehr lose gewesen zu sein. Sie umschloss nicht die gesamte Nation, sondern es waren die nordlichen und die kampanischen Etrusker zur eigenen Eidgenossenschaften vereinigt, ebenso wie die Gemeinden des eigentlichen Etrurien. Jede dieser Buende bestand aus zwölf Gemeinden, die zwar eine Metropole, namentlich fuer den Gottesdienst, und ein Bundeshaupt oder vielmehr einen Oberpriester anerkannten, aber doch im Wesentlichen gleichberechtigt gewesen zu sein scheinen, und zum Teil wenigstens so maechstig, dass weder eine Hegemonie sich bilden, noch die Zentralgewalt zur Konsolidierung gelangen konnte. Im eigentlichen Etrurien war die Metropole Volsinii von den übrigen zwölf Städten desselben kennen wir durch sichere Überlieferung nur Perusia, Vetulonium, Volsi und Tarquinii. Es ist indes ebenso selten, dass die Etrusker wirklich gemeinschaftlich handeln, als das Umgekehrte selten ist bei der latinischen Eidgenossen schafft. Die Kriege fuerert regelmaessig eine einzelne Gemeinde, die von ihren Nachbarn, wen sie kann, ins Interesse zieht, und wenn ausnahmsweise der Bundeskrieg beschlossen wird, so schliessen sich dennoch sehr haeufig einzelne Städte aus. Es scheint den etruskischen Konföderationen mehr noch als den aehnlichen italischen Stammbuenden von Haus aus an einer festen und gebietenden Oberleitung gefehlt zu haben. Ende von Neuntes Kapitel Zehntes Kapitel 1 Von Römische Geschichte Buch 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch 1 von Theodor Mommsen Zehntes Kapitel 1 Die Hellenen in Italien Seeherrschaft der Tusker und Karthager Nicht auf einmal wird es hell in der Völkergeschichte des Altertums und auch hier beginnt der Tag im Osten. Während die italische Halbinsel noch in tiefes Werdegrauen eingehüllt liegt, ist in den Landschaften am östlichen Becken des Mittelmeers bereits eine nach allen Seiten hin reich entwickelte Kultur ans Licht getreten und das Geschick der meisten Völker in den ersten Stadien der Entwicklung an einem ebenbürtigen Bruder zunächst den Meister und Herrn zu finden, ist in hervorragendem Maße auch den Völkern Italiens zuteil geworden. Indes lag es in den geografischen Verhältnissen der Halbinsel, dass eine solche Entwicklung nicht zu Lande stattfinden konnte. Von der Benutzung des schwierigen Landwegs zwischen Italien und Griechenland in ältester Zeit findet sich nirgends eine Spur. In das transalpinische Land freilich mochten von Italien aus schon in unvordenklich ferner Zeit Handelsstraßen führen. Die älteste Bernstein Straße erreichte von der Ostsee aus das Mittelmeer an der Po-Mündung, weshalb in der griechischen Sage das Delta des Po als Heimat des Bernsteins erscheint und an diese Straße schloss sich eine andere quer durch die Halbinsel über den Apennin nach Pisa führende an. Aber Elemente der Zivilisation konnten von dort her den Italikern nicht zukommen. Es sind die seefahrenden Nationen des Ostens, die nach Italien gebracht haben, was überhaupt in früher Zeit von ausländischer Kultur dorthin gelangt ist. Das älteste Kulturvolk am Mittelmeer gestade, die Ägypter, fuhren noch nicht über Meer und haben daher auch auf Italien nicht eingewirkt. Ebenso wenig aber kann dies von den Phönikern behauptet werden. Allerdings waren sie es, die von ihrer engen Heimat am äußeren Ostrand des Mittelmeers aus zuerst unter allen bekannten Stämmen auf schwimmenden Häusern in dasselbe anfangs des Fisch- und Muschelfangs bald auch des Handelswegen sich hinaus wagten, die zuerst den Seeverkehr eröffneten und in unglaublich früher Zeit das Mittelmeer bis zu seinem äußersten westlichen Ende befuhren. Fast an allen Gestaden desselben erscheinen vor den hellenischen Phönikische Seestationen. Wie in Hellas selbst, auf Kreta und Kypros in Ägypten, Libyen und Spanien, so auch im Italischen Westmeer. Um ganz Sizilien herum, erzählt Turkydides, hatten, ehe die Griechen dorthin kamen oder wenigstens, ehe sie dort in größerer Anzahl sich festsetzten, die Phöniker auf den Landspitzen und Inselchen ihre Faktoreien gegründet, des Handelswegen mit den Eingeborenen nicht um Land zu gewinnen. Allein anders verhält es sich mit dem italischen Festland. Von phönikischen Niederlassungen daselbst ist bis jetzt nur eine einzige mit einiger Sicherheit nachgewiesen worden, eine punische Faktorei bei Kere, deren Andenken sich bewahrt hat, teils in der Benennung der kleinen Ortschaft, an der keritischen Küste Punikum, teils in dem zweiten Namen der Stadt Kere selbst, Agüla, welcher nicht, wie man fabelt, von den Pelaskern herrührt, sondern phönikisch ist und die Rundstadt bezeichnet, wie eben vom Ufer ausgesehen, Kere sich darstellt. Dass diese Station und was von ähnlichen Gründungen es an den Küsten Italiens noch sonst gegeben haben mag, auf jeden Fall weder bedeutend noch von langem Bestande gewesen ist, beweist ihr fast spurloses Verschwinden. Aber es liegt auch nicht der mindeste Grund vor, sie für älter zu halten als die gleichartigen hellenischen Ansiedlungen an denselben Gestaden. Ein unverächtliches Anzeichen davon, dass wenigstens Latium die kanaanitischen Männer erst durch Vermittlung der Hellenen kennengelernt hat, ist ihre latinische, der griechischen entlehnte Benennung der Pöner. Vielmehr führen alle ältesten Beziehungen der Italiker zu der Zivilisation des Ostens entschieden nach Griechenland und es lässt sich das Entstehen der phoenikischen Faktorei Bacchere ohne auf die vorhellenische Periode zurückzugehen sehr wohl aus den späteren wohlbekannten Beziehungen des kritischen Handelsstaats zu Carthago erklären. In der Tat lag, wenn man sich erinnert, dass die älteste Schifffahrt wesentlich Küstenfahrt war und blieb, den Phönikern kaum eine Landschaft am Mittelmeer so fern wie der italische Kontinent. Sie konnten ihn nur entweder von der griechischen Westküste oder von Sizilien aus erreichen und es ist sehr glaublich, dass die hellenische Seefahrt früh genug aufblühte, um den Phönikern in der Befahrung der Adriatischen wie der Tyrrhenischen See zuvorzukommen. Ursprünglichen unmittelbaren Einfluss der Phöniker auf die Italiker anzunehmen, ist deshalb kein Grund vorhanden. Auf die späteren Beziehungen der phönikischen Seeherrschaft im westlichen Mittelmeer zu den italischen Anwohnern der Tyrrhenischen See wird die Darstellung zurückkommen. Allem Anschein nach sind es also die hellenischen Schiffer gewesen, die zuerst unter den Anwohnern des östlichen Beckens des Mittelmeers die italischen Küsten befuhren. Von den wichtigen Fragen indes, aus welcher Gegend und zu welcher Zeit die griechischen Seefahrer dorthin gelangt sind, lässt nur die erstere sich mit einiger Sicherheit und Vollständigkeit beantworten. Es war das äolische und das ionische Gestade Kleinasiens, wo zuerst der hellenische Seeverkehr sich großartig entfaltete und von wo aus den Griechen wie das Innere des Schwarzen Meeres so auch die italischen Küsten sich erschlossen. Der Namen des Ionischen Meeres, welcher den Gewässern zwischen Epirus und Sizilien geblieben ist und der der Ionischen Bucht, mit welchem Namen die Griechen früher das Adriatische Meer bezeichneten, haben das Andenken an die einstmalige Entdeckung der Süd- und Ostküste Italiens durch Ionische Seefahrer bewahrt. Die älteste griechische Ansiedlung in Italien, Kyme, ist dem Namen wie der Sage nach eine Gründung der gleichnamigen Stadt an der Anatolischen Küste. Nach glaubwürdiger hellenischer Überlieferung waren es die Kleinasiatischen Phokäer, die zuerst von den Hellenen, die entferntere Westsee befuhren. Bald folgten auf den von den Kleinasiaten gefundenen Wegen andere Griechen nach. Junia von Naxos und von Schalkis auf Euboea, Ascheia, Locra, Rodia, Korinther, Megara, Messener, Spartaner, wie nach der Entdeckung Amerikas die zivilisierten Nationen Europas wetteiferten, dort hinzufahren und dort sich niederzulassen, wie die Solidarität der europäischen Zivilisation den neuen Ansiedlern inmitten der Barbaren deutlicher zum Bewusstsein kam, als in ihrer alten Heimat, so war auch die Schifffahrt nach dem Westen und die Ansiedlung im Westland kein Sondergut einer einzelnen Landschaft oder eines einzelnen Stammes der Griechen, sondern Gemeingut der hellenischen Nationen. Und wie sich zur Nordamerikas Schöpfung englische und französische, holländische und deutsche Ansiedlungen gemischt und durchstrungen haben, so ist auch das griechische Sizilien und Ros Griechenland aus den verschiedenartigsten hellenischen Stammschaften oft ununterscheidbar zusammengeschmolzen. Doch lassen sich außer einigen mehr vereinzelt stehenden Ansiedlungen, wie die der Locre mit ihren Pflanzstätten Hipponion und Medama und die erst gegen Ende dieser Periode gerundete Niederlassung der Phokäer Höhle sind im Ganzen drei Hauptgruppen unterscheiden. Die unter dem Namen der schalkidischen Städte zusammengefasste ursprünglich Ionische zu der in Italien Küme mit den übrigen griechischen Niederlassungen am Vesuv und Region in Sizilien Zankle später Messana Naxos Katane Leontini Himera zählen. Die Ascheische wozu Sybaris und die Mehrzahl der großgriechischen Städte sich rechneten und die Dorische welcher Syrakus Gela Akragas überhaupt die Mehrzahl der Sizilischen Kolonien dagegen in Italien nur Taras Tarentum und dessen Pflanzstadt Herakleia angehören. Im Ganzen überwiegt in der Einwanderung die ältere hellenische Schicht der Junier und der vor der Dorischen Einwanderung im Peloponnes ansässigen Stämme. Von den Dorern haben sich vorzugsweise nur die Gemeinden gemischter Bevölkerung wie Korinth und Megara die rein Dorischen Landschaften dagegen nur in untergeordnetem Grade beteiligt. Natürlich denn die Junier waren ein altes Handels- und Schiffervolk die Dorischen Stämme aber sind erst verhältnismäßig spät von ihren binnenländischen Bergen in die Küstenlandschaften hinabgestiegen und zu allen Zeiten dem Seeverkehr ferner geblieben. Sehr bestimmt treten die verschiedenen Einwanderergruppen auseinander insbesondere in ihrem Münzfuß. Die phokäischen Ansiedler prägen nach dem in Asien herrschenden babylonischen Fuß. Die schalkidischen Städte folgen in ältester Zeit dem Eginäischen das heißt dem ursprünglich im ganzen europäischen Griechenland vorherschenden und zwar zunächst derjenigen Modifikation desselben die wir dort auf Euböa wiederfinden. Die achäischen Gemeinden Münzen auf Korinthische die Dorischen endlich auf diejenige Währung die Solon im Jahre 160 Roms 594 vor Christus in Attica eingeführt hatte. Nur dass Taras und Herakleia sich in wesentlichen Stücken vielmehr nach der Währung ihrer archäischen Nachbarn richten als nach der der Sizilischen Dora. Die Zeitbestimmung der früheren Fahrten und Ansiedlungen wird wohl für immer in tiefes Dunkel eingehüllt bleiben. Zwar eine gewisse Folge darin tritt auch für uns noch unverkennbar hervor in der ältesten Urkunde der Griechen welche wie der älteste Verkehr mit dem Westen den Kleinasiatischen Ioniern eignet in den homerischen Gesängen reicht der Horizont noch kaum über das östliche Becken des Mittelmeers hinaus. Vom Sturm in die westliche See verschlagene Schiffer mochten von der Existenz eines Westlandes und etwa noch von dessen Meeresstrudeln und feuerspeienden Inselbergen die Kunde nach Kleinasien heimgebracht haben. Allein zu der Zeit der homerischen Dichtung mangelte selbst in derjenigen griechischen Landschaft welche am frühesten mit dem Westland in Verkehr trat noch jede zuverlässige Kunde von Sizilien und Italien und die Märchen Erzähler und Dichter des Ostens konnten wie seinerzeit die Ockzidentalischen den fabelhaften Orient ungestört die leeren Räume des Westens mit ihren luftigen Gestalten erfüllen. Bestimmter treten schon in den hesiodischen Gedichten die Umrisse Italiens und Siziliens hervor. Sie kennen aus beiden einheimischen Namen von Völkerschaften Bergen und Städten doch ist ihnen Italien noch eine Inselgruppe dagegen in der gesamten nach esiodischen Literatur erscheint Sizilien und selbst das gesamte Gestade Italiens als den Hellenen wenigstens im Allgemeinen bekannt. Ebenso lässt die Reihenfolge der griechischen Ansiedlungen mit einiger Sicherheit sich bestimmen. Als die älteste namhafte Ansiedlung im Westland galt offenbar schon dem Tukydides Küme und gewiss hat er nicht geirrt. Allerdings lag dem griechischen Schiffer mancher Landungsplatz näher. Allein vor den Stürmen wie vor den Barbaren war keiner so geschützt wie die Insel Ischia, auf der die Stadt ursprünglich lag. Und dass solche Rücksichten vor allem bei dieser Ansiedlung leiteten, zeigt selbst die Stelle noch, die man später auf dem Festland dazu ausersah, die steile, aber geschützte Felsklippe, die noch heute den ehrwürdigen Namen der anatolischen Mutterstadt trägt. Nirgends in Italien sind dann auch auch die Orttlichkeiten der Kleinasiatischen Märchen mit solcher Festigkeit und Lebendigkeit lokalisiert, wie in der Kymmäischen Landschaft, wo die frühesten Westfahrer jener Sagen von den Wundern des Westens voll zuerst das Fabeland betraten und die Spuren der Märchenwelt, in der sie zu wandeln meinten, in den Sirenenfelsen und dem zur Unterwelt führenden Aornosee zurückließen. Wenn ferner in Kymmel zuerst die Griechen Nachbarn der Italiker wurden, so erklärt es sich sehr einfach, weshalb der Name desjenigen italischen Stammes, der zunächst um Kymer angesessen war, der Name der Opiker von ihnen noch lange Jahrhunderte nachher für saemtliche Italiker gebraucht ward. Es ist ferner glaublich überliefert, dass die massenhafte hellenische Einwanderung unter Italien und Sizilien von der Niederlassung auf Kyme durch einen beträchtlichen Zwischenraum getrennt war und dass bei jener Einwanderung wieder Dionier von Schalkis und von Naxos vorangingen und Naxos auf Sizilien die älteste aller durch eigentliche Kolonisierung in Italien und Sizilien gegründeten Griechenstädte ist, worauf dann die achäischen und dorischen Kolonisationen erst später erfolgt sind. Allein es scheint völlig unmöglich für diese Reihe von Tatsachen auch nur annähernd sichere Jahreszahlen festzustellen. Die Gründung der archäischen Stadt Sybaris im Jahre 33 721 vor Christus und die der dorischen Stadt Taras im Jahre 46 Roms 708 vor Christus Mögen die ältesten Daten der italischen Geschichte sein, deren wenigstens ungefähre Richtigkeit als ausgemacht angesehen werden kann. Um wie viel aber die Ausführung der älteren ionischen Kolonien jenseits dieser Epoche zurückliege, ist ebenso ungewiss wie das Zeitalter der Entstehung der hesiodischen und gar der homerischen Gedichte. Wenn Herodot das Zeitalter Homers richtig bestimmt hat, so war Italien den Griechen ein Jahrhundert vor der Gründung Roms 850 vor Christus noch unbekannt. Indes jene Ansetzung ist wie alle anderen der Lebenszeit Homers kein Zeugnis, sondern ein Schluss, und wer die Geschichte der italischen Alphabete sowie die merkwürdige Tatsache erwägt, dass den Italikern das griechischen Volk bekannt ward, bevor der hellenische Stammname aufgekommen war und die Italiker ihre Bezeichnung der hellenen von dem in Hellas früh verschollenen Stamm der Grei oder Graeci entlehnten, wird geneigt sein, den frühesten Verkehr der Italiker mit den Griechen, um ein bedeutendes höher hinauf zu rücken. Die Geschichte der italischen und sizilischen Griechen ist zwar kein Teil der italischen die hellenischen Kolonisten des Westens blieben stets im engsten Zusammenhang mit der Heimat und hatten teil an den Nationalfesten und Rechten der Hellenen. Doch ist es auch für Italien wichtig, den verschiedenen Charakter der griechischen Ansiedlungen da selbst zu bezeichnen und wenigstens gewisse Grundzüge hervorzuheben, durch die der verschiedenartige Einfluss der griechischen Kolonisierung auf Italien wesentlich bedingt worden ist. Unter allen griechischen Ansiedlungen, die intensivste und in sich am meisten geschlossene war diejenige, aus der der archäische Städtebund hervorging, welchen die Städte Siris, Pandosia, Metabus oder Metapontheon, Sybaris mit seinen Pflanzstädten Poseidonia und Laos, Croton, Kaulonia, Temesa, Terrina und Pyxos bildeten. Diese Kolonisten gehörten im großen und ganzen genommen einem griechischen Stamm an, der an seinem eigentümlichen, dem dorischen nächstverwandten Dialekt, sowie nicht minder, anstatt des sonst allgemein im Gebrauch gekommenen jüngeren Alphabets lange Zeit an der altnationalen hellenischen Schreibweise festhielt und der seine besondere Nationalität den Barbaren wie den anderen Griechen gegenüber in einer festen bündischen Verfassung bewahrte. Auch auf diese italischen Archäer lässt sich anwenden, was Polybius von der Archäischen Symmachie im Peloponnes sagt. Nicht allein in eidgenössischer und freundschaftlicher Gemeinschaft leben sie, sondern sie bedienen sich auch gleicher Gesetze, gleicher Gewichte, Maße und Münzen sowie derselben Vorsteher, Ratmänner und Richter. Ende von Zehntes Kapitel Eins Zehntes Kapitel Zwei Von Römische Geschichte Buch Eins Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch 1 von Theodor Mommsen Zehntes Kapitel Zwei Dieser archäische Städtebund war eine eigentliche Kolonisation. Die Städte waren ohne Häfen. Nur Kroton hatte eine Kroton, der Sybarite rühmte sich zu ergrauen zwischen den Brücken seiner Lagunenstadt und Kauf und Verkauf besorgten ihm Milesier und Etrusker. Dagegen besaßen die Griechen hier nicht bloß die Küstensäume, sondern herrschten von Meer zu Meer in dem Wein- und Rinderland. Eunotria, Italia oder der großen Hellas. Die eingeborene, ackerbauende Bevölkerung musste in Klientel oder gar in Leibeigenschaft ihnen wirtschaften und Zinsen. Sibaris, seinerzeit die größte Stadt Italiens, gebot über vier barbarische Stämme und 25 Ortschaften und konnte am Andernmeer Laos und Poseidonia gründen. Die überschwenglich fruchtbaren Niederungen des Kratis und Bradanos warfen den Sybariten und Metapontinern überreichen Ertrag ab. Vielleicht ist hier zuerst Getreide zur Ausfuhr gebaut worden. Von der hohen Blüte, zu welcher diese Staaten in unglaublich kurzer Zeit gediehen, zeugen am lebendigsten die einzigen auf uns gekommenen Kunstwerke dieser italischen Archea. Ihre Münzen von strenger, altertümlich schöner Arbeit, überhaupt die frühesten Denkmäler von Kunst und Schrift in Italien, deren Prägung erweislich im Jahre 174 der Stadt, 580 vor Christus, bereits begonnen hatte. Diese Münzen zeigen, dass die Archea des Westens nicht bloß teilnahmen an der eben um diese Zeit im Mutterlande herrlich sich entwickelnden Bildnerkunst, sondern in der Technik demselben wohl gar überlegen waren. Denn statt der dicken, oft nur einseitig geprägten und regelmäßig schriftlosen Silberstücke, welche um diese Zeit in dem eigentlichen Griechenland wie bei den italischen Dorern üblich waren, schlugen die italischen Archea mit großer und selbstständiger Geschicklichkeit aus zwei gleichartigen, teils erhaben, teils vertieft geschnittenen Stempeln, große, dünne, stets mit Aufschrift versehene Silbermünzen, deren sorgfältig vor der Falschmünzerei jener Zeit Plattierung geringen Metalls mit dünnen Silberblättern sich schützende Prägweise den wohlgeordneten Kulturstaat verrät. Dennoch trug diese schnelle Blüte keine Frucht. In der mühelosen, weder durch kräftige Gegenwehr der Eingeborenen, noch durch eigene schwere Arbeit auf die Probe gestellten Existenz, versagte sogar den Griechen früh die Spannkraft des Körpers und des Geistes. Keiner der glänzenden Namen der griechischen Kunst und Literatur verherrlicht die italischen Archea, während Sizilien deren unzählige, auch in Italien das schalkidische Region den Ibikos, das dorische Tarent den Archytas nennen kann. Bei diesem Volk, wo stets sich am Herde der Spieß drehte, gedieh nichts von Haus aus als der Faustkampf. Tyrannen ließ die strenge Aristokratie nicht aufkommen, die in den einzelnen Gemeinden früh ans Ruder gekommen war und im Notfall an der Bundesgewalt einen sicheren Rückhalt fand. Wohl aber drohte die Verwandlung der Herrschaft der Besten in eine Herrschaft der Wenigen, vor allem, wenn die bevorrechteten Geschlechter in den verschiedenen Gemeinden sich untereinander verbündeten und gegenseitig sich aushelfen. Solche Tendenzen beherrschten die durch den Namen des Pythagoras bezeichnete solidarische Verbindung der Freunde. Sie gebot, die herrschende Klasse gleich den Göttern zu verehren, die Dienende gleich den Tieren zu unterwarfen, und rief durch solche Theorie und Praxis eine furchtbare Reaktion hervor, welche mit der Vernichtung der pythagoräischen Freunde und mit der Erneuerung der alten Bundesverfassung endigte. Allein rasende Parteifäden, Massenerhebungen der Sklaven, soziale Missstände aller Art, praktische Anwendung unpraktischer Staatsphilosophie, kurz, alle Übel der entsittlichten Zivilisation, hörten nicht auf, in den archäischen Gemeinden zu wüten, bis ihre politische Macht darüber zusammenbrach. Es ist danach nicht zu verwundern, dass für die Zivilisation Italiens, die da selbst angesiedelten Aschäer, minder einflussreich gewesen sind, als die übrigen griechischen Niederlassungen. Über die politischen Grenzen hinaus ihren Einfluss zu erstrecken, lag diesen Ackerbauern fahner als den Handelsstaaten. Innerhalb ihres Gebiets verknechteten sie die Eingeborenen und zertraten die Keime einer nationalen Entwicklung, ohne doch den Italikern durch vollständige Hellenisierung eine neue Bahn zu eröffnen. So ist in Sybaris und Metapont, in Croton und Poseidonia das griechische Wesen, das sonst allen politischen Missgeschicken zum Trotz sich lebenskräftig zu behaupten wußte, schneller, Spur und Ruhmloser verschwunden als in irgendeinem anderen Gebiet. Und die zwiesprachigen Mischvölker, die späterhin aus den Trümmern der eingeborenen Italiker und der Achäer und den jüngeren Einwanderern sabellischer Herkunft hervorgingen, sind zu rechtem Gedeihen ebenso wenig gelangt. Indes, diese Katastrophe gehört der Zeit nach in die folgende Periode. Anderer Art und von anderer Wirkung auf Italien waren die Niederlassungen der übrigen Griechen. Auch sie verschmähten den Ackerbau und Landgewinn keineswegs. Es war nicht die Weise der Hellenen, wenigstens seit sie zu ihrer Kraft gekommen waren, sich im Barbarenland nach phönikischer Art an einer befestigten Faktorei genügen zu lassen. Aber wohl waren alle diese Städte zunächst und vor allem des Handels wegen begründet und darum denn auch, ganz abweichend von den Achäischen, durchgängig an besten Häfen und Landungsplätzen angelegt. Die Herkunft, die Veranlassung und die Epoche dieser Gründungen waren mannigfach verschieden. Dennoch bestand zwischen ihnen eine gewisse Gemeinschaft. So in dem allen jenen Städten gemeinsamen Gebrauch gewisser moderner Formen des Alphabets und selbst in dem Dorismus der Sprache, der auch in diejenigen Städte früh eindrang, die, wie zum Beispiel Küme, von Haus aus den weichen, ionischen Dialekt sprachen. Für die Entwicklung Italiens sind diese Niederlassungen in sehr verschiedenem Grade wichtig geworden. Es genügt hier, derjenigen zu gedenken, welche entscheidend in die Schicksale der Stämme Italiens eingegriffen haben, des dorischen Tarent und des ionischen Küme. Den Tarentinern ist unter allen hellenischen Ansiedlungen in Italien die glänzendeste Rolle zugefallen. Der vortreffliche Hafen, der einzige Gute an der ganzen Südküste, machte ihre Stadt zum natürlichen Entrepot für den süditalienischen Handel, ja sogar für einen Teil des Verkehrs auf dem Adriatischen Meer. Der reiche Fischfang in den Meerbusen die Erzeugung und Verarbeitung der vortrefflichen Schafwolle sowie deren Färbung mit dem Saft der tarantinischen Purpurschnecke, die mit der thürischen wetteifern konnte, beide Industrien hierher eingebürgert aus dem kleinasiatischen Miletos, beschäftigten tausende von Händen und fügten zu dem Zwischen noch den Ausfuhrhandel hinzu. Die in größerer Menge als irgendwo sonst im griechischen Italien und ziemlich zahlreich selbst in Gold geschlagenen Münzen sind noch heute redende Beweise des ausgebreiteten und lebhaften tarantinischen Verkehrs. Schon in dieser Epoche, wo Tarent noch mit Sybaris um den ersten Rang unter den unteritalienischen griechischen Städtenrang, müssen seine ausgedehnten Handelsverbindungen sich angeknüpft haben. Indes, auf eine wesentliche Erweiterung ihres Gebiets nach Art der achäischen Städte scheinen die Tarentiner nie mit dauerndem Erfolg ausgegangen zu sein. Wenn also die östlichste der griechischen Ansiedlungen in Italien rasch und glänzend sich emporhob, so gediehen die nördlichsten derselben am Vesuv zu bescheidenerer Blüte. Hier waren von der fruchtbaren Insel Enaria Ischia aus die Kymaeer auf das Festland hinübergegangen und hatten auf einem Hügel hart am Meere eine zweite Heimat erbaut. Von wo aus der Hafenplatz Dikeachia, später Puteoli und weiter die Neustadt Neapolis gegründet wurden. Sie lebten wie überhaupt die schalkidischen Städte in Italien und Sizilien nach den Gesetzen, welche Charondas von Catania um festgestellt hatte, in einer demokratischen, jedoch durch hohen Zensus gemäßigten Verfassung, welche die Macht in die Hände eines aus den reichsten erlesenen Rates von Mitgliedern legte, eine Verfassung, die sich bewährte und im Ganzen von diesen Städten Usurpatoren wie Pöbeltyrannei fernhielt. Wir wissen wenig von den äußeren Verhältnissen dieser kampanischen Griechen. Sie blieben, sei es aus Zwang oder aus freier Wahl, mehr noch als die Tarentiner, beschränkt auf einen engen Bezirk. Indem sie von diesem aus nicht erobernd und unterdrückend gegen die Eingeborenen auftraten, sondern friedlich mit ihnen handelten und verkehrten, erschufen sie sich selbst eine gedeihliche Existenz und nahmen zugleich den ersten Platz unter den Missionaren der griechischen Zivilisation in Italien ein. Wenn zu beiden Seiten der reginischen Meerengel teils auf dem Festlande die ganze südliche und die Westküste bis zum Vesuv, teils die größere östliche Hälfte der sizilischen Insel griechisches Land war, so gestalteten dagegen auf der italischen Westküste nordwärts vom Vesuv und auf der ganzen Ostküste die Verhältnisse sich wesentlich anders. An dem dem Adriatischen Meer zugewandten italischen Gestade entstanden griechische Ansiedlungen nirgends, womit die verhältnismäßig geringere Anzahl und untergeordnete Bedeutung der griechischen Pflanzstädte auf dem gegenüberliegenden illyrischen Ufer und den zahlreichen demselben vorliegenden Inseln augenscheinig zusammenhängt. Zwar wurden auf dem Griechenland nächsten Teil dieser Küste zwei ansehnliche Kaufstädte Epidamnos oder Durachion jetzt Durazzo 127 587 vor Christus und Apollonia bei Apollonia um 167 627 vor Christus noch während der römischen Königsherrschaft gegründet aber weiter nördlich ist mit Ausnahme etwa der nicht bedeutenden Niederlassung auf Schwarz-Kerkira Kurzola um 174 580 vor Christus keine alte griechische Ansiedlung nachzuweisen. Es ist noch nicht hinreichend aufgeklärt warum die griechische Kolonisierung so dürftig gerade nach dieser Seite hin auftrat wohin doch die Natur selbst die Hellenen zu weisen schien und wohin in der Tat seit ältester Zeit von Korinth und mehr noch von der nicht lange nach Rom um 44 710 vor Christus gegründeten Ansiedlung auf Kerkyra Korfu aus ein Handelszug bestand dessen Entrepos auf der italischen Küste die Städte an der Pomendung Spina und Atria waren. Die Stürme der Adriatischen See die Unwirtlichkeit wenigstens der Illyrischen Küsten die Wildheit der Eingeborenen reichen offenbar allein nicht aus um diese Tatsache zu erklären. Aber für Italien ist es von den wichtigsten Folgen gewesen dass die von Osten kommenden Elemente der Zivilisation nicht zunächst auf seine östlichen Landschaften einwirkten sondern erst aus den Westlichen in diese gelangten Selbst in den Handelsverkehr teilte sich mit Korinth und Kerküra die östlichste Kaufstadt Großgriechenlands das Dorische Tarent das durch den Besitz von Hydros Otranto den Eingang in das Adriatische Meer auf der italischen Seite beherrschte da außer den Häfen an der Pomündung an der ganzen Ostküste nennenswerte Emporien in jener Zeit nicht bestanden Ankons Aufblühen fällt in weit spätere Zeit und noch später das Emporkommen von Brundisium ist es wohl begreiflich dass die Schiffer von Epidamnos und Apollonia häufig in Tarent löschten Auch auf dem Landwege verkehrten die Tarentiner vielfach mit Apulien Auf sie geht zurück was sich von griechischer Zivilisation im Südosten Italiens vorfindet Indes fallen in diese Zeit davon nur die ersten Anfänge der Hellenismus Apuliens entwickelte sich erst in einer späteren Epoche dass dagegen die Westküste Italiens auch nördlich vom Vesuv in ältester Zeit von den Hellenen befahren worden ist und auf den Inseln und Landspitzen hellenische Faktoreien bestanden lässt sich nicht bezweifeln wohl das älteste Zeugnis dieser Fahrten ist die Lokalisierung der Odysseussage an den Küsten des Tyrrhenischen Meeres wenn man in den Liparischen Inseln die des Aeolus wiederfand wenn man am Lazinischen Vorgebirge die Insel der Kalypso am Misenischen die der Sirenen am Circeischen die der Kirke wies wenn man das ragende Grab des Elpenor in dem steilen Vorgebirge von Tarakina erkannte wenn man bei Caeta und Formiae die Lestrygonen hausen wenn die beiden Soehne des Odysseus und der Kirke Agrios das Heißt der Wilde und Latinus im Innersten Winkel der Heiligen Insel die Tyrener beherrschen oder in einer Juengeren Fassung Latinus der Sohn des Odysseus und der Kirke Auson der Sohn des Odysseus und der Kalypso heißt so sind das alte Schiffmärchen der ionischen Seefahrer welche der lieben Heimat auf der Tyrenischen See gedachten und dieselbe herrliche Lebendigkeit der Empfindung wie sie in dem ionischen Gedicht von den Fahrten des Odysseus waltet spricht auch noch aus der frischen Lokalisierung derselben Sage bei Kyme selbst und in dem ganzen Fahrbezirk der Kymeischen Schiffer Andere Spuren dieser ältesten Fahrten sind die griechischen Namen der Insel Etalia Ilva Elba die nächst Enaria zu den am frühesten von Griechen besetzten Plätzen zu gehören scheint und vielleicht auch des Hafenplatzes Telamon in Etrurien Ferner die beiden Ortschaften an der kairitischen Küste Pyrgi bei Es Severa und Alsion bei Palo wo nicht bloß die Namen unverkennbar auf griechischen Ursprung deuten sondern auch die eigentümliche von den kairitischen und überhaupt den etruskischen Stadtmauern sich wesentlich unterscheidende Architektur der Mauern von Pyrgi Etalia die Feuerinsel mit ihren reichen Kupfer und besonders Eisengruben mag in diesem Verkehr die erste Rolle gespielt und hier die Ansiedlung der Fremden wie ihr Verkehr mit den Eingeborenen seinen Mittelpunkt gehabt haben umso mehr als das schmelzende Erze auf der kleinen und nicht waldreichen Insel ohne Verkehr mit dem Festland nicht geschehen konnte auch die Silbergruben von Populonia auf der Elba gegenüberliegenden Landspitze waren vielleicht schon den Griechen bekannt und von ihnen in Betrieb genommen Wenn die Fremden wie in jenen Zeiten immer neben dem Handel auch dem See und Land raub obliegend ohne Zweifel es nicht versäumten wo die Gelegenheit sich bot die Eingeborenen zu Brand schätzen und sie als Sklaven fort zu führen so übten auch die Eingeborenen ihrerseits das Vergeltungsrecht aus und dass die Latiner und Tirener dies mit größerer Energie und besserem Glück getan haben als ihre süditalischen Nachbarn zeigen nicht bloß jene Sagen an sondern vor allem der Erfolg In diesen Gegenden gelang es den Italikern sich der Fremdlinge zu erwehren und nicht bloß Herren ihrer eigenen Kaufstätte und Kaufhäfen zu bleiben oder doch bald wieder zu werden sondern auch Herren ihrer eigenen See dieselbe hellenische Invasion welche die süditalischen Stämme erdrückte und denationalisierte hat die Völker Mittel Italiens freilich sehr wieder den Willen der Lehrmeister zur Seefahrt und zur Städtegründung angeleitet hier zuerst muss der Italiker das Floß und den Nachen mit der phönikischen und griechischen Rudergaleere vertauscht haben hier zuerst begegnen große Kaufstädte vor allem Kere im südlichen Etrurien und Rom am Tiber die nach den italischen Namen wie nach der Lage in einiger Entfernung vom Meere zu schliessen eben wie die ganz gleichartigen Handelsstädte an der Pomündung Spina und Atria und weiter südlich Aminum sicher keine griechischen sondern italische Gründungen sind den geschichtlichen Verlauf dieser ältesten Reaktion der italischen Nationalität gegen fremden Eingriff darzulegen sind wir begreiflicherweise nicht im Stande wohl aber lässt es noch sich erkennen was für die weitere Entwicklung Italiens von der größten Bedeutung ist dass diese Reaktion in Latium und im südlichen Etrurien einen anderen Gang genommen hat als in der eigentlichen tuskischen und den sich daran anschließenden Landschaften schon die Sage setzt in bezeichnender Weise dem wilden Tyrener den Latiner entgegen und dem unwirtlichen Strande der Volsker das friedliche Gestade an der Tibermündung aber nicht das kann hiermit gemeint sein dass man die griechische Kolonisierung in einigen Landschaften Mittelitaliens geduldet in anderen nicht zugelassen hätte nordwärts vom Vesuv hat überhaupt in geschichtlicher Zeit nirgends eine unabhängige griechische Gemeinde bestanden und wenn Pyrgi dies einmal gewesen ist so muss es doch schon vor dem Beginn unserer Überlieferung in die Hände der Italiker das heißt der Keriten zurückgekehrt sein aber wohl ward in Süd Etrurien in Latium und ebenso an der Ostküste der friedliche Verkehr mit den fremden Kaufleuten geschützt und gefördert was was anderswo nicht geschah vor allem merkwürdig ist die Stellung von Kehre die Keriten sagt Strabon galten viel bei den Hellenen wegen ihrer Tapferkeit und Gerechtigkeit und weil sie so mächtig sie waren des Raubes sich enthielten nicht der Seeraub ist gemeint den der keritische Kaufmann wie jeder andere sich gestattet haben wird sondern Kehre war eine Art von Freihafen für die Phöniker wie für die Griechen wir haben der phönikischen Station später Punikum genannt und der beiden von Pyrgi und Alcyon bereits gedacht diese Häfen waren es die zu berauben die Keriten sich enthielten und ohne Zweifel war es eben dies wodurch Kehre das nur eine schlechte Rede besitzt und keine Gruben in der Nähe hat so früh zu hoher Blüte gelangt ist und für den ältesten griechischen Handel noch größere Bedeutung gewonnen hat als die von der Natur zu Emporien bestimmten Städte der Italiker an den Mündungen des Tiber und des Po die hier genannten Städte sind es welche in uraltem religiösen Verkehr mit Griechenland erscheinen der erste unter allen Barbaren der den Olympischen Zeus beschenkte war der tuskische König Arminos vielleicht ein Herr von Ariminum Spine und Kere hatten in dem Tempel des Delphischen Apollon wie andere mit dem Heiligtum in regelmäßigem Verkehr stehende Gemeinden ihre eigenen Schatzhäuser und mit der ältesten kerethischen und römischen Überlieferung ist das Delphische Heiligtum sowohl wie das kymäische Orakel verflochten diese Städte wo die Italiker friedlich halteten und mit dem fremden Kaufmann freundlich verkehrten wurden vor allem reich und mächtig und wie für die hellenischen waren so auch für die Keime der hellenischen Zivilisation die rechten Stapelplätze anders gestalteten sich die Verhältnisse bei den wilden Tyrenern dieselben Ursachen die in der latinischen und in den vielleicht nicht mehr unter etruskischer Suprematie stehenden als eigentlich etruskischen Landschaften am rechten Tiberufer und am unteren Po zur Emanzipierung der Eingeborenen von der fremden Segewalt geführt hatten entwickelten in dem eigentlichen Etrurien sei es aus anderen Ursachen sei es infolge des verschiedenartigen zu Gewalttat und Plünderung hinneigenden Nationalcharakters den Seeraub und die eigene Seemacht Man begnüegte sich hier nicht die Griechen aus Etalia und Populonia zu verdrängen Auch der einzelne Kaufmann ward wie es scheint hier nicht geduldet und bald durchstreiften sogar etruskische Kaper weithin die See und machten den Namen der Tyrener zum Schrecken der Griechen Nicht ohne Ursache galt diesen der Enterhaken als eine etruskische Erfindung und nannten die Griechen das italische Westmeer das Meer der Tusker Wie rasch und ungestüm diese wilden Korsaren namentlich im Tyrenischen Meere um sich griffen zeigt am deutlichsten ihre Festsetzung an der latinischen und kampanischen Küste Zwar behaupteten im eigentlichen Latium sich die Latiner und Amphesuv sich die Griechen aber zwischen und neben ihnen geboten die Etrusker in Antium wie in Sorrentum die Volsker traten in die Klientel der Etrusker ein aus ihren Waldungen bezogen diese die Kiele ihrer Galeren und wenn dem Seeraub der Anteaten erst die römische Okkupation ein Ende gemacht hat so begreift man es wohl warum den griechischen Schiffern das Gestade der südlichen Volsker das Lestrygonische hieß die hohe Landspitze von Sorrent mit dem noch steileren aber hafenlosen Felsen von Capri eine rechte inmitten der Buchten von Neapel und Salern in die Tyrrhenische See hinausschauende Corsaren wachte wurde früh von den Etruskern in Besitz genommen sie sollen sogar in Kampanien einen eigenen Zwölfstädtebund gegründet haben und etruskisch redende Gemeinden haben hier noch in vollkommen historischer Zeit im Binnenlande bestanden wahrscheinlich sind diese Ansiedlungen mittelbar ebenfalls aus der Seeherrschaft der Etrusker im Kampanischen Meer und aus ihrer Rivalität mit den Kymerern am Vesuv hervorgegangen indes beschränkten die Etrusker sich keineswegs auf Raub und Plünderung von ihrem friedlichen Verkehr mit griechischen Städten zeugen namentlich die Gold und Silber Münzen die wenigstens vom Jahre 200 der Stadt 550 vor Christus an die etruskischen Städte besonders Populonia nach griechischem Muster und auf griechischen Fuß geschlagen haben Dass dieselben nicht den groß griechischen sondern vielmehr attischen ja klein asiatischen Stempeln nachgeprägt wurden ist übrigens wohl auch ein Fingerzeig für die feindliche Stellung der Etrusker zu den italischen Griechen in der Tat befanden sie sich für den Handel in der günstigsten Stellung und in einer weit vorteilhafteren als die Bewohner von Latium von Meer zu Meer wohnend geboten sie am westlichen über den großen italischen Freihafen am östlichen über die Pomendung und das Venedig jener Zeit ferner über die Landstraße die seit alter Zeit von Pisa am Tyrrhenischen nach Spina am Adriatischen Meere führte dazu in Süditalien über die reichen Ebenen von Capua und Nola sie besaßen die wichtigsten italischen Ausfuhrartikel das Eisen von Italia das Volaterranische und Kampanische Kupfer das Silber von Populonia ja den von der Ostsee ihnen zugeführten Bernstein unter dem Schutze ihrer Piraterie gleichsam einer rohen Navigations Akte musste ihr eigener Handel emporkommen und es kann ebenso wenig befremden das in Sybaris der etruskische und milesische Kaufmann konkurrierten als das aus jener Verbindung von Kaperei und Großhandel der maß und sinnlose Luxus entsprang in welchem Etruriens Kraft früh sich selber verzehrt hat wenn also in Italien die Etrusker und obgleich in minderem gerade die Latiner den Hellenen abwehrend und zum Teil feindlich gegenüber standen so griff dieser Gegensatz gewissermaßen mit Notwendigkeit in diejenige Rivalität ein die damals Handel und Schifffahrt auf dem mittelländischen Meere vor allem beherrschte in die Rivalität der Phöniker und der Hellenen es ist nicht dieses Orts im Einzelnen darzulegen wie während der römischen Königszeit diese beiden großen Nationen an allen Gestaden des Mittelmeeres in Griechenland und Kleinasien selbst auf Kreta und Kypros an der afrikanischen spanischen und keltischen Küste miteinander um die Oberherrschaft rangen unmittelbar auf italischem Boden wurden diese Kämpfe nicht gekämpft aber die Folgen derselben doch auch in Italien tief und nachhaltig empfunden die frische Energie und die universellere Begabung des jüngeren Nebenbuhlers war anfangs überall im Vorteil die Hellenen entledigten sich nicht bloß der phoenikischen Faktoreien in ihrer europäischen und asiatischen Heimat sondern verdrängten die phoeniker auch von Kreta und Kypros fassten Fuß in Ägypten und Kyrene und bemächtigten sich unter Italiens und der größeren östlichen Hälfte der Sizilischen Insel Überall erlagen die kleinen phoenikischen Handelsplätze der energischeren griechischen Kolonisation Schon ward auch im westlichen Sizilien Selinus 126 628 vor Christus und Akragas 174 580 vor Christus gegründet Schon von den kühnen kleinasiatischen Vorkehren die entferntere Westsee befahren an dem keltischen Gestade Massalia erbaut um 150 600 vor Christus und die spanische Küste erkundet aber plötzlich um die Mitte des zweiten Jahrhunderts stockt der Fortschritt der hellenischen Kolonisation und es ist kein Zweifel dass die Ursache dieses Stockens der Aufschwung war den gleichzeitig offenbar infolge der von den Hellenen dem gesamten phoenikischen Stammel drohenden Gefahr die mächtigste ihrer Städte in Libyen Karthago nahm war die Nation die den Seeverkehr auf dem mittelländischen Meere eröffnet hatte durch den jüngeren Rivalen auch bereits verdrängt aus der Alleinherrschaft über die Westsee dem Besitze beider Verbindungsstraßen zwischen dem östlichen und dem westlichen Becken des Mittelmeeres und dem Monopol der Handelsvermittlung zwischen Orient und OXident so konnte doch wenigstens die Herrschaft der Meere westlich von Sardinien und Sizilien noch für die Orientalen gerettet werden und an deren Behauptung setzte Carthago die ganze dem aramäischen Stamme eigentümliche zähe und umsichtige Energie Die phönikische Kolonisierung wie der Widerstand der Phöniker nahmen einen völlig anderen Charakter an Die älteren phönikischen Ansiedlungen wie die Sizilischen welche schildert waren kaufmännische Faktoreien Carthago unterwarf sich ausgedehnte Landschaften mit zahlreichen Untertanen und mächtigen Festungen Hatten bisher die phönikischen Niederlassungen vereinzelt den Griechen gegenüber gestanden so zentralisierte jetzt die mächtige libysche Stadt in ihrem Bereiche die ganze Wehrkraft ihrer Stammverwandten mit einer Straffheit der die griechische Geschichte nichts ähnliches an die Seite zu stellen vermag vielleicht das wichtigste Moment aber dieser Reaktion für die Folgezeit ist die enge Beziehung in welche die schwächeren Phöniker um der Hellenen sich zu erwehren zu den eingeborenen Siziliens und Italiens traten als Knidier und Rodier um das Jahr 175 579 vor Christus im Mittelpunkt der phönikischen Ansiedlungen auf Sizilien bei Lilibeon sich festzusetzen versuchten wurden sie durch die eingeborenen Elymer von Segeste und Phöniker wieder von dort vertrieben als die Phokäer um 217 537 vor Christus sich in Al Alia Aleria auf Korsika Kehre gegenüber niederließen erschien um sie von dort zu vertreiben die vereinigte Flotte der Etrusker und der Karthager Hundertundzwanzig Segel stark und obwohl in dieser Seeschlacht einer der Ältesten die die Geschichte kennt die nur halb so starke Flotte der Phokäer sich den Sieg zuschrieb so erreichten doch die Karthager und Etrusker was sie durch den Angriff bezweckt hatten die Phokäer gaben Korsiker auf und ließen lieber an der weniger ausgesetzten lokanischen Küste in Huelle Velia sich nieder ein Traktat zwischen Etrurien und Katargo stellte nicht bloß die Regeln über Wareneinfuhr und Rechtsfolge fest sondern schloss auch ein Waffenbündnis Symmaschia ein von dessen ernstlicher Bedeutung eben jene Schlacht von Allalia zeugt charakteristisch ist für die Stellung der Keriten dass sie die phokäischen Gefangenen auf dem Markt von Kere steinigten und als dann um den Frevel zu sühnen den Delphischen Apoll beschickten Latium hat dieser Fede gegen die Hellenen sich nicht angeschlossen vielmehr finden sich in sehr alter Zeit freundliche Beziehungen der Römer zu den Phuckeern in Huele wie in Massalia und die Adiaten sollen sogar gemeinschaftlich mit mit den Sakuntian eine Pflanzstadt in Spanien das spätere Saguntum gegründet haben doch haben die Latiner noch viel weniger sich auf die Seite der Hellenen gestellt dafür bürgen sowohl die engen Beziehungen zwischen Rom und Kere als auch die Spuren alten Verkehrs zwischen den Latinern und den Karthagern der Stamm der Kanaaniten ist den Römern durch Vermittlung der Hellenen bekannt geworden da sie wie wir sahen ihn stets mit dem griechischen Namen genannt haben aber dass sie weder den Namen der Stadt Karthago noch den Volksnamen der Afra von den Griechen entlehnt haben dass thyrische Waren bei den älteren Römern mit dem ebenfalls die griechische Vermittlung ausschließenden Namen der Saranischen bezeichnet werden beweist ebenso wie die späteren Verträge den alten und unmittelbaren Handelsverkehr zwischen Latium und Karthago der vereinigten Macht der Italiker und Phöniker gelang es in der Tat die westliche Hälfte des Mittelmeers im Wesentlichen zu behaupten der nordwestliche Teil von Sizilien mit den wichtigen Häfen Solais und Panormos an der Nordküste Motue an der Afrika zu gewandten Spitze blieb im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz der Karthager um die Zeit des Kyros und Croesos eben als der weise Bias die Ionia zu bestimmen suchte insgesamt aus Kleinasien auswandernd in Sardinien sich nieder zu lassen um 200 554 vor Christus kam ihnen dort der karthagische Feldherr Malchus zuvor und bezwang einen bedeutenden Teil der wichtigen Insel mit Waffengewalt ein halbes Jahrhundert später erscheint das ganze Gestade Sardiniens in unbestrittenem Besitz der karthagischen Gemeinde Korsika dagegen mit den Städten Al-Alia und Nikea fiel den Etruskern zu und die Eingeborenen zinsten an diese von den Produkten ihrer armen Insel dem Pech Wachs und Honig im Adriatischen Meer ferner sowie in den Gewässern westlich von Sizilien und Sardinien herrschten die Verbündeten Etrusker und Karthager Zwar gaben die Griechen den Kampf nicht auf Jene von Lilibeion vertriebenen Rodier und Knidier setzten auf den Inseln zwischen Sizilien und Italien sich fest und gründeten hier die Stadt Lipara 175 579 vor Christus Massalia gedieh trotz seiner Isolierung und Monopolisierte bald den Handel von Nizza bis nach den Pyrenäen An den Pyrenäen selbst ward von Lipara aus die Pflanzstadt Rhoda jetzt Rosas angelegt und auch in Saguntum sollen Zakuntier sich angesiedelt ja selbst in Tinguis Tanger in Mauretanien griechische Dynasten geherrscht haben aber mit dem Vorrücken war es denn doch für die Hellenen vorbei nach Akragas Gründung sind ihnen bedeutende Gebietserweiterungen am Adriatischen wie am westlichen Meer nicht mehr gelungen und die spanischen Gewässer wie der Atlantische Ozean blieben ihnen verschlossen ja aus ja ein Fochten die Lipareer mit den tuskischen Seeräubern die Karthager mit den Massalioten den Kyraeern vor allem den griechischen Sirkelioten aber nach keiner Seite hin ward ein dauerndes Resultat erreicht und das Ergebnis der jahrhundertelangen Kämpfe war im Ganzen die Aufrechterhaltung des Status Quo so hatte Italien wenn auch nur mittelbar den Phönikern es zu danken dass wenigstens die mittleren und nördlichen Landschaften nicht kolonisiert wurden sondern hier namentlich in Etrurien eine nationale Seemacht ins Leben trat es fehlt aber auch nicht an Spuren dass die Phöniker es schon der Mühe wert fanden wenn nicht gegen die latinischen doch wenigstens gegen die seemächtigeren etruskischen Bundesgenossen diejenige Eifersucht zu entwickeln die aller Seherrschaft anzuhaften pflegt der bericht über die von den karthagern verhinderte aussendung einer etruskischen kolonie nach den kanarischen inseln wahr oder falsch offenbart die hier obwaltenden rivalisierenden interessen zehntes kapitel zwei elftes kapitel von römische geschichte buch eins dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox punkt org fußnoten und fremdsprachige zitate lässt der vorleser aus römische geschichte buch eins von theodor momsen elftes kapitel recht und gericht das volksleben in seiner unendlichen mannigfaltigkeit anschaulich zu machen vermag die geschichte nicht allein es muß ihr genügen die entwicklung der gesamtheit darzustellen das schaffen und handeln das denken und dichten des einzelnen wie sehr sie auch von dem zuge des volksgeistes beherrscht werden sind kein teil der geschichte dennoch scheint der versuch diese zustände wenn auch nur in den allgemeinsten umrissen anzudeuten eben für diese älteste geschichtlich so gut wie verschollene zeit deswegen notwendig weil die tiefe kluft die unser denken und empfinden von dem der alten kulturvölker trennt sich auf diesem gebiet allein einigermaßen zum bewusstsein bringen lässt unsere überlieferung mit ihren verwirrten völkernamen und getrübten sagen ist wie die dürren blätter von denen wir mühsam begreifen daß sie einst grün gewesen sind statt die unerquickliche rede durch diese säuseln zu lassen und die schnitzel der menschheit die kona und oenotra die siculer und pelasker zu klassifizieren wird es sich besser schicken zu fragen wie denn das reale volksleben des alten italien im rechtsverkehr das ideale in der religion sich ausgeprägt wie man gewirtschaftet und gehandelt hat woher die schrift den völkern kam und die weiteren elemente der bildung so dürftig auch hier unser wissen ist schon für das römische volk mehr noch für das desabella und das etruskische so wird doch selbst die geringe und lückenvolle kunde dem leser statt des namens eine anschauung oder doch eine ahnung gewähren das hauptergebnis einer solchen betrachtung um dies gleich hier vorweg zu nehmen lässt in dem satze sich zusammenfassen dass bei den italikern und insbesondere bei den römern von den urzeitlichen zuständen verhältnismäßig weniger bewahrt worden ist als bei irgendeinem anderen indogermanischen stamm feil und bogen streitwagen eigentum unfähigkeit der weiber kauf der ehefrau primitive bestattungsform blutrache mit der gemeinde gewalt ringende geschlechtsverfassung lebendiger natursymbolismus alle diese und unzählige verwandte erscheinungen müssen wohl auch als grundlage der italischen zivilisation vorausgesetzt werden aber wo diese uns zuerst anschaulich entgegentritt sind sie bereits spurlos verschwunden und nur die vergleichung der verwandten stämme belehrt uns über ihr einstmaliges vorhandensein insofern beginnt die italische geschichte bei einem weit späteren zivilisationsabschnitt als zum beispiel die griechische und deutsche und trägt von haus aus einen relativ modernen charakter die rechtssatzungen der meisten italischen stämme sind verschollen nur von dem latinischen landrecht ist in der römischen überlieferung einige kunde auf uns gekommen alle gerichtsbarkeit ist zusammengefasst in der gemeinde das heißt in dem könig welcher gericht oder gebot jus hält an den spruchtagen dies fasti auf der richterbühne tribunal der dingstätte sitzend auf dem wagenstuhl sella kurulis ihm zur seite stehen seine boten liktores vor ihm der angeklagte oder die parteien rei zwar entscheidet zunächst über die knechte der herr über die frauen der vater ehemann oder nächste männliche verwandte aber knechte und frauen galten auch zunächst nicht als glieder der gemeinde auch überhaus untertänige söhne und enkel konkurrierte die hausväterliche gewalt mit der königlichen gerichtsbarkeit aber eine eigentliche gerichtsbarkeit war jene nicht sondern lediglich ein ausfluss des dem vater an den kindern zustehenden eigentumsrechts von einer eigenen gerichtsbarkeit der geschlechter oder überhaupt von irgendeiner nicht aus der königlichen abgeleiteten gerichtsherrlichkeit treffen wir nirgends eine spur was die selbsthilfe und namentlich die blutrache anlangt so findet sich vielleicht noch ein sagenhafter nachklang der ursprünglichen satzung dass die tötung des mörders oder dessen der ihn widerrechtlich beschützt durch die nächsten des ermordeten gerechtfertigt sei aber eben dieselben sagen schon bezeichnen diese satzung als verwerflich und es scheint demnach die blutrache in rom sehr früh durch das energische auftreten der gemeindegewalt unterdrückt worden zu sein ebenso ist weder von dem einfluss der den genossen und dem umstand auf die urteils fällung nach ältestem deutschen recht zukommt in dem ältesten römischen etwas wahrzunehmen noch findet sich in diesem was in jenem so häufig ist dass der wille selbst und die macht einen anspruch mit den waffen in der hand zu vertreten als gerichtlich notwendig oder doch zulässig behandelt wird das gerichtsverfahren ist staats oder privat prozess je nachdem der könig von sich aus oder erst auf anrufen des verletzten einschreitet zu jenem kommt es nur wenn der gemeine friede gebrochen ist also vor allen dingen im falle des landes verrats oder der gemeinschaft mit dem landes feind proditio und der gewaltsamen auflehnung gegen die obrigkeit perduellio aber auch der arge mörder parikida der knabenschänder der verletzer der jungfräulichen oder frauenehre der brandstifter der falsche zeuge ferner wer die ernte durch bösen zauber bespricht oder wer zur nacht zeit auf dem der hut der götter und des volkes überlassenen acker unbefugt das korn schneidet auch sie brechen den gemeinen frieden und werden deshalb dem hochverräter gleich geachtet den prozess eröffnet und leitet der könig und fällt das urteil nachdem er mit den zugezogenen ratsmännern sich besprochen hat doch steht es ihm frei nachdem er den prozess eingeleitet hat die weitere verhandlung und die urteilsfällung an stellvertreter zu übertragen die regelmäßig aus dem rat genommen werden die späteren außerordentlichen stellvertreter die zwei männer für aburteilung der empörung du oviri per duellionis und die späteren ständigen stellvertreter die mordspürer questores pare sidi denen zunächst die aufspürung und verhaftung der mörder also eine gewisse polizeiliche tätigkeit oblag gehören der königszeit nicht an mögen aber wohl an gewisse einrichtungen derselben anknüpfen untersuchungshaft ist regel doch kann auch der angeklagte gegen bürgschaft entlassen werden folterung zur erzwingung des geständnisses kommt nur vor für sklaven wer überwiesen ist den gemeinen frieden gebrochen zu haben büßt immer mit dem leben die todesstrafen sind mannigfaltig so wird der falsche zeuge vom burgfelsen gestürzt der erntedieb aufgeknüpft der brandstifter verbrannt begnadigen kann der könig nicht nicht sondern nur die gemeinde der könig aber kann dem verurteilten die betretung des gnadenweges provocatio gestatten oder verweigern außerdem kennt dem verbrecher geschenkt welcher auf seinem gang zum tode einer der heiligen jungfrauen der westa zufällig begegnet bußen an den staat wegen ordnungswidrigkeit und polizeivergehen verhängt der könig nach ermessen sie bestehen in einer bestimmten zahl daher der name multa von rindern oder schafen auch rutenhiebe zu erkennen steht in seiner hand in allen übrigen fällen wo nur der einzelne nicht der gemeine friede verletzt war schreitet der staat nur ein auf anrufen des verletzten welcher den gegner veranlasst nötigenfalls mit handhafter gewalt zwingt sich mit ihm persönlich dem könig zu stellen sind beide parteien erschienen und hat der kläger die forderung mündlich vorgetragen der beklagte deren erfüllung in gleicher weise verweigert so kann der könig entweder die sache untersuchen oder sie in seinem namen durch einen stellvertreter abmachen lassen als als die regelmäßige form der sühnung eines solchen unrechts galt der vergleich zwischen dem verletzer und dem verletzten der staat trat nur ergänzend ein wenn der schädiger den geschädigten nicht durch eine ausreichende söhne pöner zufrieden stellte wenn jemand sein eigentum vorenthalten oder seine gerechte forderung nicht erfüllt ward was in dieser epoche der bestohlene von dem dieb zu fordern berechtigt war und wann der diebstahl als überhaupt der sühne fähig galt lässt sich nicht bestimmen billig aber forderte der verletzte von dem auf frischer tat ergriffenen diebe schwereres als von dem später entdeckten da die erbitterung welche eben zu sühnen ist gegen jenen stärker ist als gegen diesen erschien der diebstahl der sühne unfähig oder war der dieb nicht im stande die von dem beschädigten geforderte und von dem richter gebilligte schätzung zu erlegen so ward er vom richter dem bestohlenen als eigener mann zugesprochen bei schädigung in uria des körpers wie der sachen musste in den leichteren fällen der verletzte wohl unbedingt sühne nehmen ging dagegen durch dieselbe ein glied verloren so konnte der verstümmelte auge um auge fordern und zahn um zahn das eigentum hat da das ackerland bei den römern lange in feldgemeinschaft benutzt und erst in verhältnismäßig später zeit aufgeteilt worden ist sich nicht an den liegenschaften sondern zunächst an dem sklaven und viehstand familia pecuniaque entwickelt als rechtsgrund desselben gilt nicht etwa das recht des stärkeren sondern man betrachtet vielmehr alles eigentum als dem einzelnen bürger von der gemeinde zu ausschließlichem haben und nutzen zugeteilt weshalb auch nur der bürger und wen die gemeinde in dieser beziehung dem bürger gleich achtet fähig ist eigentum zu haben alles eigentum geht frei von hand zu hand das römische recht macht keinen wesentlichen unterschied zwischen beweglichem und unbeweglichem gut seit überhaupt der begriff des privateigentums auf das letztere erstreckt war und kennt kein unbedingtes anrecht der kinder oder der sonstigen verwandten auf das väterliche oder familienvermögen indes ist der vater nicht im stande die kinder ihres erbrechts willkürlich zu berauben da er weder die väterliche gewalt aufheben noch anders als mit einwilligung der ganzen gemeinde die auch versagt werden konnte und in solchem falle gewiß oft versagt ward ein testament errichten kann bei seinen lebzeiten zwar konnte der vater auch den kindern nachteilige verfügungen treffen denn mit persönlichen beschränkungen des eigentümers war das recht sparsam und gestattete im ganzen jedem erwachsenen mann die freie verfügung über sein gut doch mag die einrichtung wonach derjenige welcher sein erbgut veräußerte und seine kinder desselben beraubte obrigkeitlich gleich dem wahnsinnigen unter vormundschaft gesetzt ward wird schon bis in die zeit zurückreichen wo das ackerland zuerst aufgeteilt ward und damit das privatvermögen überhaupt eine größere bedeutung für das gemeinwesen erhielt auf diesem wege wurden die beiden gegensätze unbeschränktes verfügungsrecht des eigentümers und zusammenhaltung des familiengutes so weit möglich im römischen recht miteinander vereinigt dingliche beschränkungen des eigentums wurden mit ausnahme der namentlich für die landwirtschaft unentbehrlichen gerechtigkeiten durchaus nicht zugelassen erbpacht und dingliche grundrente sind rechtlich unmöglich anstatt der verpfändung die das recht ebenso wenig kennt dient die sofortige übertragung des eigentums an dem unterpfand auf den gläubiger gleichsam als den käufer desselben wobei dieser sein treuwort fiducia gibt bis zum verfall der forderung die sache nicht zu veräußern und sie nach rückzahlung der vorgestreckten summe dem schuldner zurück zu stellen verträge die der staat mit einem bürger abschließt namentlich die verpflichtung der für eine leistung an den staat eintretenden garanten prävides prädes sind ohne weitere förmlichkeit gültig dagegen die verträge der privaten untereinander geben in der regel keinen anspruch auf rechtshilfe von seiten des staats den gläubiger schützt nur das nach kaufmännischer art hochgehaltene treuwort und etwa noch bei dem häufig hinzutretenden eide die scheu vor den den meineid rechenden göttern rechtlich klagbar sind nur das verlöbnis infolgedessen der vater wenn er die versprochene braut nicht gibt dafür sühne und ersatz zu leisten hat ferner der kauf manzipatio und das darlehen nexum der kauf gilt als rechtlich abgeschlossen dann wenn der verkäufer dem käufer die gekaufte sache in die hand gibt manzipare und gleichzeitig der käufer dem verkäufer den bedungenen preis in gegenwart von zeugen entrichtet was seit das kupfer anstatt der schafe und rinder der regelmäßige wertmesser geworden war geschah durch zuwägen der bedungenen quantität kupfer auf der von einem unparteiischen richtig gehaltenen waage unter diesen voraussetzungen muss der verkäufer dafür einstehen dass er eigentümer sei und überdies der verkäufer wie der käufer jede besonders eingegangene beredung erfüllen widrigenfalls büßt er dem andern theil ähnlich wie wenn er die sache ihm entwendet hätte immer aber bewirkt der kauf eine klage nur dann wenn er zug um zug beiderseits erfüllt war kauf kauf auf kredit kauf auf kredit gibt und nimmt kein eigentum und begründet keine klage in ähnliche art wird das darlehen eingegangen indem der gläubiger dem schuldner vor zeugen die bedungene quantität kupfer unter verpflichtung nexum zur rückgabe zuwägt der schuldner hat außer dem kapital noch den zins zu entrichten welcher unter gewöhnlichen verhältnissen wohl für das jahr zehn prozent betrug in der gleichen form erfolgte seiner zeit auch die rückzahlung des darlehens erfüllte ein schuldner dem staat gegenüber seine verbindlichkeit nicht so wurde derselbe ohne weiteres mit allem was er hatte verkauft das der staat forderte genügte zur konstatierung der schuld ward dagegen von einem privaten die vergewaltigung seines eigentums dem könig angezeigt vindiquier oder erfolgte die rückzahlung des empfangenen darlehens nicht so kam es darauf an ob das sachverhältnis der feststellung bedurfte der feststellung bedurfte was bei eigentumsklagen regelmäßig der fall war oder schon klar vorlag was bei darlehens klagen nach den geltenden rechtsnormen mittels der zeugen leicht bewerkstelligt werden konnte die feststellung des sachverhältnisses geschah in form einer wette wobei jede partei für den fall des unterliegens einen einsatz sakramentum machte bei wichtigen sachen von mehr als zehn rindern wert einen von fünf rindern bei geringeren einen von fünf schafen der richter entschied sodann wer recht gewettet habe worauf der einsatz der unterliegenden partei den priestern zum beruf der öffentlichen opfer zufiel wer also unrecht gewettet hatte und ohne den gegner zu befriedigen 30 tage hatte verstreichen lassen ferner wessen leistungspflicht von anfang an fest stand also regelmäßig der darlehens schuldner wofern er nicht zeugen für die rückzahlung hatte unterlag dem exekutionsverfahren durch handanlegung manus injektio indem ihn der kläger packte wo er ihn fand und ihn vor gericht stellte lediglich um die anerkannte schuld zu erfüllen verteidigen durfte der ergriffene sich selber nicht ein dritter konnte zwar für ihn auftreten und diese gewalttat als unbefugte bezeichnen windex worauf dann das verfahren eingestellt ward allein diese vertretung machte den vertreter persönlich verantwortlich weshalb auch für den steuerzahlenden bürger der proletarier nicht vertreter sein konnte trat weder erfüllung noch vertretung ein so sprach der könig den ergriffenen dem gläubiger so zu daß dieser ihn abführen und halten konnte gleich einem sklaven waren alsdann sechzig tage verstrichen war während derselben der schuldner dreimal auf dem markt ausgestellt und dabei ausgerufen worden ob jemand seiner sich erwarme und dies alles ohne erfolg geblieben so hatten die gläubiger das recht ihn zu töten und sich in seine leiche zu teilen oder auch ihn mit seinen kindern und seiner habe als sklaven in die fremde zu verkaufen oder auch ihn bei sich an sklaven statt zu halten denn freilich konnte er solange er im kreis der römischen gemeinde blieb nach römischem recht nicht vollständig sklave werden so ward habe und gut eines jeden von der römischen gemeinde gegen den dieb und schädiger sowohl wie gegen den unbefugten besitzer und den zahlungsunfähigen schuldner mit unnachsichtlicher strenge geschirmt ebenso schirmte man das gut der nicht wehrhaften also auch nicht zur schirmung des eigenen vermögens fähigen personen der unmündigen und der wahnsinnigen und vor allem das der weiber indem man die nächsten erben zu der hut desselben berief nach dem tode fällt das gut den nächsten erben zu wobei alle gleichberechtigten auch die weiber gleiche teile erhalten und die witwe mit den kindern auf einen kopfteil zugelassen wird dispensieren von der gesetzlichen erbfolge kann nur die volksversammlung wobei noch vorher wegen der an dem erbgang haftenden sakrarpflichten das gutachten der priester einzuholen ist indes scheinen solche dispensationen früh sehr häufig geworden zu sein und wo sie fehlte konnte bei der vollkommen freien disposition die einem jeden über sein vermögen bei seinen lebzeiten zustand diesem mangel dadurch einigermaßen abgeholfen werden dass man sein gesamtvermögen einem freund übertrug der dasselbe nach dem tode dem willen des verstorbenen gemäß verteilte die freilassung war dem ältesten recht unbekannt der eigentümer konnte freilich der ausübung seines eigentumsrechts sich enthalten aber die zwischen dem herrn und dem sklaven bestehende unmöglichkeit gegenseitiger verbindlichmachung wurde hierdurch nicht aufgehoben noch weniger dem letzteren der gemeinde gegenüber das gast oder gar das bürgerrecht erworben die freilassung kann daher anfangs nur tatsache nicht recht gewesen sein und dem herrn nie die möglichkeit abgeschnitten haben den freigelassenen wieder nach gefallen als sklaven zu behandeln indes ging man hiervon ab in den fällen wo sich der herrn nicht bloß dem sklaven sondern der gemeinde gegenüber anheischig gemacht hatte denselben im besitze der freiheit zu lassen eine eigene rechtsform für eine solche bindung des herrn gab es jedoch nicht der beste beweis daß es anfaenglich eine freilassung nicht gegeben haben kann sondern es wurden dafür diejenigen wege benutzt welche das recht sonst darbot das testament der prozess die schatzung wenn der herr entweder bei errichtung seines letzten willens in der volksversammlung den sklaven freigesprochen hatte oder wenn er dem sklaven verstattet hatte ihm gegenüber vor gericht die freiheit anzusprechen oder auch sich in die schatzungsliste einzeichnen zu lassen so galt der freigelassene zwar nicht als bürger aber wohl als frei selbst dem früheren herrn und dessen erben gegenüber und demnach anfangs als schutzverwandter späterhin als plebeier auf größere schwierigkeiten als die freilassung des knechts stieß diejenige des sohnes denn wenn das verhältnis des herrn zum knecht zufällig und darum willkürlich lösbar ist so kann der vater nie aufhören vater zu sein darum musste späterhin der sohn um von dem vater sich zu lösen erst in die knechtschaft eintreten um dann aus dieser entlassen zu werden in der gegenwärtigen periode aber kann es eine emanzipation überhaupt noch nicht gegeben haben nach diesem rechte lebten in rom die bürger und die schutzverwandten zwischen denen soweit wir sehen von anfang an vollständige privatrechtliche gleichheit bestand der fremde dagegen sofern er sich nicht einem römischen schutzherrn ergeben hat und also als schutzverwandter lebt ist rechtlos er wie seine habe was der römische bürger ihm abnimmt das ist ebenso recht erworben wie die am meeresufer aufgelesene herrenlose muschel nur das grundstück das außerhalb der römischen grenze liegt kann der römische bürger wohl faktisch gewinnen aber nicht im rechtssinn als dessen eigentümer gelten denn die grenze der gemeinde vorzurücken ist der einzelne bürger nicht befugt anders ist es im kriege was der soldat gewinnt der unter dem heer bann ficht bewegliches wie unbewegliches gut fällt nicht ihm zu sondern dem staat und hier hängt es dann auch von diesem ab die ganze vorzuschieben oder zurückzunehmen ausnahmen von diesen allgemeinen regeln entstehen durch besondere staatsverträge die den mitgliedern fremder gemeinden innerhalb der römischen gewisse rechte sichern vor allem erklärte das ewige bündnis zwischen rom und latium alle verträge zwischen römern und latinern für rechtsgültig und verordnete zugleich für diese einen beschleunigten zivilprozess vor geschworenen widerschaffern welche da sie gegen den sonstigen römischen gebrauch einem einzelrichter die entscheidung zu übertragen immer in der mehrheit und in ungerader zahl sitzen wohl als ein ausrichtern beider nationen und einem obmann zusammengesetztes handels und messgericht zu denken sind sie urteilen am ort des abgeschlossenen vertrages und müssen spätestens in zehn tagen den prozess beendigt haben die formen in denen der verkehr zwischen römern und latinern sich bewegte waren natürlich die allgemeinen in denen auch patrizier und plebieer miteinander verkehrten denn die manizipation und das nexum sind ursprünglich gar keine formalakte sondern der prägnante ausdruck der rechtsbegriffe deren herrschaft reichte wenigstens soweit man lateinisch sprach in anderer weise und anderen formen ward der verkehr mit dem eigentlichen ausland vermittelt schon in frühester zeit müssen mit den keriten und anderen befreundeten völkern verträge über verkehr und rechtsfolge abgeschlossen und die grundlage des internationalen privatrechts jus gentium geworden seien das sich in rom allmählich neben dem landrecht entwickelt hat eine spur dieser rechtsbildung ist das merkwürdige mutuum der wandel von mutare wie dividus eine form des darlehens die nicht wie das nexum auf einer ausdrücklich vor zeugen abgegebenen bindenden erklärung des schuldners sondern auf dem bloßen übergang des geldes aus einer hand in die andere beruht und die so offenbar dem verkehr mit fremden entsprungen ist wie das nexum dem einheimischen geschäftsverkehr es ist darum charakteristisch dass das wort als meuthon im sizilischen griechisch wiederkehrt womit zu verbinden ist das wieder erscheinen des lateinischen cassa in dem sizilischen carcaron da es sprachlich fest steht dass beide worte ursprünglich latinisch sind so wort ihr vorkommen in dem sizilischen lokaldialekt ein wichtiges zeugnis für den häufigen verkehr der latinischen schiffer auf der insel welcher sie veranlasste dort geld zu borgen und der schuldhaft die ja überall in den älteren rechten die folge des nicht bezahlten darlehens ist sich zu unterwerfen umgekehrt ward der name des syrakusanischen gefängnisses steinbrüche oder latomia in alter zeit auf das erweiterte römische staatsgefängnis die latomiae übertragen werfen wir noch einen blick zurück auf die gesamtheit dieser institutionen die im wesentlichen entnommen sind der ältesten etwa ein halbes jahrhundert nach der abschaffung des königtums veranstalteten aufzeichnungen des römischen gewohnheitsrechts und deren bestehen schon in der königszeit sich wohl für einzelne punkte aber nicht im gandum bezweifeln lässt so erkennen wir darin das recht einer weit fortgeschrittenen ebenso liberalen als konsequenten acker und kaufstaat hier ist die konventionelle bildersprache wie zum beispiel die deutschen rechtssatzungen sie aufzeigen bereits völlig verschollen es unterliegt keinem zweifel dass eine solche auch bei den italikern einmal vorgekommen sein muss merkwürdige belege dafür sind zum beispiel die form der haussuchung wobei der suchende nach römischer wie nach deutscher sitte ohne obergewand im bloßen hemd erscheinen musste und vor allem die uralte latinische formel der kriegserklärung worin zwei wenigstens auch bei den kelten und den deutschen vorkommende symbole begegnen das reine kraut herr bapura fränkisch reine schruder als symbol des heimischen bodens und der angesenkte blutige stab als zeichen der kriegseröffnung mit wenigen ausnahmen aber in denen religiöse rücksichten die altertümlichen gebrauche schützten dahin gehört außer der kriegserklärung durch das fetialen kollegium namentlich noch die konvariation verwirft das römische recht das wir kennen durchaus und prinzipiell das symbol und fordert in allen fällen nicht mehr und nicht weniger als den vollen und reinen ausdruck des willens die uebergabe der sache die aufforderung zum zeugnis die eingehung der ehe sind vollzogen sowie die parteien die absicht in verstaendlicher weise erklaert haben es ist zwar ueblich dem neuen eigentümer die sache in die hand zu geben den zum zeugnis geladenen am ohre zu zupfen der braut das haupt zu verhüllen und sie in feierlichem zuge in das haus des mannes einzuführen aber alle diese uralten übungen sind schon nach ältestem römischen landrecht rechtlich wertlose gebräuche vollkommen analog wie aus der religion alle allegorie und damit alle personifikation beseitigt ward wurde auch aus dem recht jede symbolik grundsätzlich ausgetrieben ebenso ist hier jener älteste zustand den die hellenischen wie die germanischen institutionen uns darstellen wo die gemeindegewalt noch ringt mit der autorität der kleineren in die gemeinde aufgegangenen geschlechts und gaugenossenschaften gänzlich beseitigt es gibt keine rechtsallianz innerhalb des staates zur ergänzung der unvollkommenen staatshilfe durch gegenseitigen schutz und trutz keine ernstliche spur der blutrache oder des die verfügung des einzelnen beschränkenden familieneigentums auch der gleichen muss wohl einmal bei den italikern bestanden haben es mag in einzelnen institutionen des sakrarrechts zum beispiel in dem synbock den der unfreiwillige totschläger den nächsten verwandten des getöteten zu geben verpflichtet war davon eine spur sich finden allein schon für die älteste periode roms die wir in gedanken erfassen können ist dies ein längst überwundener standpunkt zwar vernichtet ist das geschlecht die familie in der römischen gemeinde nicht aber die ideelle wie die reale allmacht des staates auf dem staatlichen gebiet ist durch sie ebenso wenig beschränkt wie durch die freiheit die der staat dem bürger gewährt und gewährleistet der letzte rechtsgrund ist überall der staat die freiheit ist nur ein anderer ausdruck für das bürgerrecht im weitesten sinn alles eigentum beruht auf ausdrücklicher oder stillschweigender übertragung von der gemeinde auf den einzelnen der vertrag gilt nur insofern die gemeinde in ihren vertretern ihn bezeugt das testament nur insofern die gemeinde es bestätigt scharf und klar sind die gebiete des öffentlichen und des privatrechts voneinander geschieten die vergehen gegen den staat welche unmittelbar das gericht des staates herbeirufen und immer lebensstrafe nach sich ziehen die vergehen gegen den mitbürger oder den gast welche zunächst auf dem wege des vergleichs durch sühne oder befriedigung des verletzten erledigt und niemals mit dem leben gebuesst werden sondern höchstens mit dem verlust der freiheit hand in hand gehen die größte liberalität in gestattung des verkehrs und das strengste exekutionsverfahren ganz wie heutzutage in handelsstaaten die allgemeine wechselfähigkeit und der strenge wechselprozess zusammen auftraten der bürger und der schutzgenosse stehen sich im verkehr vollkommen gleich staatsverträge gestatten umfassende rechtsgleichheit auch dem gast die frauen sind in der rechtsfähigkeit mit den männern völlig auf eine linie gestellt obwohl sie im handeln beschränkt sind ja der kaum erwachsene knabe bekommt sogleich das umfassendste dispositionsrecht über sein vermögen und wer überhaupt verfügen kann ist in seinem kreise souverän wie im öffentlichen gebiet der staat höchst charakteristisch ist das kreditsystem ein bodenkredit existiert nicht sondern anstatt der hypothekarschuld tritt sofort ein womit heutzutage das hypothekarverfahren schließt der übergang des eigentums vom schuldner auf den gläubiger dagegen ist der persönliche kredit in der umfassendensten um nicht zu sagen ausschweifendensten weise garantiert indem der gesetzgeber den gläubiger befugt den zahlungsunfähigen schuldner dem diebe gleich zu behandeln und ihm dasjenige was schylock sich von seinem todfeind halb zum spott ausbedingt hier in vollkommen legislatorischem ernste einräumt ja den punkt wegen des zu viel abschneidens sorgfältiger verklausuliert als es der jude tat deutlicher konnte das gesetz es nicht aussprechen dass es zugleich unabhängige nicht verschuldete bauernwesen und kaufmännischen kredit herzustellen alles scheineigentum aber wie alle wortlosigkeit mit unerbittlicher energie zu unterdrücken beabsichtige nimmt man dazu das früh anerkannte niederlassungsrecht sämtlicher latiner und die gleichfalls früh ausgesprochene gültigkeit der zivilehe so wird man erkennen dass dieser staat der das höchste von seinen bürgern verlangte und den begriff der untertänigkeit des einzelnen unter die gesamtheit steigerte wie keiner vor oder nach ihm dies nur tat und nur tun konnte weil er die schranken des verkehrs selber niederwarf und die freiheit ebenso sehr entfesselte wie er sie beschränkte gestattend oder hemmend tritt das recht stets unbedingt auf wie der unvertretende fremde den gehetzten will so steht der gast dem bürger gleich der vertrag gibt regelmäßig keine klage aber wo das recht des gläubigers anerkannt wird da ist es so allmächtig dass dem armen nirgends eine rettung nirgends eine menschliche und billige berücksichtigung sich zeigt es ist als fände das recht eine freude daran überall die schärfsten spitzen hervorzukehren die äußersten konsequenzen zu ziehen das tyrannische des rechtsbegriffs gewaltsam dem blödesten verstande aufzudrängen die poetische form die gemütliche anschaulichkeit die in den germanischen rechtsordnungen anmutig walten sind dem römer fremd in seinem recht ist alles klar und knapp kein symbol angewandt keine institution zu viel es ist nicht grausam alles nötige wird vollzogen ohne umstände auch die todesstrafe dass der freie nicht gefoltert werden kann ist ein ursatz des römischen rechts den zu gewinnen andere völker jahrtausende haben ringen müssen aber es ist schrecklich dies recht mit seiner unerbittlichen strenge die man sich nicht allzu sehr gemildert denken darf durch eine humane praxis denn es ist ja volksrecht schrecklicher als die bleidächer und die marterkammern jene reihe lebendiger begräbnisse die der arme in den schuldtürmen der vermögenden klaffen sah aber darin eben ist die größe roms beschlossen und begründet dass das volk sich selber ein recht gesetzt und ein recht ertragen hat in dem die ewigen grundsätze der freiheit und der botmäßigkeit des eigentums und der rechtsfolge unverfälscht und ungemildert walteten und heute noch walten ende von elftes kapitel